Vorwort von Tagebuch einer Verlorenen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme. Vorwort. Als das vorliegende Tagebuch in meine Hände gelangte, war es meine Absicht, den Inhalt nach einiger Zeit zu einem Roman zu verarbeiten. Auf Anraten meines Verlegers des Herrn Fontane stand ich später von diesem Vorhaben ab und zog es vor, die Aufzeichnungen nach der erforderlichen Überarbeitung im Original der Öffentlichkeit zu übergeben. Die einzelnen Umgestaltungen mussten mit Rücksicht auf die verschiedenen in dem Buch benannten Personen vorgenommen werden und bestehen im Wesentlichen in Namensänderungen. Einige Streichungen von Stellen, die sich absolut nicht für die Veröffentlichung eigneten, waren ebenfalls nicht zu vermeiden. Nichts liegt mir vorne als die Absicht, mit der Herausgabe dieser Tagebuchblätter die pikante Literatur um ein Buch zu bereichern. Die schlichten Aufzeichnungen erheben keinen Anspruch auf künstlerische oder literarische Wertschätzung. Sie sind nichts und wollen nichts sein, als ein authentischer Beitrag zu einer brennenden sozialen Frage unserer Tage. Beräter und überzeugender als die glänzendsten Schilderungen aus berufener Schriftstellerfeder sprechen sie zu uns und werfen ihre grellen Schlaglichter in die Welt der bürgerlichen Toten, der Ausgestoßenen und Parias der Gesellschaft. Wenn die Lektüre dieser Blätter hier und da jemand zum Nachdenken anregt, wenn sich der Leser dabei vergegenwärtigt, dass kein Mensch und stünde er noch so fest und hoch mächtiger als sein Fatum ist, dass weder Wohlhabenheit noch Bildung noch geachtete bürgerliche Stellung Tod und Unglück Schach bieten und unseren eigenen jugendlichen Angehörigen sicheren Schutz vor einem ähnlichen Schicksal wie das der armen Thymian gewähren. Wenn er daraus die Schlussfolgerung zieht, dass man nicht konsequent in gedankenloser Gleichgültigkeit oder mit liebloser Verachtung an jenen Unglücklichen vorübergehen, sondern die Augen offen halten soll, um zu schauen und Laster und Unglück zu trennen, dann ist der Zweck dieser Veröffentlichung erreicht. Dann hatte Thymian nicht umsonst ihres verfehlten Lebens Daten fixiert. Vielleicht war dann ihr Leben nicht einmal ein Verlorenes. Margarete Böhme Ende von Vorwort Abschnitt 1 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie Tante Lehnsmann brachte mir gestern das Tagebuch als verspätetes Konfirmationsgeschenk. Es sei so sinnig für ein junges Mädchen, sagte sie. Und so billig, dachte ich. Aber nun es einmal da ist, will ich es auch benutzen. Vielleicht entdecke ich dabei noch schriftstellerisches Talent in mir. Viel passiert zwar nicht in unserem gottvergessenen Nest, und was passiert, ist kaum des Aufnotierens wert. Aber ich will denken, ich wäre eine berühmte Persönlichkeit und schriebe meine Memoiren. Dabei ist ja wohl dann das Unwesentlichste wichtig. Also zuerst Vorstellung. Ich heiße Thymian Frauke Katharine Gotteball Und bin die Tochter des Apothekers Ludwig Erhard Gotteball in G., Einem kleinen, propren Städtchen von 2000 Einwohnern in der Marsch. Die Straßen sind alle schnurgerade und sehr sauber. Gras wächst nicht zwischen den Steinen, und die Hühner laufen auch nicht auf dem Pflaster umher. Die Häuser sehen alle so geleckt und glatt aus, wie Männer, die eben vom Barbier den Bart abgenommen bekommen haben. Verflucht langweilig ist es in G. Wenn ein Wagen durch die Straßen fährt, läuft alles an die Fenster. Des Abends sitzen die Leute auf Bänken vor der Türe und schwatzen mit den Nachbarn über andere Nachbarn. Und wenn die anderen Nachbarn dann dazukommen, reden sie wieder über andere Nachbarn. Denn Nachbar ist hier alles. Auch diejenigen, die an zwei verschiedenen Zipfeln des Städtchens wohnen. Den verrückten Namen hat meine Mutter für mich ausgesucht. Ich hab mich oft darüber ärgern müssen. Die Kinder sagen, er riecht nach Apotheke. Und die Jungen sagen noch etwas viel Schrecklicheres, was ich aber nicht niederschreiben mag. Meine Mutter war immer kränklich, solange ich denken kann. Ich habe sie nie lachen hören. Wenn sie lächelte, sah sie eigentlich noch viel trauriger aus, als wenn sie ernst war. Wenn ich früher auf dem Marktplatz mit den Kindern spielte und sie am Fenster saß, fürchtete ich mich ordentlich hinzusehen. Warum, weiß ich nicht. Es gab mir immer einen Stich, wenn ich ihr liebes, blasses, wehmütiges Gesichtchen da sah. Als ich zehn Jahre alt war, wurde Mutter so krank, dass der Doktor sie nach Davos schickte. Ein ganzes Jahr blieb sie da. Erst fehlte sie mir sehr, aber nachher vergaß ich sie beinahe. Es war während der Zeit sehr lustig bei uns. Vater hatte viel Besuch eingeladen. Die Verwandten kamen auch zuweilen, aber die sind weniger amüsant. Wir haben viele Verwandte. Mutters Geschwister wohnen alle auf Höfen in der Nordmarsch. Nur mein Onkel Henning und meine Tante Wiebke, Mutters Schwester, wohnen hier. Da ist dann noch Tante Frauke, die mit dem Lehnsmann Pons verheiratet ist. Sie ist so geizig, dass sie sich vor lauter Geiz beinahe selber auffrisst. Dann Mutters Bruder, Ratmann Thompson, dann noch ein anderer Bruder, Dirk Thompson. Dann noch ein Schwager, Hinner Glassen, dessen Frau, auch eine Schwester von Mutter, an der Schwindsucht starb und noch viele andere. Vater hat nur eine Schwester, Tante Frieda, unverheiratet und bucklig und hier ansässig. Diese kann ich am wenigsten leiden. Sie findet immer was auszustellen an mir. Bald bin ich ihr zu geputzt, bald zu schlappig angezogen. Am liebsten säß sie es, wenn ich nachmittags immer bei ihr in ihrem Altjungfernkäfig hockte. Aber ich puste ihr was. Vater kann sie auch nicht ausstehen. Die beiden schimpfen sich oft. Ich verstehe nicht, warum Vater ihr nicht längst das Haus verboten hat, wo sie doch immer so eklig gegen ihn ist. Unser Provisor, Herr Meinert, nennt sie Richter Lünsch. Wenn er sie vom Apothekenfenster aus mit ihrem großen Brotbeutel von Pompadour am Arm über den Marktplatz gehen sieht, schreit er schon ins Haus. Richter Lünsch kommt. Worauf ich mich aus dem Staube mache. Und Vater manchmal auch. In der Zeit, da Mutter in Davos war, spielte einmal eine Theatergesellschaft im Deutschen Haus. Ich durfte jeden Abend mit Vater oder Meinert hingehen. Einmal spielten sie Therese Krones. Das ist ein wundervolles Stück, aber sehr traurig. Ach, und die Therese Krones spielte. Einfach göttlich. Heute weiß ich ja, dass sie sich geschminkt hatte. Aber damals war ich baff von so viel Schönheit. Ich war aber damals ja noch ein Kind. An dem Abend, als Therese Krones gespielt wurde, hatte Vater die Schauspieler zum Abendessen eingeladen. Ich durfte mit am Tisch sitzen. Wir aßen in der besten Stube und es gab Rotwein und Sekt und ich bekam von allem ab. Die Schauspielerinnen sangen lustige Lieder und ich wurde auch immer lustiger. Es war riesig fidel. Zuletzt sprang ich auf den Tisch und brüllte immer fort. Ich bin ein Pudding, ich bin ein Pudding, schneidet mich an und esst mich. Ich bin ein Pudding. Ja, du bist ein schöner Pudding. Wird sich schon früh genug einer finden, der dich anschneidet, sagte Meinert, worüber die anderen lachten. Nachher wurde es immer toller. Die Stühle wurden aus der Reihe gerückt und da nicht mehr genug Stühle um den Tisch standen, setzten die Damen sich den Herren auf den Schoß. Therese Krones saß auf Vaters Knien. Da auf einmal, gerade wie es am schönsten ist, wird die Tür aufgerissen und wer steht da? Ja, Tante Frieda, in ihrem alten, langen, verschossenen Regenmantel, den sie, wie man gleich magt, über ihr Nachthemd gezogen hatte. Der Teufel mag wissen, wer ihr die Schoße verraten hatte. Sie war ganz gelb vor Wut und schrie mit überschnappender Stimme wie eine heißere Krähe. Das ist ja hübsch! Ah ja, ah ja, gut zufrieden! Ich hab dir nichts zu sagen, Ludwig. Aber dass dir dein eigenes, leibliches Kind nicht zu gut ist für solche... Du, du! Und sie spuckte aus vor Gift, weil ihr die Luft ausging. Komm, Thymian, du bleibst die Nacht bei mir. Pfui, Mädchen, schämst du dich nicht, so unanständig dazustehen, mitten auf dem Tisch? Und sie wollte mich beim Schlafittchen packen, aber ich, schnell wie der Wind, retiriere und über Gläser und Flaschen und Dessertteller weg aufs Sofa. Und da mit einem Satze rittlings auf meiner Schulter. Der flog empor und unter lautem Bravo und Hallo mit mir an Tante Frieda vorbei und zur Tür hinaus, die Treppe hinauf. Tante Frieda hinterher. So schimpfte sie hinter uns her, die Treppen hinauf, und ich streckte die Zunge nach ihr aus und rief in meiner Beschwipstheit. Richter Lünsch, Richter Lünsch, olle, dämliche Richter Lünsch. Bums, da hatte sie mich beim Fuß. Aber weil Meinert rasch die Tür von seiner Stube aufriss, erwischte sie bloß meinen linken Lackschuh. Und Meinert schlug die Tür rasch hinter uns zu. Dann saßen wir im Dunkeln auf seinem Bettrand und lachten. Ich auf seinem Schoß. Und während Richter Lünsch draußen tumultierte und sich vor Wut anscheinend die Kleider zerriss, küßte mich Meinert. Das tut er überhaupt gern. Wenn meine Freundinnen und ich früher Schokolade von ihm haben wollten, mussten wir ihm immer einen Kuss dafür geben. Wir warteten eine ganze Zeit, aber Tante Frieda lärmte immer toller. Mit ihrem Regenschirm ballerte sie gegen die Tür, dass es weit zu hören war. Machen sie auf, sie Lumpenhund, oder ich hole die Polizei. Aber Fräulein Gotteball, regen sie sich doch nicht so auf, rief Meinert. Das ist ja alles, man Spaß. Thümi fürchtet sich bloß vor ihnen. Dann kam Vater und wir hörten, dass er mit Richter Lünsch zankte. Nachher sagte Vater, Meinert solle aufmachen und seinetwegen möge Tante Frieda ihren Willen haben und mich die Nacht bei sich behalten. Ich war sehr böse, aber es half nichts. Meinert schloss auf und ich musste mit Tante Frieda gehen. Sie sagte kein Wort, aber sie hielt mich fest an der Hand und ich fühlte, wie ihre Hand flog. In ihrem Schlafzimmer wusch sie mich gründlich und ich musste mit Anna Therin gurgeln. Und dann half sie mir beim Ausziehen und legte mich in ihr Bett, denn sie wollte die Nacht auf dem Sofa schlafen. Sie flog vor Kälte, denn sie hatte wirklich nur ihr Nachthemd und ihren Unterrock unter dem Mantel an. Ich machte gleich die Augen zu und tat, als ob ich sehr müde sei, denn ich fürchtete, dass sie doch noch losziehen würde. Es ging aber gut. Gute Nacht, Thymian, sagte sie, und da sie ein bisschen fromm ist, kniete sie neben dem Bett und betete mit merkwürdig inniger Betonung. Breit aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude! Und nimm dein Küchlein ein, will Satan es verschlingen, so lass die Englein singen. Dies Kind soll unverletzbar sein. Ja, es war eine tolle Nacht und mir ist sie noch so im Gedächtnis, als ob es gestern erst gewesen sei, obgleich schon vier Jahre seitdem verflossen sind. Im Mai kam Mutter aus Davos zurück. Eine Krankenschwester brachte sie nach Hause und blieb auch bei ihr. Sie war sehr krank, ging nur vom Bett auf die Chaiselon und von der Chaiselon ins Bett. Es war plötzlich im Hause so still wie in der Kirche. Ich musste mich zuweilen auf einen Schemel neben sie setzen und dann strich sie mit der schmalen, kleinen, mageren Hand über mein Haar und sagte, Meine süße, kleine Thymie, meine arme, kleine Dirn, was soll aus dir werden, wenn ich dich doch wenigstens hätte großziehen dürfen? Ich wusste nicht recht, was ich dazu sagen sollte. Mir war es sehr beklommen und traurig zumute. Eines Nachts wurde ich geweckt. Als ich die Augen aufmachte, stand die Krankenschwester vor meinem Bett. Zieh dich an, kleine Thymian, und komm mit herüber, sagte sie. Deine liebe Mutter will in den Himmel gehen und möchte dir gern Adieu sagen. Ich fing laut an zu weinen, aber die Schwester sagte, ich dürfe nicht weinen und der lieben Mutter den Abschied schwer machen. Denn für sie sei es eine große Gnade und Freude, dass sie nach langem Leiden nun in das schöne Paradies dürfe. Da hielte ich das Schluchzen zurück, denn ich hatte riesig viel Respekt vor der Schwester. In Mutters Schlafzimmer waren Tante Frieda und der Pastor und auf dem Tisch neben dem Bett brannten Wachskerzen, denn Mutter hatte in der Nacht das Abendmahl bekommen. Vater war nebenan im Wohnzimmer. Man sah Mutter kaum im Bett, so weiß und klein war ihr Gesicht. Mir war sehr bange. Sie röchelte so entsetzlich. Als sie mich sah, wurde sie sehr unruhig. Sie griff mit beiden Händen nach mir und ich musste mich über sie neigen und sie auf beide Wangen küssen. Und sie hielt mein Angesicht mit ihren feuchten, kalten Händen fest und seufzte immer zu und sprach, aber ich konnte nicht richtig verstehen, was sie sagte. Ich glaube, sie sagte, dass sie mich so fürchtbar gern mitnehmen möchte. Und dann küßte sie mich wieder und schrie auf und röchelte so jämmerlich. Es war geradezu entsetzlich. Der Pastor sagte, Wir wollen ihr Kind der Treue unseres Heilands empfehlen, liebe Frau Gotteball. Wir wollen beten. Aber Mutter hörte nicht. Sie weinte so furchtbar und ich auch. Da hörte ich, wie die Schwester leise zum Pastor sagte, Das Kind muss hinaus. Es ist eine Quälerei für die arme Frau. Sie kommt nicht eher zur Ruhe. Und dann küßte Mutter mich nochmal und dann kam wieder ein Anfall und da nahm Schwester Anna mich an der Hand und führte mich hinaus. Ich konnte lange nicht wieder einschlafen, aber schließlich schlief ich doch ein. Am anderen Morgen kam die Schwester wieder zu mir und sagte, dass Mutter in der Nacht zum lieben Gott gegangen sei. Das war am Dienstag und am Sonntag wurde Mutter begraben. Es waren grässliche Tage. Mutter lag in der besten Stube. Mich graute vor ihr, wie sie so steif und eiskalt da lag und es zog mich auch wieder zu ihr hin. Am Sonntag war sehr schönes Wetter. Als ich gleich nach Mittag an der Tür stand, kamen Fiete, Rasch und Liede Peters und fragten, ob ich nicht ein bisschen mit ihnen Marmel spielen wollte. Nur ein Pott. Und das tat ich denn. Wir gingen unter die Linden, gerade vor unserem Haus und ich gewann Fiete rasch im Handumdrehen zwanzig Marmeln ab. Wie ich sie einraffen wollte, nahm er mir zwei weg und lief davon. Ich ihm nach, Liede auch und plötzlich, ich weiß nicht, wie es kam, spielten wir Greif und schrien und lachten laut. Und ich hatte im Augenblick alle Traurigkeit vergessen und würde auch erst noch nicht daran gedacht haben, wenn Tante Frieda nicht plötzlich gekommen wäre. Sie hat wirklich ein Talent, immer gerade dann wie ein Deus Ex Machina vor einem aufzusteigen, wenn man sie am wenigsten gern haben möchte. »Thymian«, rief sie entrüstet, »Mädchen, bist du denn so gottvergessen herzlos, dass du dich nicht mal heute ruhig verhalten kannst am Begräbnistag deiner Mutter?« Da fing ich bitterlich an zu weinen, denn ich sah ein, dass ich wirklich sehr schlecht gewesen war. Tante Frieda streichelte mir die Wangen und seufzte. »Armer Lüthias Dackel, du ahnst in deiner Dummheit nicht, was sie dir heute hinaustragen,« sagte sie, und dabei liefen ihr die hellen Tränen aus den Augen. Um vier Uhr brachten wir Mutter nach dem Kirchhof. Der Pastor wandte sich in seiner Rede auch an mich und ermahnte mich, immer gut zu bleiben und es nie zu vergessen, dass Mutters letzter Gedanke ein Gebet für mich gewesen sei. Viel hörte ich nicht. Mir wurde auf einmal ganz schwarz vor den Augen und dann weiß ich nichts mehr, als dass ich erst im Wagen wieder zu mir kam. Ich war nämlich auf dem Kirchhof ohnmächtig geworden. Die erste Zeit nach Mutters Beerdigung war sehr traurig. Das Haus kam mir so furchtbar groß vor. Es war mir, als sei ein Loch im Hause. Es war doch ganz anders als damals, wie Mutter in Davos war. Oft ging ich heimlich nach dem Kirchhof und setzte mich auf Mutters Grabhügel. Auf den weißen, verwürstelten Kranzschleifen stand auf Wiedersehen gedruckt. Der Pastor sagt ja auch immer, dass man sich im Himmel mal wieder sieht. Aber ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass man jemand, der da tief in der schwarzen, klebrigen Erde eingescharrt ist, noch mal wieder sehen kann. So vieles, an das ich vor Mutters Tod gar nicht gedacht hatte, fiel mir wieder ein. Wie oft sie mich früher auf den Schoß genommen und lieb gehalten hatte. Eine große Sehnsucht nach ihren Küssen überkam mich. Ich fühlte mich so sehr einsam und verlassen mit einem Mal. Am Abend war es schön auf dem Kirchhof. Die Linden blühten und die Narzissen dufteten. Wenn ich die Augen zumachte, träumte mir, dass Mutter in einem weißen Kleid an mich heranschwebte und mich küsste. Manchmal sah ich sie so deutlich, dass ich die Arme ausstreckte, um sie festzuhalten. Einmal holte Vater mich um zehn Uhr abends vom Kirchhof. Er war sehr bestürzt, schien mir. Aber Thymie, mein kleiner Engel, das ahnte ich ja gar nicht, dass du dich hier auf dem Kirchhof umhertreibst und dich grämst, sagte er. Tante Frieda verriet es mir heute. Das darfst du nicht, mein Liebling. Du musst dich jetzt beruhigen. Wir müssen ja alle mal sterben. Aber bis es so weit ist, müssen wir das schöne Leben genießen. Ich nehme dich zum Herbst mit nach Hamburg zum Zirkus Renz und kaufe dir eine Puppe so groß wie ein Kind. Versprich mir, dass du nicht wieder heimlich nach dem Kirchhof gehst. Ich versprach es und ging vorläufig auch nicht wieder hin. Dann kam allmählich alles ins alte Gleis. Tante Frieda inspizierte alle Nase lang unser Haus und schimpfte und kalfaktorte und giftete sich. Wie gewöhnlich. Sie hätte gern gesehen, wenn Vater eine ältere Dame als Respektsperson ins Haus genommen hätte. Vater wollte aber nicht. Er sagte, Mutters lange Krankheit hätte so viel gekostet und er müsse erst mal wieder zu Atem kommen. Wir wurden auch sehr gut mit unseren zwei Mädchen fertig. Die Köchin war auch schon eine ältere Person und schon sieben Jahre bei uns. Als Stubenmädchen hatten wir damals Lene Hannemann, eine Tochter vom Fischer Hannemann aus der Wiedemann-Gasse. Lene war erst 17 Jahre und ein sehr nettes, hübsches Mädchen. Sie konnte so schön mit mir spielen. Leider kam sie im September mit einem großen Krach weg. Weshalb, weiß ich nicht. Es würde mich auch weiter nicht interessiert haben, wenn sich nicht unmittelbar daran für mich ein Ereignis geknüpft hätte. Also eines Tages erschien Frau Hannemann bei uns, machte einen Höllenlärm und schrie, Lene soll sofort ihre Sachen packen und mitkommen. Auf der Hinterdiele lief Vater ihr in den Weg und da stellte sie ihn und schimpfte gräulich und fuchtelte ihm immer mit der eisernen Fischwaage vor den Augen, dass ich heilbange war, sie könnt ihn hauen. Sie sprach so rasch, dass ich nur ein paar Worte verstand und die waren nicht die feinsten. Vater rief, sie solle sich zum Teufel scheren, aber sie spektakelte fort und lief in die Küche und brüllte laut. So'n verfluchten Kerr, sie'n Stackels frühes noch nicht richtig kolt in de Grund und nu will so'n Biest all so'n junge Dirn angarn. Man schuldet A's verrafft die Biedebehen in de Rökerkammer obhangen. Mir war richtig unheimlich. Ich dachte, Frau Hannemann wäre verrückt geworden. Ich war froh, als sie mit Lene aus dem Hause war. Zwei Tage danach, wie ich aus der Schule kam, saß die halbe Verwandtschafts-Clerisei um den runden Tisch im Wohnzimmer und trank Kaffee. Onkel Henning und Tante Wiebke, Leensmann Pons und Tante Frauke und natürlich die unvermeidliche Tante Frieda. Vater sah sehr rot und alteriert aus. Ja, nun komm man her, Thümi, sagte er. Hier ist großer Familienrat deinetwegen abgehalten. Die Tanten und Onkeln meinen partout, du müsstest nach Tee in Pension. Was meinst du dazu? Willst du das? Thümi hat gar nichts zu meinen und zu wollen, sondern nur zu sollen und zu gehorchen und als ordentliches Kind das zu tun, was wir Erwachsene zu ihrem Besten anordnen, sagte Tante Frieda mit ihrer harten, spitzen Stimme. Du altes Aas, dachte ich bei mir, sagte aber natürlich nichts. Jawohl, jawohl, nur zu gehorchen, pappelte Onkel Henning nach und die Tanten nickten dazu wie porzellanene Pagoden. Ich merkte wohl, Vater war es lange nicht recht, aber er ist viel zu gut und er kann nicht gegen Tante Frieda mit ihrem Maulwerk an. So wurde dann beschlossen, dass ich am 1. Oktober nach Tee sollte. Als die Sippschaft fort war, tröstete Vater mich und sagte, er tät mich doch bald wieder heimholen und er würde mich jeden Monat einmal besuchen und mir jedes Mal etwas Schönes mitbringen. Vater hat mich sehr lieb. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Ich dachte erst, ich würde gar nichts zu schreiben haben. Aber nun ich einmal im Gang bin, sehe ich, dass ich doch eine Menge erzählen kann. Wenn ich alles, was ich in Tee erlebte, niederschreiben wollte, würde ich ja das halbe Buch ausfüllen. Ich werde mich deshalb nur an die Hauptsachen halten. Zuerst kam ich zum Pastor Flau. Da waren noch zwei Schulmädchen mehr in Pension. Die Lebensführung im pastorlichen Haushalt machte seinem Namen alle Ehre. Sie war mehr als Flau. Frau Pastorin hatte fünf kleine Kinder und kein Dienstmädchen, dafür aber drei Haushaltselevinnen, die jede 350 Mark zubezahlten. Diese drei Mädel hatten jede ihre bestimmte Arbeit oder Woche, wie sie sagten. Eine besorgte die Küche, eine machte die Zimmer, eine hatte die Kinderstube zu beaufsichtigen. Jede Woche wechselten sie ihre Beschäftigung ab. Wenn dann das Jahr um war, hatten sie alles gelernt. Kochen, Haushalt, Kinderhüten. Und der Frau Pastorin war ihre Arbeit umsonst getan und verdiente sie ausgerechnet noch tausend Mark dazu. Sie selbst, die Frau Pastorin, schrieb in ihrer freien Zeit Romane. Sie sagte, es sei der schönste Traum ihres Lebens, mal in der Gartenlaube herauszukommen. Es gab die ganze Woche Mittagsgehacktes, Sonntagsbraten, Montagsfrikandellen, Dienstags-Klopse, Mittwochs falscher Hase, Donnerstags aufgebratene Scheiben vom falschen Hasen, Freitags-Haschee, Sonnabends-Ragout von Suppenfleisch oder, wenn es gut ging, gefüllten Sellerie oder verlorene Vögel, nämlich gehacktes, in Kohlblätter gewickelt und gebraten. Einmal, als der Generalsuperintendent zu Tisch da war, gab es Frikandellen als Zwischengang. Und der alte Herr lobte diese Frikandellen über alle Maßen und bat sich das Rezept aus. Na, wir dachten unser Teil. Uns wurde schlimm, wenn wir sie sahen. Vater kam jeden ersten Sonntag im Monat und brachte mir viel Schokolade mit. Und fast jedes Mal bekam ich ein Zehnmarkstück als Taschengeld. Da aß ich mich in der Konditorei an Cremeschnittchen satt, wenn ich mittags hungrig vom Tisch aufstand. Zuweilen besuchte Meinert mich auch. Nach einem Jahr wurden Flaus versetzt. Ich kam dann zu zwei alten Fräuleins, die Pensionärinnen hielten. Im Ganzen waren wir sieben Mädchen da. Die anderen waren Nordmarscher Hofbesitzertöchter. Wir waren fast alle ungefähr gleich alt und gingen natürlich alle in Fräulein Lundbergs höhere Töchterschule. Insofern war es in der neuen Pension netter, als die Kost dort besser war und nebenan ein Gymnasialprofessor wohnte, der auch Pensionäre hielt, und zwar Knaben, wodurch wir etwas Unterhaltung hatten. Unsere Pensionsmütter, die Fräulein Saß, lebten in Feindschaft mit Professors wegen der Hühner. Professors Hühner kamen nämlich immer in Saßgarten und zerkratzten die Spargelbeete und wühlten die Blumenrabatten um. Die Fräulein Saß verlangten, Professors sollten ihre Hühner aufschütten. Aber Professors behaupteten, es wären andere Hühner. Ihre Hühner täten so etwas nicht. Nun waren aber sonst gar keine Hühner in der Nachbarschaft da. Die Fräulein Saß und Professors wechselten wegen der Hühner Dutzende von beleidigenden Briefen. Und es war eine Seltenheit, wenn Professors Hühner nicht unser Tischgespräch beherrschten. Trotzdem es uns streng verboten war, mit Professors Pensionären zu reden, lernten wir sie doch kennen. Und zwar in der Mittagsstunde, wenn die alten Damen schliefen und wir uns unten im Garten in der Laube aufhielten, während die Jungen nebenan auf dem Turnplatz waren. Sie kletterten dann über die Planke und kamen zu uns oder saßen auf dem höchsten Turnreck, wo sie uns auch sehen und mit uns sprechen konnten. Die meisten von ihnen waren Nordmarscher und Nordschlesweger und einige kannte ich von meinen Besuchen bei unseren Verwandten her. Auch ein Vetter von meiner besten Freundin Anni Meyer, die auch bei Sass in Pension war, Boy Detlefs, war bei Professors. Die beiden wollen sich heiraten, wenn Boy erst Doktor ist. Er will nämlich Medizin studieren. Damals ging er noch in Sekunda. Dann war auch ein richtiger Graf da. Kasimir Ostdorf mit zwei F. Das ist nämlich Feudaler, sagt er. Es existiert auch noch eine Familie Ostdorf mit einem F. Aber das ist nur ein kleiner, ordinärer Adel und zählt nicht, sagt Ostdorf. Wir hatten jede unseren speziellen Freund. Und Ostdorf war meiner. Er ist nicht gerade hübsch. Seine Unterlippe hängt ein wenig vor, sein Gesicht ist ein wenig gedunsen und seine hellgrauen Augen sehen immer aus, als ob er schläft. Anni nennt seine Augen Schellfisch-Augen. So ist er noch heute. Boy Detlefs behauptet, Ostdorf wäre dumm wie Stroh und faul wie Ruß. Was mir so sehr an ihm gefiel und noch heute gefällt, sind seine Stiefel und seine Hände. Ich habe nie zuvor so wunderbare Stiefel und so entzückende Hände gesehen. Die Stiefel sitzen wie an den Füßen gewachsen, glatt und blank wie Aalhaut. Und die Hände sind weiß und samtweich und die Nägel sind so schön rosenrot mit schneeweißem Rand wie bei einer sehr feinen Dame. Kasimir Ostdorf ist das zweitjüngste von sechs Kindern und seine Mutter ist Witwe. Viel Vermögen ist nicht da. Der älteste Sohn bekommt das Gut und da dieses überschuldet ist, bleibt für die anderen nicht viel übrig. Nach seinem Abiturium sollte er eigentlich Forstwissenschaft studieren. Er hatte noch nicht sein einjährigen Zeugnis. Ostdorf machte gar kein Hehl daraus, dass ihm das Lernen zuwider war. Er sagt, die heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse wären oberfaul und der Staat würde über kurz zugrunde gehen, wenn nicht eine kräftige Reaktion ans Ruder käme. Anstatt dass so viele Millionen für allerhand dumme Reihen zum Fenster hinausgeworfen würden und die Regierung mit dem Mob kokettiere, indem sie allerlei Wohlfahrtsbestrebungen sanktioniere, müsse ein Ehrenunterstützungsfonds für unbemittelte Edelleute gegründet werden. Dieser Fonds müsse dazu dienen, dass die Zinsen an alle richtig feudalen, unvermögenden Adligen derartig verteilt würden, dass ihnen dadurch ein standesgemäßes Auskommen ohne Arbeit ermöglicht werde und die Edelsten des Reiches nicht gezwungen wären, sich in niederem Broterwerb mit dem Bürgervolk zu liieren. Dieses wäre nur für den Staat von Vorteil, indem der Adel dadurch gekräftigt würde. Denn es gäbe nur drei berechtigte Stände, Adel, Geistlichkeit und Proletariat. Die Übergangslagen, der sogenannte breite Mittelstand, sei der Krebsschaden eines feudalen Staatswesens. Der Adel sei da zum Befehlen und das Proletariat zum Arbeiten und Dienen und die Geistlichkeit für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Die Bourgeoisie sei der Nährboden aller Revolution. Es sei eine Schande, dass ein junger, hochbegabter Mann aus altem, edlem Geschlecht wie er, ein Ostdorf mit zwei F, mit Bauernjungen und Bürgersöhnen, dieselbe Schulbank drücken und sich von bürgerlichen Lehrern an Schnauzereien gefallen lassen müsse. Er entwickelte mir oft stundenlang seine Ansichten, die ich keineswegs unterschreiben möchte, die ich aber teilweise sehr merkwürdig und interessant fand. Die anderen Mädchen wollten ihre Freunde alle heiraten, aber Ostdorf sagte mir gleich im Anfang, dass er mich nicht heiraten könne. Vor Jahren, erzählte er mir, habe er sich in die entfernte Verwandte einer angeheirateten Cousine verliebt. Als besonnener Mann sei er aber nicht gleich mit einer Erklärung losgerückt, sondern hatte sich vorher erst gründlich erkundigt und ihren Stammbaum beaugenscheinigt. Und da hatte es sich herausgestellt, dass ihre Urgroßmutter mütterlicherseits eine sächsische Geheimratstochter namens Düppel gewesen war. Niemals hätte er es sich verziehen, wenn er durch ein leichtfertig gegebenes Ehrenwort seiner Familie eine solche Schmach zugefügt hätte. Es sei sein Stolz und seine Ehre, sein Wappenschild blank zu halten und diese Urgroßmutter Düppel wäre ein furchtbarer Fleck gewesen. Ich muss sagen, seine Aufrichtigkeit berührte mich sympathisch. Sonst gefällt mir, wie gesagt, nichts an ihm wie die Nägel und die Hände. In Fräulein-Lundberg-Schule schnitt ich soweit ganz gut ab. Ich war gerade ein halbes Jahr in der ersten Klasse, als der große Kladderer Dutch kam, der meinem Aufenthalt in Tee ein vorzeitiges Ende bereitete. Das kam nämlich so. In Tee wurde eine große Hochzeit gefeiert, zu der Fräulein Sass und auch Professors eingeladen waren. Wochenlang hatten die Fräuleins überlegt, ob sie Professors wegen ablehnen sollten oder nicht. Die Hühnerfeindschaft war so groß, dass sie stark drei Viertel geneigt waren, eine Absage zu schicken. Aber schließlich entschlossen sie sich doch hinzugehen und Professors wie Luft zu behandeln. Wir hatten für den Hochzeitstag mit Professors Jungen einen Ausflug nach dem grünen Baum verabredet. Das heißt nur Anni Meier, Lina Schütt und ich, Boy Detlefs, Heite Butenschön und Ostdorf. Die anderen Mädchen waren alle jittig. Der grüne Baum ist ein einsames Wirtshaus, eine Stunde wegs von Tee und ist berühmt wegen der feinen Grocks, die es da gibt. Wir gingen gegen fünf Uhr nachmittags weg und bummelten langsam die Chaussee hinaus, sodass es schon fast sieben war, als wir im grünen Baum anlangten. Dort eingekehrt bestellten wir uns sechs Grocks und stießen an und tranken aus. Das Zeug brannte wie Feuer auf der Zunge. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas Feines daran finden konnte. Aber Boy sagt, wir müssten anstandshalber noch eine Runde nehmen, sonst sähe es zu lumpig aus und auf einem Bein könne man überhaupt auch nicht stehen. Ich dachte, denn man zu, halt den Atem an und trink es wie Medizin. Aber es war sonderbar, ob die Wirtin nun das zweite Mal besseren Rum genommen und mehr Zucker hineingetan. Das zweite Glas schmeckte viel besser, man wurde so schön warm danach und so lustig. Nachher tranken wir noch ein Glas, weil es so schöne ging, sagte Boy Detlefs und wir wurden immer ausgelassener und lachten wie toll. Dann ließ Boy Detlefs eine Bohle kommen und sagte, wir feierten seine und Annis Verlobung und da gab's ein Hallo und dann tranken wir alle miteinander, du und du. Zuletzt wurde mir übel von dem heißen, starken Zeug und die anderen mochten auch nicht mehr. Um Viertel nach neun brachen wir auf, aber es wurde beinahe zehn, ehe wir fortkamen. Wie ich aus der warmen Stube hinaus in die Luft trat, drehte sich alles vor meinen Augen und es war gut, dass Boy Detlefs hinter mir stand und mich festhielt, sonst wäre ich umgepürzelt. Ja, Thymian, das ist recht, bleib man bei uns und halt dich lieber an Menschen als an den ollen Kretin, sagte er. Der Ostdorf hat heute Abend genug mit all seinen Äffen zu schleppen. Er hat heute davon vier, zwei Äffen im Namen und zwei in seinem Kopf, nämlich einen Affen. Und während er meine Hand festhielt, bummste er Ostdorf, der tatsächlich erbarmungswürdig aussah, auf den Schädel und schrie, wie klingt das hohl, wie klingt das hohl? Darüber mussten wir lachen. Aber Anni kam wie ein Stoßvogel von hinten und haute mich auf die Hand, die Boy festhielt und rief, ich solle mich fortscheren, ich hätte mit ihrem Bräutigam nichts zu schaffen. Da nahm Boy sie in den anderen Arm und dann trollten wir ab, indem wir bunte Reihen bildeten und die Chaussee sperrten. Aber als wir an die Luft kamen, wurde uns recht schlecht. Anni jammerte laut, sie konnte nicht gehen. Ich schleppte mich auch nur mit Mühe und Not fort und Lina Schütt hinkte wie ne angeschossene Krähe. Aber die Jungen, das heißt Boy Detlefs und Buten schön, hielten uns fest und buxierten uns weiter. Da auf einmal gab es einen Knacks in der Reihe. Ostdorf, der an einem Ende ging und von Lina untergefasst wurde, war von übergefallen und riss Lina mit und um ein Haar wären wir alle gestürzt. Aber während Boy und Buten schön sich um die beiden, die sich im Chaussee-Schmutz wälzten, bemühten, taumelten Anni und ich seitwärts nach dem Graben. Ich setzte mich auf einen Chausseestein und Anni warf sich auf den Bauch ins nasse Gras und fing laut an zu schreien, sie müsse sterben und sie gehe keinen Schritt weiter. Es sei schon einerlei, wo sie verende. Es wäre doch gleich vorbei mit ihr. Niemand hörte auf sie, denn Boy und Buten schön hatten genug mit Ostdorf und Lina zu tun und es gelang ihnen nur, Lina auf die Beine zu bringen, aber fort konnte die auch nicht mehr. Die beiden Jungen beratschlagten, was sie tun sollten und kamen endlich zu dem Schluss, dass sie nach Tee laufen und einen Wagen holen wollten, damit wir alle noch vor Toreschluss in die Kajüte kommen konnten. Dann rannten sie fort und wir blieben an der Chaussee zurück. Lina und Anni heulten um die Wette, Ostdorf grunzte wie ein Schwein im Chausseepatsch und die Mädchen fingen an zu würgen und sich zu erbrechen. Das ekelte mich so, dass mir beinahe auch schlimm geworden wäre und deshalb schleppte ich mich etwas weiter fort, aber die Füße waren mir so schwer, dass ich mich bald wieder am Graben hinsetzte. Ich merkte wohl, dass ich ebenso wie die anderen total betrunken war, aber ich wusste, sah und hörte alles. Weil mir der Kopf so wehtat, streckte ich mich lang im Gras aus und blinzelte in die Luft. Der Mond spiegelte sich in den Regenpfützen der Chaussee und Millionen Sterne standen am Himmel. Wie ich so hinauf sah, war es mir, als wären die Sterne lauter helle Menschenaugen und als gehörten zwei davon, zwei goldene, klare, meiner lieben, toten Mutter. Da machte ich die Augen zu, denn ich konnte diese beiden Sterne nicht ansehen. Mir war plötzlich sehr weh ums Herz. Ich schämte mich so fürchterlich. Es ist gewiss nichts Feines, wenn Schulmädchen sich vollsaufen und wie das liebe Vieh am Wege liegen bleiben. Aber wer konnte auch wissen, dass das Deibelszeug so nachwirkt. Damals, an dem Therese-Krones-Abend, war es doch viel netter. Das habe ich jetzt heraus, dass ein Sektrausch ein viel feineres Ding ist als ein ordinärer Rumaffe. Das ist ungefähr ein Unterschied wie zwischen einem Rassehund und einem ekligen, kläffigen Dorfköter. Nach einer Weile kam ein Wagen. Als die Leute das Jammern von Anni und Lina hörten, hielten sie an und kletterten ab. Es war ein Schlachter, der mit einigen Viehkommissionären über Land gefahren war und diese Menschen sammelten nun unter lautem Gelächter Ostdorf und die Mädchen auf den Wagen. Um nicht allein zurückzubleiben, kletterte ich auch hinauf. Aber ganz allein, denn mit mir wurde es schon allmählich besser. Was wir da auf dem Wege nach Tee für Witze und rohe Späße über die höheren Töchter und den gelehrten Jungen anhören mussten, das geht schon auf keine Kuhhaut mehr. Es war das reine Fegefeuer. Anni und Lina waren noch nicht in der Verfassung alles zu verstehen, aber ich habe auf diesem Wege meine Sünden an dem Abend abgebüßt, das kann ich mit gutem Gewissen behaupten. Um nur nichts zu hören, stopfte ich mir die Finger in die Ohren, so entsetzlich war das. In Tee luden uns die Kalle vor dem Schlechterladen ab, und die Frau Schlechtermeister kam mit der Lampe heraus und die Dienstmädchen und Gesellen ebenfalls, und das Lachen und Witze reißen ging von vorne los. Wie Ostdorf nach Hause gekommen ist, weiß ich nicht. Fräulein Sassmädchen brachten Lina und Anni zu Bett, und für Lina musste der Doktor geholt werden. Ich suchte es zu verhindern, aber Lina war wie verrückt und wollte partout sterben. Gerade wie vorher Anni. Na, am anderen Morgen war die Stadt natürlich voll von unserem Abenteuer. Fräulein Lundberg schickte uns nachmittags aus der Schule nach Hause, weil eine Untersuchung eingeleitet werden sollte. Das Resultat dieser Untersuchung aber war, dass wir alle drei geschasst wurden. Fräulein Lundberg behauptete, ein solcher Fall von unmoralischem Lebenswandel wäre in den Annalen ihrer Schule noch nicht verzeichnet und unser Beispiel würde verderblich auf unsere Mitschülerinnen wirken. Es sei eine Existenzbedingung ihrer Schule, dass sie sich alle schlimmen Elemente fernhalten müsse. Anni und Lina heulten wie die Schlosshunde und Anni war so gemein, alle Schuld auf mich schieben zu wollen, womit sie aber nicht durchkam. Was die Jungen anbelangte, so teilte Ostdorf unser Schicksal. Er wurde mit Schimpf und Schande relegiert, trotz seiner zwei Äffen. Boi Detlefs und Butenschön kamen mit einem Verweis davon, was ich nun sehr ungerecht fand, denn es lag doch kein anderer Milderungsgrund für ihr Verhalten vor, als dass sie ihren Affen besser zu tragen verstanden wie der arme Ostdorf. Einige böse Zungen behaupteten, der Direktor hätte gegen Boi nicht so scharf sein dürfen, weil Frau Detlefs der Frau Direktor jeden Sonnabend Dreikopf Butter und Einstiegeier umsonst brachte. Ob's wahr ist, weiß ich nicht. Die anderen Mädchen weinten Tag und Nacht, weil sie Furcht vor ihren Eltern hatten. Ich gar nicht. Ich wusste, dass Vater mir nichts tun würde. Nur vor Tante Friedas bösen Augen hatte ich ein bisschen Angst. Vater holte mich am anderen Abend ab. Er war gar nicht böse, und schimpfte nur auf Fräulein Lundberg, es sei von der ollen Schachtel eine Kleinlichkeit und Engherzigkeit über alle Maßen, einen solchen Kinderstreich gleich so schwarz anzustreichen, sagte er, und er freute sich, dass ich nun wieder nach Hause komme. Er hätte mich doch sehr entbehrt. Ich freute mich auch. Zu Hause hatten sie die Türe begrenzt und ein transparent willkommen angebracht. Ich war so gerührt, dass ich vor Freude weinte. Im Hause hatte sich wenig verändert, nur dass statt der ollen Köchin eine Wirtschafterin im Hause war, eine ganz hübsche, aber sehr dicke Person. Fräulein Reinhardt hieß sie. Als wir zu Abend gegessen und die Reinhardt hinaus und Meinertt wieder in die Apotheke war, setzte Vater sich zu mir aufs Sofa und unterhielt sich mit mir ganz vernünftig, wie mit einer erwachsenen Dame. Es sei ein Elend mit den Wirtschafterinnen, erzählte er mir. Die Reinhardt wäre nun die vierte in zwei Jahren. Er sei sehr froh, wenn ich erst mal so weit wäre und den Haushalt führen könnte, dass man das fremde Pack nicht mehr dann nahm er meinen Kopf in seine linke Hand und sah mich lange an und strich mit der rechten Hand über meine schwarzen Zöpfe und sagte, ich sei hübsch geworden, bildhübsch und wenn ich mal erwachsen wäre, täte er mit mir in Bäder reisen, damit ich Bekanntschaften mache. Es wäre ein Jammer, wenn ich hier in dem Drecksnest versauere und einen der dämlichen Filister heiraten müsse. Weißt du, wem du ähnlich siehst, Tümi? sagte Vater. Ich schüttelte den Kopf. Der Mutter schlägst du nicht nach. Die hatte ein kleines, pusseliges Gesichtchen, aber eine Schönheit war sie nie. Von mir hast du die Schönheit auch nicht geerbt. Aber frage mal Tante Frieda nach dem Bild deiner Urgroßmutter, Madame Claire Gotteball. Es muss irgendwo in der Rumpelkammer bei ihr stehen. Du wirst da verwandte Züge finden. Sie war eine Französin und muss eine pikante Schönheit gewesen sein. Was ist das, eine pikante Schönheit? fragte ich. Vater lachte. Das kann ich dir nicht so bedeuten, Tümi. Eine pikante Schönheit ist eine Schönheit, die den Männern gefällt. Nun weißt du es. Ja, nun wusste ich es, aber ich war nicht viel klüger dadurch geworden. Von nun an ging alles seinen gewohnten Gang. Ich ging das letzte halbe Jahr bis zu meiner Konfirmation wieder bei Fräulein Vieterich in die Schule. Eines Tages hatte ich eine große Überraschung. Ich hatte eine Besorgung bei Tante Wiebke Henning zu machen und an der Ecke der Bismarckstraße begegnet mir Kasimir Ostdorf. Ich traute meinen Augen nicht, aber er war es in Lebensgröße. Und es ging alles mit rechten Dingen zu. Er ist bei Dr. Bauer in Pension und soll dort zum Einjährigen gepresst werden. Dr. Bauer war zurzeit Hauslehrer beim Grafen von und zu Y der in Berlin ein großes Tier und Kasimirs Vormund ist. Ostdorf jammerte, dass er hier in G mit noch gemischteren Elementen in Berührung käme als in Tee. Ich tröstete ihn und wir verabredeten uns öfter zusammenzukommen. Ich habe hier seit meiner Rückkehr keine richtigen Freundinnen. Anni Meier ist nach Wandsbeck und Lina Schütt nach Kiel in Pension gekommen. Da ist es doch ganz nett, dass ich wenigstens noch einen Freund habe, mit dem ich mal plaudern kann. In dem letzten Jahre bis zu meiner Konfirmation passierte nichts Besonderes. Mit unserer Wirtschafterin stehe ich mich ganz gut. Sie ist gefällig und freundlich. Wenn sie nur nicht so schrecklich gefräßig wäre. Ich kann die Menschen nicht leiden, die immer essen. Es ist unglaublich, was sie bei Tisch für Portionen verschlingt. In der Zwischenzeit schnuckert sie immer noch aus den Taschen. Unausstehlich Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Tagebuch einer verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Jeden Mittwoch und Sonnabend ging ich zur Konfirmationsstunde. Zuerst waren mir diese Stunden beim alten Pfarrer gräulich, später ging ich gern hin. Ich war bisher nicht fromm gewesen, aber der alte Pfarrer hat eine merkwürdig innige Art einem zu Herzen zu sprechen. Wenn die Stunden aus waren um sechs, dämmerte es schon und ich machte dann oft einen Umweg, um über das Gehörte nachzudenken. Es machte einen so tiefen Eindruck auf mich, von der Liebe zu hören, die alle Schuld auslischt und die gnädig alle Gebrechen und Sünden der Menschheit mit ihren sanften Fittichen zudeckt. Ich musste dann immer an unser schimpfliches Abenteuer vom grünen Baum und die schreckliche Heimfahrt mit den Viehmenschen denken. Wenn Vater in seiner großen Herzensgüte es auch als Kinderstreich hinstellt, ich fühlte doch, dass es etwas Hässliches war und ich kann nicht den Gedanken loswerden, dass Mutter mich damals gesehen hat und traurig über mich war. Ich besuchte in dieser Zeit auch wieder öfters Mutters Grab und mir war jedes Mal sehr fromm und traurig zumute. Ich nahm mir vor, auch nach meiner Einsegnung, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen und ein braver, guter Mensch zu werden. Der Pfarrer ist ein reizender alter Herr. Er hat so etwas Liebreiches, Sanftes, natürlich Menschliches, gar nichts Gesalbtes und mir war es manchmal so, als ob er sich an mich immer mit besonderer Innigkeit wandte. An meinem Konfirmationstag war die ganze Nordmarscher Verwandtschaft da. Sie kamen schon morgens, um mit zur Kirche zu gehen. Ich wurde beim Ankleiden ohnmächtig, ich glaube vor lauter Aufregung, aber ich kam bald wieder zu mir. Vater wollte mir ein Glas Cognac geben, aber ich konnte es nicht trinken. Seit jenem Abend im grünen Baum habe ich einen entsetzlichen Widerwillen vor Spirituosen. Es war eine herrliche Feier. Der Herr Pfarrer sprach so wunderschöne Worte. Ich saß da wie im Traum. Es war mir, als ob die Klänge der Orgel meine Seele aufhöben und sie zu einer anderen Welt empor trügen und als ob ich da oben Mutter begegnete. Wie wir dann niederknieten und unter dem Geläut der Glocken unser Glaubensbekenntnis ablegten, schluchzte ich laut auf, so überwältigt war ich. Nachher bekamen wir jede unseren Bibelspruch, der meine lautete, unser Wandel aber sei im Himmel, von dannen wir warten unseres Heilandes Jesu Christi. Die Orgel spielte weich und leise, während wir eingesegnet wurden. Nach Schluss der Feier gingen wir zum ersten heiligen Abendmahl. Ich war so tief bewegt wie nie zuvor in meinem Leben und Vater standen auch Tränen in den Augen, als er mich nach der Feier umarmte und küsste. Dann drängte sich die ganze Sippe um mich herum und beglückwünschte mich, die Onkel und Tanten, die Vettern und Cousinen. Ich kam mir wirklich sehr erhaben vor, als Mittelpunkt des Ganzen um und dran. Wir aßen im Saal, der nur bei besonderen Gelegenheiten benutzt wird zu Mittag und hatten für den Tag eine Kochfrau und einen Aufwärter. Bei Tisch hielt Onkel Leensmann eine Rede, in der er meinen Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt feierte. Sonst ging es sehr still während des Essens zu. Fast wollte mir scheinen ein wenig bedrückt, wie bei einer Leichenfeier. Die Reinhard ließ sich nur wenig blicken. Als wir aus der Kirche nach Hause kamen, sah sie ganz verweint aus, was sich darauf schob, dass sie auch gerührt war und ihr hoch anrechnete. Nach Tisch gingen die Herren ins Wohnzimmer um zu rauchen und die Frauen tranken in der besten Stube, wo mein Geschenktisch stand, Kaffee. Ich hatte viele und hübsche Geschenke bekommen. Von Vater eine lange goldene Kette mit einer kleinen Uhr und einen Diamantring, von Tante Frieda einen Schmuck in altertümlicher Goldschmiedekunst, der ein Familienabstück ist. Dann noch zwei Armbänder, drei goldene Ringe, drei Broschen, einen Schmuck in Silber Filigranarbeit, viele Bücher, Blumen und Kleinigkeiten. Wie ich anscheinend ganz vertieft an meinem Tisch stehe und in Gerox Palmblätter lese, höre ich, wie Tante Frieda und Tante Frauke miteinander tuscheln und fange auch glücklich ein paar Worte auf. Ich wollte, dass Ludwig bald eine brave, tüchtige Frau bekäme, sagte Tante Frieda. Es wäre ein wahrer Segen für ihn und für Tümi und für uns alle. Tante Frauke, die ganz rot war, seufzte und sagte, Ja, es ist ein Skandal für die Familie. Meine arme Schwester würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüsste. Weiter verstand ich nichts. Ich kann mir nur denken, dass sie wieder mein Abenteuer in Tee durchhechelten, denn sonst wüsste ich nicht, weshalb Mutter sich im Grabe umdrehen sollte. Schön finde ich es nun auch nicht gerade, dass das Just an meinem Konfirmationstag wieder aufs Tapet gebracht werden musste. Und dass Tante Frieda Vater deshalb verkuppeln will, ist geradezu lachhaft. Gegen sechs Uhr fuhren die Verwandten weg und auch Tante Frieda empfahl sich. Um halb sieben, als alle fort waren, kam Meinert und rief mich in die Apotheke. Da ist noch jemand, der dir gratulieren will, Tümi, rief er und lachte. Ich ging hinüber und fand Ostdorf. Der arme Karl, er hatte mir auch einen Strauß geschickt, den seinem bisschen Taschengeld ab. Vater lud ihn ein, drüben ein Glas Wein mit uns zu trinken. Nachher kam Meinert auch noch rüber und dann wurde es noch recht gemütlich. Ostdorf tut mir wirklich leid, er ist wieder durchs einjährigen Examen gerasselt. Nun soll er es zum Herbst machen und dann noch ein Jahr bei Dr. Bauer bleiben. Was dann aus ihm wird, weiß er selbst Nun sind schon fünf Wochen seit meiner Konfirmation verstrichen und Tante Frauke brachte mir dies Buch zum Einschreiben. Ich bin neugierig, ob ich etwas erlebe, was sich des Einschreibens lohnt. Tante Frieda will partout, ich soll in die Pension, aber ich will nicht und Vater steht zu mir. Vor 14 Tagen schrieb ich das letzte in mein Tagebuch. Nun habe ich endlich mal wieder was zu schreiben. Viel Besonderes ist es zwar nicht, aber in meinem ereignisarmen Leben muss ich jede Gelegenheit zum Schreiben benutzen, sonst wird das Buch ja mein Tag nicht voll. Also Fräulein Reinhardt ist fort. Ich wusste gar nicht, dass sie weg will. Eines Vormittags komme ich in ihre Stube und sehe, dass sie dabei ist, ihre sieben Sachen zu packen und dabei heult sie, dass sie kaum sprechen kann, als ich sie frage, warum sie denn so schnurstracks abreisen will. Ich kriege auch keine rechte Antwort. Sie weint wie ein kleines Kind und schlucht zum Gott Erbarmen. Ich bin ein merkwürdiger Mensch in der Art. Ich kann nicht gut jemand weinen sehen. Dann steigt mir gleich wie ein Knäuel in den Hals und ehe ich mich versehe, heule ich mit. Da die Reinhardt nun nichts mehr sagte, lief ich zu Vater, der im Wohnzimmer die Zeitung las und fragte ihn, warum die Reinhardt fortgeht. Sie ist krank. Ich kann das ewige Stöhnen und lamentieren nicht leiden, sagte Vater. Oh, sagte ich ganz verblüfft, davon habe ich noch gar nichts gemerkt. Was fehlt dir denn? Lass mich in Ruhe mit deiner ewigen Fragerei, rief Vater so unwirsch, wie ich ihn sonst gar nicht kenne, worauf ich in die Apotheke ging, denn darin bin ich auch komisch, ich muss immer den Dingen auf den Grund gehen und die arme Kreatur, die Reinhard, tat mir furchtbar leid. Meinert mischte gerade ein Pulver, dabei darf man ihn nicht stören. Ich setzte mich auf den Ladentisch und wartete, bis er fertig war. Wissen sie, dass die Reinhard fortgeht? frage ich. Ja, sagte er. Was fehlt ihr? frage ich. Sie leidet am Magen, sagt er, und ich sehe deutlich, dass es unter seinem dünnen roten Schnurrbart zuckt, als ob er lachen möchte. Ach so, sage ich, erleichtert, dass es nichts Schlimmes ist. Das kommt jedenfalls von ihrem vielen Essen. Sie schnuckert ja den lieben langen Tag aus der Tasche. Ganz recht, Tümi, es kommt vom Naschen, ruft Meinert und platzt aus, zu lachen. Und er lacht und lacht und hält sich den Bauch und kann nicht aufhören. Merkt ihr das, Tümi, schreit er, man muss immer zu Essen aufhören, wenn's am besten schmeckt, sonst wird man magenkrank wie Mamsel Reinhardt. Ich ließ ihn lachen, denn ich ärgerte mich und schlug die Tür hinter mir zu. Die arme Reinhardt tat mir doch leid, wenn sie auch nur Magen drücken von der vielen Schokolade, die sie isst hat. Und lächerlich ist das auch nicht. Solche Magenschmerzen können furchtbar sein. Ich hab auch mal welche gehabt, als ich abends zu viel Gurkensalat gegessen hatte. Nun ist Fräulein Reinhardt fort und wir haben noch keine neue. Vater sucht eine im Daheim. Hoffentlich kriegen wir eine nette. Wir haben eine sehr nette bekommen. Eine ganz reizende, liebe, nette, junge Person. Sie ist 24 Jahre alt und eine Weiße. In Naumburg an der Saale geboren. Sie heißt Elisabeth Boyens und ist sehr hübsch. Besonders ihr blondes Haar finde ich reizend. Es ist so lang, dass sie darauf sitzen kann, wenn es aufgelöst ist. Gewöhnlich trägt sie es in zwei Zöpfen um den Kopf gesteckt. Und eine Teile hat sie zum Umspannen dünn. Ich habe mich gleich mit ihr angefreundet. Nun ist es erst hübsch im Hause. Abends gehen wir beide, wenn schönes Wetter ist, immer spazieren, zuweilen auch nach dem Kirchhof oder die Allee an der Stadt entlang. Wir haben mit Himbeerlimonade du und du getrunken und sie hat mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Ihre Eltern hat sie verloren, als sie noch nicht sieben Jahre alt war. Sie sind beide nacheinander am Typhus gestorben und Geschwister hat sie nicht. Dann ist sie bei einem Pastor erzogen, aber der hatte selber acht Kinder und konnte sie nicht länger behalten, als wie Kostgeld für sie bezahlt wurde. Und ihr kleines Kapital reichte nur aus bis zu ihrer Konfirmation und nachher noch ein Jahr fürs Kochen lernen in einer Haushaltungsschule. Dann musste sie gleich eine Stellung annehmen. Seitdem ist sie immer bei fremden Leuten Stellung gewesen und in den meisten Familien war sie nicht auf Rosen gebettet. Auch eine unglückliche Liebe hat sie gehabt. Ganz romantisch ist das. Es war der Sohn einer alten Dame, bei der sie als Stütze engagiert war und der damals, als sie sich kennenlernten, Theologie studierte und nur in den Ferien nach Hause kam. Als die alte Dame merkte, wie die beiden miteinander standen, musste Elisabeth schleunigst aus dem Hause und dann kam sie zu einem Kolonialwarenhändler, wo kein Dienstmädchen war und sie alle Arbeit allein tun musste. Aber sie und Johannes, so hieß der junge Mann, korrespondierten doch noch und wenn er in den Ferien kam, trafen sie einander und wollten sich ganz sicher heiraten. Darüber verging Jahr um Jahr. Johannes machte seinen Examen und bekam eine Vikarstelle und Elisabeth dachte nun ganz gewiss, dass sie bald heiraten würden. Aber es kam anders. Seine Mutter starb und es stellte sich heraus, dass sie gar kein Vermögen besaß, sondern nur ihre Pension und Verwandten Unterstützung gehabt hatte. An einem Tage, nachdem Johannes als Pastor einer kleinen Stadt in Westfalen gewählt war, schrieb er Elisabeth, dass sie einander nicht heiraten könnten, weil sie beide arm wären und man mit 800 Talern keinen standesgemäßen Haushalt führen könnte. Die arme Elisabeth weinte sehr, wie sie mir das erzählte. Ich finde es merkwürdig, dass ein Pastor so viel aufs Geld gibt. Ich dachte früher immer, solche Leute wären mit ihren Gedanken und Idealen stets im Himmel. Aber es scheint doch, dass solch ein Geistlicher ein Mensch wie alle anderen ist und manchmal, wie das Beispiel lehrt, nicht einmal einer von der besten Nummer. Denn das ist, meiner Ansicht nach, doch kein edler Charakterzug, ein junges Mädchen beinahe vier Jahre lang hinzuhalten und ihr dann die Karre vor die Tür zu schieben, weil sie kein Geld hat. Gott sei Dank hat Elisabeth es ziemlich überwunden, sie ist sehr munter und lustig. Wenn wir abends spazieren gehen, gesellt Ostdorf sich öfters zu uns. Elisabeth muss immer über ihn lachen, sie sagt, er kommt ihr zu ulkig vor mit seinem übergeschnappten Standesdünke. Es ist wahr, es ist auch wirklich lächerlich, wie er sich immer hat und ich glaube, Boy Detlefs hatte es so Unrecht nicht, als er ihn als halben Kretin hinstellte. Aber trotzdem sehe ich ihn gern kommen. Vater hat nichts dagegen, dass er uns besucht. Manchmal ist er abends auch bei uns im Garten. Das habe ich noch nicht aufgeschrieben, dass wir einen sehr schönen, großen Garten haben, mit prachtvollen, alten, dickstämmigen Birnbäumen und sehr vielen Blumen, großem Rasen und einer reizenden, heimlichen Pfeifen Krautlaube. Kasimir Ostdorf hat Blumen auch gern, und wenn wir abends beim Gießen sind, vergisst er zuweilen seine gräfliche Würde und die zwei Äffen so weit, dass er höchst eigenhändig Wasser pumpt und mit Begießen hilft. So ein Spaß macht ihm das. Neulich war er ganz selig, da hatte er einen halb ausgegangenen Rosenbusch entdeckt, den er begoss und um den herum er die Erde auflockerte und nachher hat sich der Rosenstock wieder erholt. Ostdorf sagt, er möchte wohl Gärtner sein, aber nur für sich, nicht für andere, denn das wäre natürlich mit seinem Stand unvereinbar. Und dann entwickelte er wieder seine wunderlichen sozialen Ideen und Vater und Elisabeth fragten ihn dies und jenes und so weiter und sahen einander an und lachten und Ostdorf redete sich immer mehr in Eifer und merkte gar nicht, dass wir ihn aufzogen. An schönen Sommerabenden sitzen wir oft in der Laube. Wir haben eine Hängelampe drin, die aber schlecht brennt, sodass trotz ihres Lichts immer eine trauliche Halbdämmerung in dem grünen Bienenkorb herrscht. Vater und Elisabeth plaudern miteinander und ich sitze manchmal eine Stunde lang mit um den Knien geschlungenen Händen und vergesse alles und gehe ganz auf in der traumhaften Schönheit der tiefen feierlichen Abendstille, die dann über dem Garten liegt. Wenn die Wolken so über den dunkelblauen Himmelsgrund und über die blitzgoldene Mondsichel gehen, nichts sich regt, die Bäume groß und dunkel und still dastehen und die Lilien wie weiße Altarkerzen durch den nebelhaften Dämmerungsschleier leuchten und ihr Duft so merkwürdig verwirrend und heraufwühlend wie Weihrauch emporsteigt und die Luft erfüllt, steigt eine seltsame Traurigkeit über mich hin, ein zwiespältiges Empfinden von Sehnsucht und Wehmut. Ich muss dann wieder an Mutter denken, die hier auch einstmals saß und den Duft der Lilien einatmete und die Wolken ziehen sah und die jetzt schon länger als drei Jahre tief unten in der kalten schwarzen Kirchhoferde begraben liegt. Wie seltsam ist das, dass wir Menschen wie die Blumen leben und verwelken und zur Erde werden, wie die abgewehten Herbstblätter. Nur, dass die Blumen immer wieder kommen und die Toten nie wiederkehren. In solchen Stunden ist mir das Herz schwer vor Sehnsucht nach etwas Unbekanntem, nach einem Glück, von dem ich nur einen vagen, umrisslosen Begriff habe und zugleich geht wie ein Schatten eine Ahnung durch meine Seele, dass diese traumhaft stillen, duftgesättigten Sommerabende im Garten meines Vaterhauses einst wie ein verlorenes Paradies hinter mir liegen werden. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Immer, wenn ich so etwas Schönes, Stilles, Ruhiges auf mich einwirken lasse und mir im Grunde so recht wohl ums Herz ist, schwillt im selben Augenblick etwas so Trauriges, Wehmutsvolles in mir an. Gestern Abend auch. Da legt Elisabeth ihren Arm plötzlich um meinen Hals. Wovon träumst du, Thymie? fragte sie. Und als ich aufsah, bemerkte ich erst, dass wir allein waren. Ich träume vom Glück, sagte ich. Ich möchte so gern einmal sehr, sehr glücklich werden. Sag mal, Elisabeth, was hältst du eigentlich für das größte Glück auf der Welt? Ja, das kommt darauf an, sagte sie. Ich glaube, die Begriffe von Glück wechseln mit den Jahren. Als Kind war meine größte Sehnsucht eine Puppe, die Papa und Mama sagen konnte. Als ich verliebt war, hatte ich natürlich keinen sehnsüchtigeren Wunsch, als bald zu heiraten. Und nun? Nun wäre ich vollauf zufrieden, wenn der liebe Gott mir ein eigenes Heim bescherte, setzte sie träumerisch hinzu, einen eigenen Hartwinkel, von dem mich niemand mehr verjagen kann. Am allerliebsten möchte ich ein so ganz kleines, friedliches Heim wie Tante Frieda. So ne alt Jungfern Kabuse rief ich erstaunt. Herrgott, ich kann mir nicht denken, dass es ein Glück geben kann, wenn kein Mann dabei ist. Ja, wenn man so jung ist wie du, meint man das, sagte sie nachdenklich. Aber wenn man älter wird, sieht man ein, dass die Männer einen auch nicht selig machen. Wenn heute ein Mann um mich anhielte, den ich nicht liebe, aber achte und der mir ein Heim bietet, dann würde ich nicht nein sagen. Aber noch lieber wäre es mir, wenn ich zum Beispiel in der Lotterie gewinne und mir dann ein Heim ohne einen ungeliebten Mann gründen könnte. Verstehst du, Tümi? Vollkommen, sagte ich, und es ist ganz meine Ansicht. Ich werde auch nur einen Mann heiraten, den ich liebe, und das muss ein sehr idealer Mann sein, ein durchaus fehlerfreier Mensch. Un gevalier sans peur et sans reproche, scherzte Elisabeth. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du Bräutigam schau hältst, und dann helfe ich dir suchen. Nein, den suche ich mir allein Elisabeth, sagte ich. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Tagebuch einer verlorenen von Margarete Böhme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Tante Frieda kalfaktort nach wie vor in unserem Haushalt herum. Elisabeth war ihr von Anfang an zu jung für uns und sie sagte ihr das schon am ersten Tage gerade vor den Kopf. Ein junges, hübsches, alleinstehendes Mädchen sollte sich immer in den Schutz einer Familie begeben, sagte sie in ihrer bissigen Weise. Wissen sie, Fräulein, dass das Haus eines unverheirateten Mannes ein heißer Boden für ein schutzloses Mädchen ist? Sehen sie sich man vor, dass sie nicht in Anfechtung kommen? Elisabeth war ganz zerschrocken, aber ich beruhigte sie und sagte, sie sollte sich nichts dabei denken. Tante Frieda wäre ein bisschen verrückt. Nun scheint Tante Frieda sich allmählich an Elisabeth gewöhnt zu haben, denn sie ist sehr nett zu ihr und ladet sie oft zu sich ein, wie Elisabeth überhaupt bei allen Leuten, die sie kennen, sehr beliebt ist, auch bei unseren Verwandten. Wir beide werden auch hin und wieder zum Kaffee eingeladen. Vorgestern waren wir bei Tante Wiebke, der Frau Senator Henning. Da war großer Kaffeeklatsch, 22 Damen. Elisabeth ging Tante beim Servieren zur Hand und ich hörte, wie die älteren Damen sie sehr wohlwollend kritisierten. Eine reizende Person, so bescheiden, sagte Frau Senator Jens. Und so tüchtig und gebildet, sagte Frau Doktor Henning, Tante Wiebke Schwägerin. Sie spricht fließend Französisch und spielt allerliebst Klavier und alle Handarbeit kann sie. Sogar Schneidern setzte Tante Frieda hinzu. Thymians Bluse aus lauter Einsätzen und Spitzen hat sie ganz allein genäht. Ach, nicht möglich. Ich habe sie auch schon im Stillen bewundert und dachte, sie wäre aus Hamburg. Nein, solche Perle. Ja, da hat mein Bruder in den Glückstopf gegriffen, als er die kriegte. Raunte und murmelte es von allen Seiten und dann wurde die Bluse besehen und bewundert und Elisabeth bekam auch noch ein paar laute Lobpreisungen ab. Die Damen hatten alle eine Handarbeit mitgebracht und wenn eine Pause im Gespräch eintrat, häkelten und strickten und stichelten sie drauf los, als ob der Deibel dahinter wäre. Kuchen gab es en masse, ich zählte 24 Körbe mit verschiedenem Backwerk und nach dem Kaffee gab es Schokolade mit Windbeuteln und Schlagsahne und ich habe bei einer Dame vier Tassen Kaffee und fünf Tassen Schokolade und sechs Windbeutel gezählt, die sie vertilgte, dazu unzählbares anderes Gebäck. Wenn die kein Magendrücken gekriegt hat, weiß ich es nicht. Geklatscht wird gar nicht, denn es hat vor Jahren hier mal eine eklige Geschichte gegeben. Da hatten sie eine Frau, die angeblich ihren Mann hinter ging, herunter gehobelt und nichts davon gewusst, dass eine, die dabei war, mit der Betreffenden bekannt war. Die hat es der Beklatschten nachher wiedererzählt und diese hat alle Damen, die über sie gesprochen haben, beim Schiedsmann verklagt. Da hat es Heulen und Zähneklappern gegeben und seitdem wird über niemand mehr geschimpft beim Kaffeeklatsch. Allerlei Tagesneuigkeiten wurden durchgehechelt, vor allem die Geschichte vom alten Hinze. Das war ein alter Schuster von siebzig Jahren, der unten am Tiefschiff wohnt und niemals einer Fliege etwas zu Leide getan hat. Von seiner Stallmauer war ein kleines Stück abgebröckelt und da sie eben dabei sind, ein neues Posthaus hinter seinem Garten zu bauen und dort tausende von Ziegelsteinen liegen, dachte er sich nichts dabei und holte sich ein paar zur Reparatur und dachte nicht daran, dass diese Steine dem Fiskus gehören. Irgendein Lumpenhund von Aufseher zeigte es an und vorige Woche wurde der arme alte Mann wegen Diebstahl zu drei Tagen Gefängnis verurteilt. Er wäre gewiss nicht zu sitzen gekommen, der Kaiser hätte ihn sicher begnadigt, aber er wollte es nicht darauf ankommen lassen und hing sich abends in seiner Werkstatt auf. Als sie ihn anderen morgens fanden, war er schon tot. Es ist furchtbar traurig, dass so etwas passieren kann. Mich dünkt, es müsse noch ein besonderer Gesetzesparagraf gemacht werden, der doch einen Unterschied zwischen Nehmen und Stehlen setzt. Denn das war doch nur genommen und nicht gestohlen. Sehr feinfühlig scheinen die Leute, die die Gesetze schreiben, nicht zu sein, sonst würden sie solchen Fall wie diesen in Betracht gezogen haben. Und dann lebte der alte brave Schuster Hinze heute noch. Wenn man hinter der Portiere in der besten Stube sitzt, kann man alles hören, was im Wohnzimmer und wenn man in diesem am Guckfenster steht, kann man alles hören, was in der besten Stube gesprochen wird. Seit ein paar Tagen habe ich das heraus. Ich wollte mir aus der besten Stube ein Buch holen und hörte nebenan Tante Frieda mit Vater plaudern. Für gewöhnlich hypnotisiert mich Tante Friedas holde Stimme nicht besonders, aber ich fing ein paar Brocken auf, die mich interessierten und da horchte ich. Ich weiß nicht, was du willst, sagte Tante Frieda. Sie ist ein braves, tüchtiges Mädchen aus anständiger Familie mit tadelloser Vergangenheit und Tümi ist ihr auch sehr zugetan. Es ist das allerbeste, du heiratest sie, dann ist dir geholfen und Tümi hat dann auch Anhalt und alle Schwätzerei hat ein Ende. Aha, dachte ich, Vater soll Elisabeth heiraten. Na, meins wegen, wenn sie ihn will. Dann sprach Vater, er dächte gar nicht daran, nochmal zu heiraten, er hätte gerade genug gehabt von der Ehe Krüppelei all die Jahre mit der siechen Frau. Außerdem sei sie ihm auch zu jung. Da könnte er gewärtig sein, dass ihm noch ein halbes Dutzend Kinder ins Haus geschneit kämen. Das könnte er schon mir gegenüber nicht verantworten. Und wenn er schon überhaupt nochmal heirate, vielleicht in späteren Jahren, wenn ich versorgt sei, eine ältere, käme nur eine sehr vermögende Frau in Betracht. Die Apotheke sei zu stark belastet. Soweit hörte ich. Nachher interessierte mich das Gespräch nicht mehr. Ich machte mir meine eigenen Gedanken über das Gehörte und freute mich königlich, dass ich mehr weiß, als sie denken. Übrigens stünkt mich Tante Friedas Idee gar nicht mal so übel. Elisabeth wünscht sich nichts anderes als ein eigenes Heim. Das können wir ihr bieten. Und dann haben wir sie fest. So müssen wir uns fürchten, dass sie uns mal weg geht. Ich habe mir es vorgenommen, Vaters Bedenken zu zerstreuen und ein bisschen die Vorsehung zu spielen. Wenn sie wirklich noch ein halbes Dutzend Kinder kriegten, sehe ich doch nicht ein, was mich das angeht. Zu hüten werde ich sie wohl nicht brauchen und im Übrigen habe ich kleine Kinder furchtbar gern. Ich will aber doch lieber noch nichts und nur heimlich beobachten und Schutz Engel spielen. Ach ja, das ist reizend, ich will sie beide glücklich machen. Ich habe sie beide so schrecklich lieb und es würde mir gar nicht schwer fallen, zu Elisabeth Mama zu sagen. Aber auch nur Mama, denn eine Mutter hat man nur einmal und die meine ist beim lieben Gott. Ein paar Mal habe ich einen Anlauf genommen, Vater ein wenig Mut zu machen und ihm zu sagen, er soll nur sein Heil bei Elisabeth versuchen und ich hätte gar nichts dagegen einzuwenden, wenn er sie heiratet. Doch ich kam nie dazu, ich genierte mich immer ein bisschen. Im Stillen beobachtete die die beiden jeden Tag und es scheint mir fast als bändle sich doch allmählich zwischen ihnen etwas an. Elisabeth hat ihre Frisur geändert. Sie trägt das schwere blonde Haar nicht mehr hoch gesteckt, sondern in einem tiefen Knoten im Nacken, was ihr entzückend steht und sie viel jünger macht. Ich bemerke oft, dass Vater sie ganz sonderbar ansieht, seine Augen flimmern dann so komisch und auf seinen Wangen stehen zwei brennende Flecken und Elisabeth wird dann jedes Mal auch glühend rot. Ich glaube, so fängt die Liebe an. Es ist mir wirklich sehr interessant das zu beobachten und ich will alles genau aufschreiben, damit ich weiß, wie es gemacht wird, wenn ich mal selbst verliebt bin. Es wäre auch zu komisch, wenn Vater sich nicht in sie verschöße, wo sie doch so reizend und ich selber ganz weg von ihr bin. Elisabeth brauchte doch auch nicht so furchtbar schüchtern zu sein. Manchmal kommt es mir so vor, als ob sie sich wahrhaftig ein wenig vor Vater fürchtet. In der letzten Zeit ist mir das besonders aufgefallen, das ist drollig, sie ist doch schon 24 Jahre alt. Ich neckte sie einmal damit, da wurde sie ganz rot und dann ganz böse, das heißt, was bei ihr böse ist, zum ordentlich wütend werden, ist sie ja viel zu sanft. Ganz sicher ist es, dass sie jedes Alleinsein mit Vater vermeidet. Wie dumm, er muss sich doch aussprechen. Vor acht Tagen wachte ich von einem Geräusch auf. Wie ich aufsehe, steht eine weiße Gestalt vor meinem Bett. Ich wollte schreien, dann aber merkte ich, dass Elisabeth es ist. Sie zitterte am ganzen Körper und konnte kaum sprechen. Darf ich die Nacht bei dir bleiben, Tümi? fragte sie. Ach, und wie gern! Mit beiden Armen habe ich sie in mein Bett gezogen. Was hast du denn, Mutzi? sagte ich, denn sie zitterte noch immer wie Ästenlaub. Ich fürchte mich drüben, sagt sie, es ist so unheimlich. Mir war es gerade so, als ob jemand in meinem Zimmer wäre. Ich küßte sie und schmiegte mich fest an sie. Es war so mollig, sie bei mir zu haben und nebenbei kam ich mir sehr wichtig vor, dass meine zukünftige Mama bei mir Schutz suchte. Am anderen Tag kam eine Einladung von Onkel Dirk für Vater und mich und ich soll ein paar Tage da bleiben. Als Vater den Brief vorlas, sah Elisabeth plötzlich sehr unglücklich aus. Dann bleibe ich nicht bei euch, sagte sie. Ich suche mir eine andere Stellung. Na, das finde ich nun gerade nicht schön, einem gleich so vor die Füße zu springen. Ich sagte ihr das auch. Komm doch mit, wenn du nicht ohne mich hier sein magst, sagte ich. Zu Onkel Dirks Geburtstag bin ich nämlich jedes Jahr draußen. Da wischte sie sich die Tränen aus den Augen und sagte, sie will dann mitgehen, wenn Vater es erlaubt. Und so ist sie dann am Mittwoch vor acht Tagen mit uns hinaus gefahren. Onkel Dirk holte uns mit seinem Wagen ab. Ich bin sehr gern mal eine Woche draußen. Unser Land hat ja weiter keine großen Schönheiten, keine Berge, keine Wälder, aber es hat doch seinen besonderen Reiz. Die Höfe liegen wie große Bauminseln im grünen Land, und wenn die Abendnebel in weißen schaumigen Wolken über die Fennen ziehen, sehen sie wie richtige Inseln in einem weiten wallenden brodelnden Wasser aus. Abends liegt auch so ein tiefer satter Frieden über der Landschaft. Wenn die untergehende Sonne rot und rund am Horizont steht und die Nebel aufsteigen wie Schleier und sie einhüllen und hier und da ein verschlafenes Rind aufbrüllt oder ein Pferd wird und alles so weit und still da liegt ringsum habe ich dieselbe Empfindung wie Sommerabends in unserem Garten. Auf Onkel Dirks Geburtstag ging es nun eben nicht still zu. Die halbe Masch war zusammen getrommelt. Vor kurzem ist Onkel Dirk in den Landtag gewählt und deshalb kamen noch mehr Menschen als sonst zum Gratulieren. Es wurde sehr viel Rumpunsch getrunken. Ich habe aber nichts getrunken. Ich habe noch immer einen merkwürdigen Abscheu gegen das süße starke Zeug. Und viele Reden wurden geschwungen. Nachher wurde im Pesel auch noch getanzt und Vater tanzte einen Walzer mit Tante Trina, Dirk Thomsons Frau, dann einen Galopp mit Tante Frauke und dann einen Walzer mit Elisabeth. Nachher sah ich, dass Elisabeth mich suchte, aber ich versteckte mich. Warum weiß ich nicht. Es war sehr heiß im Pesel, trotzdem es schon Anfang Oktober ist. Ich sah, dass Elisabeth hinausging und bemerkte, dass Vater ihr nachging. Da lief ich durch die Wohnstube von hinten herum hinter beiden her. Elisabeth ging durch die Haustür in den Garten und Vater hinterher und ich über die Stachelbeerbüsche, die den Weg einsäumen, wieder Vater nach. Nun geht's los, dachte ich und freute mich auf die Liebeserklärung, die ich anhören wollte. Leider konnte ich, ohne gesehen zu werden, nicht ganz mitgehen. Sie standen immerhin einige Schritte von mir ab und Vater redete so leise auf Elisabeth ein, dass ich nichts verstehen konnte. Elisabeth rief nur Ha Gott Ball! Es klang fast drohend wie ein Hilfeschrei und stand noch mal energischer Ha Gott Ball! Und dann sah es aus, als ob sie sich losriss und wieder stürm den Gartenweg hinauf ins Haus und Vater langsam hinter drein. Ich war sehr enttäuscht und sehr ungehalten auf Elisabeth, die mit ihrer Scharfigkeit alles verdorben hatte. Ich konnte mir nicht helfen. Als wir allein nachher in unserem Schlafzimmer waren, sagte ich ihr meine Meinung und fragte sie, ob Vater ihr vielleicht nicht gut genug sei und mich dünkte, wir büten ihr doch ein ganz hübsches Heim. Da küsste sie mich und sie war ganz blass und aufgeregt, merkte ich. Ach Kind, was weißt du, sagte sie, dein Vater denkt nicht daran, mich zu heiraten. Doch, sagte ich, ich hab's ja selber gehört, dass er es zu Tante Frieda sagte. Da stutzte sie. Wirklich? Ja, wirklich, sagte ich und dachte erst nachher daran, dass es eigentlich gelogen war. Ach was, das kommt ja später alles von selbst. Die Hauptsache ist, dass sie einander lieben. Am nächsten Morgen fuhr Vater wieder nach Haus und an dem folgenden Tag telegrafiert Vater, Elisabeth möchte kommen, weil das Mädchen erkrankt war und sie niemand hatten, der ihnen Essen kochte. Elisabeth hätte gern gesehen, wenn ich mit heimgefahren wäre. Aber ich sollte, weil wir den Nachmittag zu Pohns sollten, was immer ein Haupt Ulk ist. Deshalb musste Onkel Dirk sie allein zurückfahren. Die Pohns sind nämlich zu spaßige Menschen. Sie haben Geld wie Heu und keine Kinder und sind dabei so furchtbar geizig. Sie schlafen keine Nacht zusammen wie andere Eheleute. Nein, Gott bewahre! Die erste Hälfte von der Nacht schläft Onkel und Tante sitzt im Wohnzimmer, wo der Geldschrank steht und die zweite Hälfte von der Nacht schläft Tante und dann wacht Onkel, denn sie sind so schrecklich bange vor Einbrechern. Die andere Nacht geht's umgekehrt und so alle Nächte die ganzen Jahre. Im höchsten Sommer essen essen sie Schmalz auf Brot und verkaufen die Butter. Ich war einmal in den Hundstagen da. Da gab es Specksuppe, das heißt eine wässerige, salzige Brühe und geil fetter Speck dazu, weil das am besten vorsteht. Abends hatten sie zur Feier des Tages ein Stück trockenen Hofkäse auf dem Tisch und als ein Nachbar hereinkam, versteckte Tante den Käse unter ihrer Schürze, damit der Mann nicht sehen sollte, wie üppig sie lebten. Es ist zum Schießen. Als Onkel vor einigen Jahren im Flensburger Krankenhaus operiert wurde und Tante ihn besuchte, ist sie spätabends im strömenden Regen den weiten unbekannten Weg vom Bahnhof dahin zu Fuß getapst, weil ihr der Groschen für die Pferdebahn zu schade war. Darüber ließen sich lustige Bücher schreiben. Einmal kamen wir um die Schlachtzeit unverhofft dort an, als Mutter noch lebte. Sie hockten bis an den Hals in frischem Fleisch, denn sie hatten zwei Ochsen und ein Schwein geschlachtet. Aber wer meint, dass wir einen frischen Braten aufgetischt gekriegt hätten, der schneidet sich. Gott behüte! Ein Stück brandsalziges überjähriges Pökelfleisch wurde gekocht und uns serviert, dazu knüppelhartes Schwarzbrot und bittere Butter. Tante sagte mal, andere Leute fressen alles auf und hängen alles am Start, aber wir sind für das Bahre, immer sünig, Fußnote, sparsam, an der Thun lang, aber einen ordentlichen Schab voll Geld, das ist das Wahre. Mein Vetter Jakob Thomsen fuhr mich und unseren Vetter Lude Levesen hinaus. Pons wussten nicht, dass wir kamen und Tante war zur Stadt mit ihrem Gebiss, an dem etwas kaputt war. Onkel Leensmann rieb sich die Hände und sagte, aber Kinder, Kinder, ihr hättet uns doch eine kleine Hand schreiben können. Nun weiß ich nicht, womit ich euch bewirten soll, denn Tante hat den Speisekammer Schlüssel mitgenommen. Ich platzte beinahe vor Lachen, aber Jakob hielt sich ernst und sagte, vielleicht passt ein anderer Schlüssel in die Speisekammer, ich hab meinen Schlüsselbund von zu Hause zufällig in der Tasche. Ach nein, ach nein, sagte Onkel beklommen. Nachher gingen Onkel und Lude und ich in den Appelgarten. Da es kein reichliches Obstjahr ist, hing nicht viel auf den Bäumen, nur ein mittelgroßer Birnbaum hatte ziemlich viel auf, handgroße Kerle, aber Onkel suchte unsere Aufmerksamkeit davon abzulenken und sagte, es wären Maulzieher. Aber ich glaubte ihm nicht und pflückte eine ab und bis hinein. Onkel zuckte ordentlich zusammen vor Schreck. Ach, und es war eine so kostbare Frucht, zuckersüß und saftig, und wie Lude Levsen das hörte, riss er eine ganze Masse ab und steckte mir und sich die Taschen voll. Ach, Gott, ach, Gott, jammerte Onkel, was soll Tante sagen, die Birnen sollten ja Dienstag zu Markt und verkauft werden. Erst wir und dann andere, sagte Lude und wir putzten, was das Zeug hielt drauf los und ein paar Grabensteiner Äpfel erwischten wir auch noch. Unterdessen war Jakob an der Speisekammer gewesen und der Kuckuck mag wissen wie, aber es war ihm geglückt, sie aufzuschließen. Nachher kam jemand und wollte den Lehnsmann sprechen und da liefen wir alle drei in die Speisekammer, die Töpfe und Krugen zu untersuchen. Zuerst fielen uns zwei Gläser mit eingemachten Quitten und Hagebutten in die Hände. Sie waren nach meinem Geschmack zu sauer. Jakob ist sonst kein Freund von solchen Sachen und Lude ist eigentlich niemals Kompott. Aber aus Ulk aßen wir, was wir konnten, sodass nur noch in jedem Glas ein paar drin blieben. Sonst war nicht viel Leckeres zu holen. Erst ganz zu allerletzt entdeckten wir einen Topf mit saurem Aal. Der wurde im Triumph ausgesponnen und in eine Asiete geleert und hineingetragen. Als Onkel das sah, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen und fing laut an zu lamentieren. Kinder, Kinder, was soll Tante sagen, die ganzen Aale, die der alte Inger Peters mir als präsent gebracht hat. Tante hat sie eingekocht und sie so sünig aufgehoben für besondere Fälle, wenn mal Krankheit kommt oder sowas. Ach, was, sagten wir und futterten drauf los. Und als Onkel sah, dass wir nicht geneigt waren, etwas übrig zu lassen, holte er sich rasch auch Messer und Gabel und haute mit hinein. Der Aal will schwimmen, Onkel, sagte Jakob. Hast du nicht ein Glas Wein im Keller? Tante hat die Schlüssel, sagte der Onkel. Da stand Jakob auf, ging hinaus und schickte den Knecht ins Dorf und ließ zwei Flaschen Wein holen auf Onkel Leensmanns Rechnung. Und als wir die aushatten, machten wir rasch, daß wir wegkamen, denn wären wir von Tante Frauke überrumpelt worden, hätte es Spektakel gegeben. Es war ein ulkiger Nachmittag, ich habe Tränen gelacht. Ende von Abschnitt Vier Abschnitt V von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie Ich bin lange nicht mehr zum Einschreiben gekommen. Hier passiert ja auch so wenig. Ich fürchte, mit der Heiraterei von Vater und Elisabeth wird es nichts. Ich will mich auch nicht mehr darum bekümmern. Wenn sie ihn nicht will, soll sie's bleiben lassen. Ich glaube, er will sie auch nicht. Manchmal kommt es mir vor, als ob er sie nicht einmal recht leiden kann. Elisabeth ist manchmal sehr still und gedrückt. Ich glaube, sie trauert doch noch immer ein bisschen ihrem ungetreuen Pastor nach. Sie ist auch so sehr blass, will es aber nicht wissen. Wenn ich sie frage, ob ihr etwas fehlt, wird sie rot und sagt, nein, nein. Gelungen ist das mit ihr. Zu Weihnachten hat sie mir einen entzückenden Schlafrock aus rosa Flanell mit einer kleinen Schleppe gemacht und mein braunes Samtkleid, das nach ihrer Angabe gearbeitet ist, erregt auf der Eisbahn allgemeines Aufsehen. Sie hat riesig viel Schick und Geschmack. Sie läuft auch sehr gut Schlittschuh und der neue junge Doktor, der jetzt hier wohnt, macht sich gern an sie heran, vielleicht kriegt sie den. Es wäre schade, wenn wir sie verlören, aber ich gönne ihr doch, dass sie glücklich wird. Ostdorf ist auch immer auf der Eisbahn und läuft viel mit ihr. Mich düngt, er wird immer dümmer, trotzdem er sein einjährigen Zeugnis jetzt mit knapper Not erlangt hat. Es wird auch Zeit, im April wird er 21. Ostdorf mag so schrecklich gern frisieren und hat auch riesig viel geschickt dazu. Ich kann ihm keine größere Freude machen, als wenn ich ihm erlaube, mich zu frisieren. Dann kämmt und bürstet, brennt und tupiert er mein langes schwarzes Haar und macht die kunstvollsten Frisuren. Bald scheitelt er es und kämmt es tief über die Ohren und macht eine Nackenhaarschlinge, bald stellt er es hoch. Er macht wirklich großartige Frisuren. Elisabeth hat er auch lange gequält, sie frisieren zu dürfen und weil ich mitbettelte, hat sie einmal nachgegeben. Da hat er ihr das helle Haar wie eine Krone aufgesteckt, aber direkt wie eine Krone. Sie sah ordentlich königlich damit aus. Ostdorf verkehrt jetzt auch in hiesigen Familien. Sie sind arg hinter ihm her, weil er ein Graf ist. Sie kennen alle seine Liebhaberei und zum Harmonieball sind eine ganze Masse Damen zu Konrad Lütte gegangen, wo Ostdorf eingeladen war und haben sich von ihm frisieren lassen. Er soll seine Sache so gut gemacht haben wie ein Pariser Friseur. Die Damen waren voll Lob für ihn und nannten ihn ein Genie. Darüber muss ich lachen, der arme Ostdorf und ein Genie, dass ich Gott erbarme. Vorige Woche ist Ostdorf zur Stellung gewesen und zum Militärdienst untauglich befunden. Er war einfach selig und sagte, es täte ihm nur Leid, dass er so zu dem verfluchten Examen gebüffelt hätte. Er soll nur noch ein Jahr hier bleiben und dann als Volontär auf ein Gut und Landwirtschaft studieren. Das ist auch was für das Faultier. Lieber sollten sie ihm einem Friseur in die Lehre geben. Das ist das Einzige, wozu er Lust und Talent hat. Aber natürlich ein Ostdorf mit zwei F-en. Hier im Hause ist nicht alles, wie es sein soll. Es scheint mir wirklich so, als ob Vater Elisabeth nicht recht ausstehen kann. Und sie grämt sich darüber. Wahrscheinlich, weil sie denkt, dass er ihr kündigt, was sie aber nicht zu befürchten braucht, solange ich noch da bin. Vater tut ja doch alles, was ich will. Ich weiß nicht, was er an Elisabeth auszusetzen findet. Zuerst macht er ihr doch immer so verliebte Augen. Vor einigen Tagen kam ich mittags in ihr Zimmerchen, da lag sie langen Wegs in ihrem Bett und weinte, schluchzte. Ich weiß nicht, wie das war, aber mir war die Brust plötzlich wie zugeschnürt, eine entsetzliche Angst kam über mich. Elisabeth, sagte ich leise und strich über ihr Haar. Da sah sie mich mit ihren nassen Augen so seltsam an. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Mein Herz zitterte und die Tränen schossen mir in die Augen. Was ist dir Elisabeth, sagte ich. Ich habe solche Angst, sagte sie. Wovor? Ich weiß nicht, sagte sie und drückte beide Hände gegen die Brust. Eine so schreckliche, entsetzliche Angst. Ich suchte sie zu beruhigen, aber mir war selbst schwül zumute. Ich glaube Elisabeth ist nicht gesund. Irgendetwas steckt ihr in den Gliedern, vielleicht ein Nervenfieber. Sie sieht furchtbar miserabel aus. Beinahe drei Monate sind vergangen, seitdem ich zuletzt einschrieb. Ich wollte es schon viel früher tun, aber ich konnte nicht. Es war mir nicht möglich, meine Gedanken zu fassen. Etwas Furchtbares, Entsetzliches ist über uns gekommen. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich gehe manchmal wie in einem Traume umher und weiß nicht, ob ich lebe oder schlafe. Und dann wieder ist mir, als sei ich plötzlich viele Jahre älter geworden. schreibe Während ich hier sitze und schreibe, steigt mir wieder das Wasser in die Augen und meine Wangen brennen und ich schäme mich und bin traurig bis ins Herz. Alles kann ich nicht niederschreiben, aber ich will versuchen, meine Gedanken zu sammeln und wenigstens das Wichtigste festzuhalten. Wie ich das letzte Mal einschrieb, war es mir schon aufgefallen, dass Elisabeth immer sehr verstimmt schien und recht schlecht aussah. Manchmal gelang es mir, sie aufzuheitern, aber nachher wurde sie dann immer desto stiller. An Mutters Todestag am 21. Mai gingen wir abends mit Kränzen und Blumen auf den Kirchhof, das heißt Elisabeth und ich. Es war ein schöner, stiller Abend. Die Narzissen rochen wieder so intensiv und der Himmel stand hoch und hellblau von feinen dunstgrauen Wolken wie mit einem leichten Hauch umzogen über uns. Elisabeth setzte sich auf die kleine Bank hinter dem Grabkreuz und ich ordnete die Blumen. Ich gehe nicht mehr so oft auf den Kirchhof, aber jedes Mal, wenn ich an Mutters Grab stehe, kommt doch noch immer ein wehes Gefühl in mir auf, auch an jenem Tage. Ist ist es nicht schrecklich so jung sterben zu müssen Elisabeth sagte ich Mutter war erst 31 Jahre alt ich denke es mir fürchterlich so früh sterben zu müssen Elisabeth hielt die Hände im Schoß gefaltet und lehnte den Kopf an das schwarze Marmorkreuz und sah nach oben gar nicht fürchterlich ist das sagte sie im Gegenteil die Toten soll man beneiden nicht betrauern da unten in der kühlen Erde liegt sich's gut wer es erst so weit gebracht hat nur der Sprung hinunter ist schwer aber auch das wird überwunden nur die Zähne zusammen gebissen und die Augen zu was redest du da Elisabeth fragte ich erstaunt da fuhr sie zusammen als hätte ich sie aus dem Schlaf geweckt nichts sagte sie verstört und stand auf genau acht Tage später sagte Elisabeth nach dem Vesper Café dass sie einen Sprung zu Tante Frieda gehe ich las gerade einen sehr spannenden Roman aus dem Englischen und mochte nicht gleich mit gehen ich komme nachher nach sagte ich adieu kleine Thymian sagte sie und gab mir ihre Hand und es fiel mir auf dass sie eiskalt war dann küsste sie mich rasch und ging hinaus ich sah ihr nach wie sie über den Marktplatz ging der schwarze Tüllhut mit den La France Rosen und das kleine schwarze Tuch Bolero standen ihr so entzückend und ich freute mich noch darüber wie elegant sie immer aussieht in ihren einfachen Sachen an der Itzstraßenecke begegnete ihr der Dr. Möller der deckelte tief und sah ihr nach haha dachte ich bei mir denn ich meinte sicher dass ich mit den beiden was anspinnte wo er ihr immer auf der Eisbahn diesen Winter schon den Hof machte um halb acht machte ich mich auf den Weg zu Tante Frieda erfuhr dort aber zu meiner Verwunderung dass Elisabeth da überhaupt nicht gewesen war ich wusste mir keinen rechten Reim darauf zu machen denn es war nicht Elisabeths Mode dass sie mich belog anstandshalber hielt ich mich ein halbes Stündchen bei Tante Frieda auf und segelte dann weiter weil es ein prachtvoller warmer Abend war bummelte ich noch ein bisschen durch die Anlagen und setzte mich ein paar Minuten auf eine Bank nieder wie ich da sitze kommt der Polizist Hahnhaus in voller Karriere daher sieht mich stutzt und kommt auf mich zu ach Fräulein Gotteball sagte er unten an der Schleuse ist ein Unglück passiert da hat sich eine Frauens Person ertränkt und der Nachtwächter Hinz der sie aufgefischt hat meint es wäre ihre Haushälterin sie müssen sie erkennen wollen sie rasch mal mit die paar Schritte hinunter gehen vielleicht rekognoszieren sie sie ich sagte gar nichts der Mund war mir wie zugestopft aber wie ich mechanisch hinter Hahnhaus her lief hatte ich gar kein Wirklichkeitsgefühl es ist mir nur so gewesen als ob ich träumte und nichts hat mir so vorn gelegen als der Gedanke es könne sich wirklich um Elisabeth handeln unten an der Schleuse standen aber fünf Menschen und ein dunkler langer Körper lag auf der Erde und daneben kniete Dr. Möller den ich vorher über den Marktplatz hatte gehen sehen ich lief rasch hinunter den Augenblick den ich dann durchlebte kann ich nicht beschreiben es war Elisabeth ich kannte sie an ihren Kleidern die wie ein nasses Tuch um ihre Glieder klebten ihr Gesicht hätte ich vielleicht nicht erkannt es sah entsetzlich aus grün schmutzig die Augen starr aufgerissen wie versteinert im Todeskampf die Züge verzarrt der Mund offen das aufgelöste Haar hing in langen nassen klumpigen Strähnen über ihre Schultern nie in meinem Leben vergesse ich den Anblick ich konnte gar nichts sagen meine Knie schütterten ich schrie laut auf und sah und hörte nichts mehr wie aus weiter vorne hörte ich eine bekannte Stimme als ich wieder zur Besinnung kam bringen sie sie meinethalben ins armen Haus keinesfalls kann man Herrn Gottewald zumuten die Leiche bis zur Beerdigung im Haus zu behalten sie sprengten mir Wasser ins Gesicht aber ich glitt wieder in meine Bewusstlosigkeit zurück und als ich zu mir kam konnte ich mich erst gar nicht besinnen was geschehen war die Tote lag noch auf dem selben Fleck aber die Polizei hatte Mühe die Leute fernzuhalten die herbeikamen denn die Kunde von dem Ereignis hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet Dr. Möller half mir aufstehen Herr Gott war das eine Ohnmacht sagte er und dann fasste meinert mich unter um mich nach Hause zu bringen da kam mir erst wieder das Bewusstsein Elisabeth soll nicht ins armen Haus sie gehört zu uns schrie ich aber sie hörten nicht auf mich und meinert zog mich mit fort die ganze Stadt war in Aufruhr vor allen Türen standen Leute und an den Straßenecken Gruppen von Menschen und und meinert drückte meinen Arm und sagte ich solle nicht heulen und Aufsehen machen es gäbe ohnehin genug Getratsch ich kann nicht viel mehr darüber schreiben die Erinnerung regt mich noch so entsetzlich auf dass meine Hände beim Schreiben zittern Vater war kreideweiß bis in die Lippen grauenhaft grauenhaft sagte er einmal über das andere ich riegelte mich in meiner Stube ein und warf mich aufs Bett und weinte aber bei alledem war es mir noch immer so als sei das alles nicht in Wahrheit passiert als würde Elisabeth im nächsten Augenblick bei uns eintreten und sich an mein Bett setzen und als würde dann alles gut sein nach einer Weile wurde die Tür aufgemacht und Vater kam herein im Paletot und er sagte er wollte mir rasch Adieu sagen er hätte eine Depesche bekommen und er müsse geschäftlich ein paar Tage nach Hamburg er hatte es sehr eilig und ich war auch nicht zum sprechen aufgelegt nachher ging ich noch runter im Esszimmer stand der Abendbrot Tisch aber nur Meinert und der Lehrling hatten gegessen die übrigen drei Gedecke lagen unberührt auch für Elisabeth war noch mitgedeckt ich wusste vor Angst und Pein nicht was ich machen sollte lief ins Wohnzimmer ans Fenster und sah dass der Marktplatz voller Menschen war einige standen vor unserem Haus und gafften hinauf und jemand stieß Schimpfworte aus ich glaube es war die Frau vom Fischer Hannemann Sohn Aas Sohn Aas schrie sie immerfort An Galli und Ratschall sie bringen Um elf Uhr ging ich wieder nach oben in mein Zimmerchen und legte mich nieder aber ich konnte nicht einschlafen Es war so lummerig warm und Angst und Entsetzen saßen mir wie ein Gespenst auf der Brust Immer stand mir das fürchterliche Bild der Ertrunkenen vor Augen Meine arme gute Elisabeth Jetzt weiß eigentlich erst wie lieb ich sie hatte Es war so dunkel Ich fürchtete mich Licht anzumachen und zog das Deckbett über das Gesicht und schluchzte mich endlich in den Schlaf Aber ich kann nur ganz kurze Zeit geschlafen haben denn ich wurde wach als es ein Uhr schlug und sofort sah ich wieder das grauenhafte Bild vor mir Ich zitterte an allen Gliedern vor Angst und wagte mich nicht zu rühren Es war mir als wüchse mir das Herz in der Brust und würde groß und schwer wie ein Mühlstein Warum hat sie das getan dachte ich wieder und immer wieder und eine dunkle Ahnung von etwas Furchtbarem das geschehen war ging durch meine Seele Mit einem Mal fing es an zu grollen als ob Fernha ein wildes Tier brüllte Ich kann nicht beschreiben was ich in diesen Nachtstunden ausgestanden habe Nun wurde es plötzlich hell Ich fuhr empor und sah die ganze Stube in blauem Feuer und in der Ecke stand Elisabeth im weißen Nachtkleid mit dem grässlichen grünlichen entstellten Gesicht und den langen nassen Haaren und den aufgerissenen Augen Ich stieß einen furchtbaren durchdringenden Schrei aus und das Feuer erlosch aber die Gestalt blieb in der Ecke und starrte mich an und ich schrie und schrie Ich glaube ich wäre wahnsinnig geworden wenn ich die Nacht hätte allein zubringen müssen Was ist denn los Thymian warum schreien sie denn rief Meinert hinter der Tür und als ich nicht aufhörte zu schreien machte er die Tür auf und trat ein und beugte sich über mich Ich klammerte sagte ich. Sagen Sie mir alles, wenn Sie es wissen. Er streichelte mir mit der rechten Hand die Wangen und küßte mich. Und obgleich es sich nicht schickt, ließ ich es geschehen. Ich war so verwirrt und durcheinander, dass ich an nichts dachte als an das Furchtbare. Ja, Thümi, weißt du das wirklich nicht? sagte er, und ich fand nichts darin, dass er mich plötzlich wieder duzte. Seit meiner Konfirmation nannte er mich sonst sie. Ein so großes, gescheites Mädel. Bist sonst so helle und hast Augen und siehst nichts? Das überspannte Frauenzimmer hatte ein Verhältnis mit deinem Vater und bildete sich ein, dass er sie heiraten werde. Und weil er dies nicht wollte und es bei ihr brannte, geht sie in ihrer Übergesottenheit hin und erseuft sich. Weshalb wollte Vater sie nicht heiraten? Und wieso brannte es bei ihr? fragte ich. Gott, bist du dumm, Thümi, sagte Meinert und seufzte. Und dann erzählte er mir, dass die Elisabeth in anderen Umständen gewesen sei. Und ich dürfte deshalb nicht schlecht vom Vater denken. Es sei einmal so, dass ein gesunder Mann in seinen Jahren die Frauen brauchte, ebenso wie die Frauen die Männer brauchten. Das sei eine Einrichtung der Natur, die sich nicht verleugnen lasse. Vater benehme sich sehr nobel gegen die Frauenzimmer, bezahle ihnen das Wochenbett und tausend Mark Schmerzensgeld und sorge für das Kind bis zu der Konfirmation. Wenn aber Vater solch eine Person heiratet, hätte ich den Schaden davon. Denn dann wäre jedes Kind mit mir gleichberechtigt und die Erbschaft würde nachher für mich wässrig. So kriege er solch einen Balk für fünfzig Taler jährlich in Hamburg unter. Der Reinhard, ihr Junge, sei gleich gestorben und die tausend Mark bekam sie doch. Die hätte ein feines Geschäft dabei gemacht. Der brauchten wir nur mit dem Finger zu winken, da käme sie wieder zu uns, sagte er roh. Aber wir mögen sie nicht mehr. Sie ist uns zu fett. Die ist wieder putzmunter und fidel. Mit der Elisabeth war das von vornherein schwer. Ich hätte mich nicht an sie herangewagt und habe auch deinen Vater gewarnt. Die Sotte spekuliert nur auf die Versorgung. Nein, das hat sie nicht getan. Aber Elisabeth war ein anständiges Mädchen, schrie ich und stieß Meinerts Hand, die immerfort über meine Wangen strich fort. Denn seine Berührung verursachte mir plötzlich Ekel und Grauen. Ja, dann will ich mal gehen, sagte er und stand auf. Als er schon an der Tür war, überfiel mich wieder die Angst. Ich fing an zu weinen. Und da kehrte er um und setzte sich wieder auf mein Bett und nahm meinen Kopf in seine beiden Hände und beugte sich tief über mich, sodass ich trotz der Dunkelheit gerade in seine flimmernden blauen Augen sehen musste. Ich weiß nicht, wie mir war. Ich wusste damals auch nicht, wofür und vor was ich mich eigentlich so grenzenlos fürchtete. Mein Herz klopfte vor Angst. Mir graute vor Meinert und doch ging ein seltsames Zucken und Beben durch meinen Körper. Irgendein fremdes, rätselhaftes Empfinden, das ich nie vor dem kannte. Ich duldete seine Küsse und duldete es, dass er mich fester und fester an sich drückte. Ich war wie betäubt. Ich wollte mich aus seiner Umklammerung befreien und ihn abschütteln, aber ich hatte nicht die Kraft dazu. Im Morgengrauen schlief ich ein und erwachte erst spät am anderen Vormittag. Zuerst meinte ich, ich hätte alles geträumt, aber nach und nach kam mir das Bewusstsein der Wirklichkeit. Da drückte ich den Kopf in die Kissen und weinte, denn ich schämte mich so sehr und fürchtete mich, Meinert anzusehen und mit ihm zu sprechen. Wie ich noch vor mich hinschluchzte, ging die Tür und Meinert kam herein. Er sprach sehr gut, sehr zärtlich zu mir und sagte, ich wäre nun seine Geliebte und wir würden niemand unser Geheimnis merken lassen. Er liebe mich ja seit meiner Kindheit. Vielleicht würden wir uns noch mal heiraten. Vorläufig sei es so viel schöner. Ich antwortete nichts, konnte nichts antworten. Zwei Tage später ist Elisabeth vom Armenhaus aus beerdigt. Ganz in der Stille, früh morgens haben sie sie hingebracht, damit möglichst wenig Leute davon gewahr werden und kein Auflauf entstehen sollte. Mitten zwischen den armen Leutegräbern liegt ihr Hügel. Ich habe Blumen und Efeu darauf gepflanzt und besuche sie oft. Arme, arme Elisabeth, mir ist so schwer ums Herz. Ich bin so unglücklich. Ich möchte immer zu weinen. Morgen mehr. Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Ach Gott ist das Haus öde, seitdem Elisabeth tot ist. Wir haben jetzt eine Witwe als Haushälterin, eine schmeichlerische, behäbige Person mit einem glatten, weißen Gesicht und schwarzem Haar. Frau Lene Peters heißt sie. Sie spricht sehr langsam und zieht die Worte am Ende in die Länge, als ob sie singen wollte. Ich kann sie nicht leiden, obwohl sie immer sehr nett zu mir ist und sehr mütterlich tut. Es liegt etwas Falsches in ihrem Wesen. Sie ist immer so um Vater herum. Wenn er sich an der vergreift, ist's kein Wunder. Sie macht es ihm leicht. Ins Wasser geht die nicht. Davor ist mir nicht bange. Früher habe ich auf so etwas gar nicht geachtet, aber jetzt sehe ich mit zwei Augen, was um mich vorgeht. Manchmal ergreift mich ein fürchterlicher Widerwille vor mir selber und vor meiner ganzen Umgebung. Zwischen Vater und mir steht eine unsichtbare Wand. Er fühlt sie nicht, aber ich. Elisabeths Schatten geht zwischen uns um. Ich weiß, ich habe kein Recht, Vater, der mich unendlich liebt, zu verdammen. Aber in den schrecklichen Stunden ist etwas in mir untergegangen. Die Achtung und das Vertrauen zu meinem Vater. Sonst habe ich gewiss kein Recht, mich auf das hohe Pferd zu setzen. Herr Gott, bin ich elend seit jener Nacht. Ich möchte am liebsten fort. Ich hasse meinert. Und doch gehöre ich ihm fort und fort an. Oft riegele ich mich abends in meinem Zimmerchen ein. Aber es ist wie behext. Mitten aus dem Schlafe wache ich auf von seinem leisen Anpochen. Und wenn ich gleich mit zusammengebissenen Zähnen erst still liegen bleibe und mich nicht rühre, eine geheimnisvolle Macht, die stärker als mein Wille ist, treibt mich schließlich doch auf und zur Tür, dass ich öffne. Ich bin ganz verändert seit jener verhängnisvollen Nacht. Zuweilen meine ich, die Leute könnten mir ansehen, was mit mir ist. Ich mag niemand mehr gerade in die Augen blicken. Besonders vor Tante Friedas scharfen Augen fürchte ich mich. Sie guckt mich oft so verdächtig an, dass ich manchmal denke, sie ahnt etwas. Aber ich selber sehe die Leute auch anders an als früher. Ich kann zum Beispiel nicht mehr unbefangen mit Ostdorf verkehren. Ich muss immer seine Hände betrachten. Diese weichen, weißen, schönen Hände, die mir früher schon so gut gefielen. Nur, dass mir heute ganz merkwürdige Empfindungen kamen, während ich auf sie hinsehe. Ich spüre zuweilen ein heftiges Verlangen, mich von diesen schönen, glatten, weißen Händen schlagen zu lassen. Einmal wurde der Wunsch so stark in mir, dass ich es ihm sagte. Schlagen Sie mich, sagte ich. Kratzen, kneifen Sie mich, Ostdorf. Ich möchte mir Schmerzen von Ihren Händen bereiten lassen. Er sah mich verwundert an. Unsere Blicke begegneten einander. In seine matten Augen trat ein seltsames Flimmern. Dasselbe Flimmern, das ich zum ersten Mal in jener unheimlichen Nacht nach Elisabeths Tod in Meinerts Augen bemerkte. Ach, Unsinn, wo werde ich ihnen wehtun, Thymian? Schöne Mädchen sind da, um geliebt zu werden. Gekost, gestreichelt. Ich bin doch kein Rüpel. Dabei fuhr er mir mit der samtweichen Hand ganz sachte und langsam über die Wangen. Ich schloss die Augen, um sein Gesicht nicht zu sehen. Dieses blödsinnig-dumme Gesicht mit den hellgrauen Schellfisch-Augen. Aber die Hände, die Hände, sie machen mich ganz verrückt. Seitdem nennen wir uns Du und treffen uns oft an einsamen Orten. Trotz seiner Geistesarmut und seinem Kretien-Gesicht liebe ich ihn. So, ich weiß nicht wie, so wie ich als kleines Kind die Puppe im hellblauen Seidenkleid, die Vater mal von der Reise mitgebracht hatte, liebte. Ich liebe ihn wie eine Sache, an die man sich gewöhnt hat, wie einen Gebrauchsgegenstand, von dem man sich nicht trennen mag. Wir haben uns gelobt, ewig treue Freunde zu bleiben, wohin uns das Schicksal auch verschlägt. Seine Hände liebe ich immer noch wahnsinnig. Oh Gott! Wieder mal was Neues zu registrieren. Vater heiratet wieder. Und wen? Madame Lene Peters. Donnerwetter, die hat's verstanden. Ich habe ordentlich ein bisschen Respekt vor ihrer Klugheit oder vielleicht vor ihrer Verschlagenheit. Vorigen Sonntagvormittag sagte Vater es mir. Mir schien, er war etwas bedrückt. Es könnte nicht so weitergehen, sagte er, die Wirtschaft mit den Haushälterin. Eine Frau müsse wieder ins Haus. Da er keine Lust habe, erst lange auf Brautschau zu gehen, nähme er die erste, beste, nämlich die Peters, die ja eine sehr nette, resolute, propre und sparsame Frau sei. Ob ich etwas dagegen habe? Nein, sagte ich und wurde totenblass, denn das Blut ran mir eiskalt zum Herzen. Ich dachte an Elisabeth, die ihr junges Leben hingeben musste, um dieser falschen, ordinären Person, die sicher früher mal Dienstmädchen war, den Platz zu räumen. Freilich ist Lene Peters schlauer, als die arme, arglose Elisabeth es war. Sie will erst den standesamtlichen Zivilversorgungsschein. Du sollst nicht darunter leiden, mein Herzenskind, sagte Vater, der mein Erblassen wohl falsch deutete. Dein Vermögen ist dir sichergestellt und du brauchst dir nichts von ihr befehlen zu lassen. Sie hat dir gar nichts zu sagen. Wenn mal was vorfällt, sollst du dich nur an mich wenden. Nächsten Sommer fahren wir beide, du und ich, nach Sylt oder Zobot. Du sollst die Welt kennenlernen und bewundert werden, mein einziges. Ich antwortete nicht und hielt still wie ein Schlachtlamm, als er mich küsste. Am anderen Tag wurde das Aufgebot bestellt. Samstag über drei Wochen wollen sie sich trauen lassen. Meinetwegen, mir ist alles egal. Ich wünsche ihnen Glück. Also nun ist Lene, Frau Apotheker, Gottewall. Ich komme leidlich gut mit dir aus. Mutter sage ich natürlich nicht zu ihr. Anstandshalber tue ich mir den Zwang an und nenne sie Tante. Übrigens scheint es mit der Heirat doch pressiert zu haben. Meinert meint es wenigstens. Ich verstehe nur nicht, wie sie es angestellt hat, durchzusetzen, was keiner anderen vor ihr gelungen ist. Sie ist unwissend und dumm wie eine Gans und ihre Schönheit kann sie auch tragen, trotz ihres glatten Gesichts und ihrer molligen, quabbeligen Formen fülle. Meinert sagt, sie hätte einen Kapitän heiraten müssen. Warum? fragte ich. Nun, meint er, der hätte dann wenigstens einen Meerbusen vor Augen gehabt. Ich musste über den dummen Witz lachen, obwohl mir jetzt gar nicht der Sinn nach Lachen und Lustigsein steht. Ich weiß nicht, mir ist so dumm zumute, so dumpf und benommen. Ich habe oft Herzklopfen. Meinert hat mir digitales Tropfen gegeben, aber die nützen auch nichts. Der moralische Widerwille, den ich seit Monaten vor mir selber empfinde, wächst sich manchmal zum physischen Ekel aus. Ich sage Meinert nichts davon. Eher noch Ostdorf. Neulich Abend bekam ich solchen Ekel vor Salzgurken, die auf dem Tisch standen. Wie ich sie ansah, verwandelten sie sich vor meinen Augen in lauter grüne, widerliche Schlangen. Die ganze Nacht ringelte und würmte das grüne Zeug vor meinen Augen herum. Es ist ja grässlich. Mir ist so bange, ich weiß nicht vor was. Lieber Gott im Himmel, als ich das Tagebuch zu schreiben anfing, hätte ich nicht daran gedacht, dass ich so viel erleben würde. Eigentlich viel Gutes und Erfreuliches habe ich bisher nicht zu berichten gehabt. Es lohnte sich deshalb eigentlich nicht, das aufzuschreiben. Aber es ist mir ordentlich eine Erleichterung, wenn ich einmal mein Herz zurecht von inwendig heraus ausschütten kann. Es ist mir dann gerade so, als ob ich zu einer vertrauten Freundin spreche. Also mir ist schon lange nicht wohl, und eine heimliche Angst war in mir vor unbekannter Gefahr, die mir drohte. Manchmal schloss ich mich ein und weinte. Ich weiß nicht weshalb, vor lauter innerer Traurigkeit und Bedrücktheit, und dann wurde mir etwas leichter. Die Lene sah mich zuweilen argwöhnisch an und stellte einmal allerhand verfängliche Fragen, ob ich wüsste, so und so. Nein, das mag ich nicht alles niederschreiben. Ich wurde dunkelrot und dann wieder kreideweiß, und die Lene wurde auch grün-weiß vor Wut, und plötzlich, ehe ich mich versah, wirft sie mir rechts und links ein paar Ohrfeigen an den Kopf, das mir Hören und Sehen vergeht, und ich laut aufschreie. Da kommt Vater hereingestürzt, und als er sieht, dass die Lene mich haut, packt er sie am Arm, reißt sie zurück und schmeißt sie gegen die Wand und stößt mit dem Fuß nach ihr und will sie schlagen. Aber ich warf mich dazwischen, und die Lene heult laut und schreit alles heraus. Sie hätte es schon lange an meiner Wäsche gemerkt, und ich täte Schande übers Haus bringen. Es sei kein gutes Haar an mir, ich taugte in meiner Haut nichts, und sie bereute es, in solche Familie hineingeheiratet zu haben. Vater solle sich nur seine hoffnungsvolle Tochter einpökeln. Da ist er wieder auf sie zugestürzt. Ich lief hinaus und schlug die Tür hinter mir ins Schloss und rannte die Treppe hinauf in meine Kammer und schloss auch da die Tür zu und warf mich aufs Bett und starrte mit heißen Backen und trockenen Augen geradeaus zur Decke. Und es war mir so weh, so... ich weiß nicht wie, und mein Kopf glühte und hämmerte, als ob Feuer darin wäre. Ich konnte auch nicht richtig denken und überlegen. Die Gedanken rasten wie Räder immer um die eine Frage herum. Was soll nun werden? Soll ich es Elisabeth nachmachen und ins Wasser gehen, oder soll ich meinert bitten, dass er mir Gift gibt? Oder soll ich mich unter den Zug werfen und mich totfahren lassen? Denn dass ich mich vor der Welt aus dem Staube machen muss, steht so fest bei mir wie Armen in der Bibel. Ich blieb den ganzen Abend oben und wollte nicht herunter. Aber nachher kam Vater und bat, ich möchte aufmachen. Und seine Stimme klang so merkwürdig zitternd und weinerlich, dass ich mich nach einer Weile hinschlich und öffnete. Mit meinen brennend heißen Augen sah ich, wie elend und verfallen Vater aussah. Und plötzlich liege ich in seinen Armen und weine. Und er weint auch und küsst mich, und wir konnten beide vor schluchzen, kein Wort sprechen. Kind, Kind, mein armes, kleines Mädchen, sag mir nur das eine. Hat das Weib recht? War es meinert? Stieß Vater heraus. Ich nickte. Vater stöhnte. Oh Gott, oh Gott, sagte er einmal über das andere. Und dann wieder. Versprich mir nur, dass du keine Dummheit machst, mein armer Engel. Ich werde mit Meinert sprechen. Es wird schon alles ins Lot kommen. Ich musste ihm in die Hand versprechen, dass ich mir kein Leid antue. Dafür bat ich mir aus, dass sie mich den anderen Tag in Ruhe ließen und mir das Essen auf mein Zimmer gebracht würde. Vater versprach alles. Nachher kam Meinert. Er sah bitterböse aus und war wütend. Hättest du mir gleich gesagt, was los ist, wäre es gar nicht so weit gekommen, schrie er. Ich hätte dir ein paar Tropfen eingegeben und dann wäre alles in Ordnung. Nun haben wir die Bescherung. Dein Vater heult wie ein altes Weib und deine Stiefmutter blökt das Haus zusammen. Morgen weiß es die ganze Stadt. Die Frieda Gotteball, das buckelige Aas, sitzt unten in der Wohnstube und kriegt alles Haarklein von dem Mensch vorgebetet. Tante Frieda, meine letzte Kraft brach zusammen. Ich sah die strengen, durchbohrenden Augen des alten Weibleins auf mich gerichtet und mein Herz fing an, vor Furcht, Scham und Schreck zu erstarren. Gib mir Gift, sagte ich. Er lachte kurz auf. Papa la Papp, Gift, das soll was sein. Mir bleibt nichts übrig, als dich zu heiraten. Wenn dein Vater mich zum Teilhaber macht, soll's mir recht sein. Sonst danke ich für Obst. Er lief hinaus und ich lag da und durch meinen Körper liefen eisige Schauer. Ich dachte, dass ich meinert heiraten sollte. Und plötzlich, ich weiß nicht wie, kam es an mich heran und in mich hinein und stand das eine still und fest in mir. Lieber tot, lieber ins Wasser oder unter die Zugräder, als meinerts Frau werden. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, aber es ist so, dass ich alles in mir und in meinem Empfinden plötzlich gewendet hat. Denn mit einem Male weiß ich, ich hasse meinert. Mich ekelt vor ihm. Er ist schlecht. Wenn ich an ihn denke, ist es mir, als ob ein ekles Gewürm an meinem Körper emporkriecht. Wenn ich denke, dass mein ganzes Leben an diesen Menschen gekettet sein soll, dass ich verurteilt bin, nicht nur vorne, sondern für alle Zeit, bis an mein Ende, ihm als Eigentum anzugehören, wird es mir schwarz vor den Augen. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Morgen mehr. Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Tante Frieda konnte das Geheimnis natürlich nicht für sich behalten Und zwei Tage nach jener schrecklichen Entdeckung, die mich selber wie ein Dieb in der Nacht traf, kam sie mit den Verwandten an, mit Lehnsmann Pons und Tante Frauke, Onkel Dirk Thomsen und Tante Trine Und alle saßen zusammen in der guten Stube und hielten Familienrat, was mit mir geschehen sollte Genau wie damals, bevor ich nach Tee kam Ich war oben in meiner Stube, aber während ich da am Fenster hockte, kribbelte es mich plötzlich hinunter zu gehen und zu hören, was verhandelt wurde Ich schlich mich deshalb leise die Treppe hinunter ins Wohnzimmer und horchte durch das offene Guckfenster, was sie sprachen Zuweilen schob ich ganz vorsichtig die Gardine etwas zurück, um zu sehen und kein Wort entging mir Sie waren sehr erregt und sprachen heftig durcheinander Tante Frieda hatte nicht mal abgelegt In Hut und Jacke saß sie am Tisch mit hochrotem, verstörtem Gesicht Ich hörte, dass die Rede davon war, ich sollte meinert heiraten Vater sagte, meinert sollte sein Kompagnon werden und es sei schon alles in Ordnung Die liebe Familie brauche sich gar nicht erst groß aufzuregen Das standesamtliche Aufgebot werde in den nächsten Tagen bestellt werden Die Lene heulte und rief, dadurch würden ihre Kinder benachteiligt und so bleibe nichts für sie übrig und sie könnte wieder dienen gehen und ihre Kinder ins Armenhaus bringen, wenn Vater mal stürbe Vater rief ihr zu, sie solle das Maul halten Und Onkel Dirk und Lensmann Pohn sagten laut Dies sei der einzig richtige Ausweg aus dem Dilemma Es sei zwar eine fürchterliche Schande für die Familie Aber nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass so etwas passierte Mitten in die Reederei schoss Tante Frieda Stimme wie eine eiskalte Wasserspritze Will denn die Tümi überhaupt den Meinert heiraten? Zwei Sekunden lang blieb es still im Zimmer Dann erhob sich ein lautes Durcheinander von Stimmen Die alle schrien, das sei doch selbstverständlich und ich müsse einfach Und die Lene überkreischte alle Wär ja noch mal schöner, wenn die sich aufsetzte, nachdem sie Die soll froh sein, wenn sie unter die Haube kommt Und dann, ich weiß nicht wie, war plötzlich Streit im Gange Tante Frieda überschrie jetzt alle anderen Ich weiß noch lange nicht, ob es gut getan ist Das Kind Hals über Kopf dem Schuft, dem Meinert anzukuppeln Kommt noch sehr darauf an, was für ein Unglück leichter zu tragen ist Der Makel auf dem Namen oder ein ganzes Menschenleben Ehe-Elend Du bist übergeschnappt, Frieda Rief Tante Frauke erregt Sie kann doch nicht so laufen bleiben Und wie sie sich das Bett macht, muss sie drin liegen Wenn sie sich mit Meinert abgegeben hat, muss sie ihn heiraten Das ist auch meine Meinung, sagte Vater Die Heirat ist die beste Lösung Die Heirat mit solchem Menschen Rief Tante Frieda Solch ein Schuft, der die Einfalt und Unwissenheit von einem unmündigen Kind benutzt Und sie unglücklich macht Und dass du als Vater nicht einsiehst, was du deinem Kind mit dieser Heirat anhängst Bist du ein Vater? Ein elender Schuft bist du auch, wie dein Genosse Ja, das bist du, schrie sie und schlug mit der Faust auf den Tisch Bist du ein Mann, der ein Kind und noch dazu ein Mädchen erziehen konnte? Du, du! Hab ich's nicht immer gesagt und dich beinahe fußfällig gebeten Das Mädchen nach der Einsegnung aus dem Hause in Pension zu geben Du bist schuld Über dich sitzen wir hier zu Gericht und nicht über das unglückliche, verführte Kind, dass du's weißt Wie ein Rabenvater hast du an deiner Tochter gehandelt, als du sie hier behieltest Ich? Rief Vater Ich habe mein Kind abgöttisch geliebt, Frieda Mich trifft kein Vorwurf Ja, ja, das ist noch lange keine Liebe Dass man einem Kind allen Willen tut Und ja und amen zu allem sagt, was es in seiner Dummheit sind und anstellt Hier in dies Haus gehört eben kein heranwachsendes Mädchen Die Apotheke ist schon lange verrufen Hier ist, seitdem deine arme erste Frau tot ist, kein anständiges Haus und kein geregeltes Familienleben mehr Ein Bordell ist hier und eine Hurenwirtschaft Ja, 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 die einzige anständige Person, die hier in den Jahren schaltete War das arme Mädel, die du auch auf dem Gewissen hast Du Erzhalunke, du Die einzige, kreischte Lene Bin ich vielleicht keine anständige Person? Bin ich vielleicht auch so eine? Ich habe keine andere Bezeichnung für dich Rief Tante Frieda Da flog die Lene vom Stuhl auf und auf Tante Frieda zu Und griff ihr mit beiden Händen an den Kopf und schrie immer fort Bin ich eine? Du buckliges Nickel Widerrufst du und tust ab, bitte Oder ich dreh dir dein vermeckertes Zifferblatt auf die Kehrseite Und Tante Frieda, nicht faul, fährt ihr mit spitzen Fingern in die Augen, dass die Lene aufpiepste Und alle sprangen auf und kreischten und heulten Und Lehnsmann Pons nahm seinen dicken Spazierknüppel, den er immer zwischen den Knien hält Und schlug über den Tisch weg nach den beiden Weibern, die sich prügelten Und traf dabei die Hängelampe Und die Glocke und der Zylinder gingen in hundertundzwanzig Splitter Da ließen die Weiber voneinander ab Und Tante Frieda strich ihre zerzausten Haare zurecht Und die Lene lief nach draußen Wahrscheinlich um ihre Augen, die Tante Frieda nicht schlecht zugerichtet hatte, zu kühlen Gleich darauf kam Meinert herein Ich verstand nicht gleich, was mit ihm verhandelt wurde Die Frauen schwatzten noch immer aufgeregt durcheinander Ich glaube, es war die Rede davon, dass er Teilhaber der Apotheke werden sollte Und Lehnsmann Pons und Onkel Dirk haben doch große Hypotheken darauf Und müssen erst einwilligen Es schien, als ob sie Bedenken hätten Und Tante Frieda bestand darauf, ich solle erst gefragt werden, ob ich Meinert auch heiraten wolle Ich schob das Vorhängelchen am Guckfenster ein klein wenig beiseite Und sah gerade in Meinerts blasses, höhnisches Gesicht Das mir nie vorher so fratzenhaft widerwärtig erschienen war, als in dem Augenblick Ja, verehrte Herren, sagte er und rieb seine mageren, knochigen Hände Wenn die Sachen so liegen, wollen wir doch lieber von der Geschichte absehen Es ist doch wahrhaftig nicht so aufzufassen, als ob ich hier der bittende Teil bin Im Gegenteil Ich leugne nichts ab Ich habe ein kleines Techtelmechtel mit der Thymian gehabt Gut Die Folgen machen sich bemerkbar Boah Weil sie die Tochter meines Chefs und meines besten Freundes ist Stehe ich nicht an, meine Pflicht zu tun und sie zu heiraten Ich bin eben Gentleman Sonst, wenn das nicht wäre Wenn ich kritelig sein wollte Hätte ich Gründe genug zur Retirade Die Thymian ist ein Racker Hat Temperament, die Kleine Mit dem jungen Grafen Ostdorf geht sie auch Wer will mir denn beweisen, dass ich gerade Ich stopfte mir die Ohren zu Meine Beine zitterten Es wurde mir schwarz vor den Augen In meinem Gehirn klopfte es wie in einer Grobschmiede So lief ich hinaus und holte meinen Hut und rannte aus dem Hause, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hin wollte Immer weiter, wohin mich meine Füße trugen Geradeaus nach dem Wiesengraben und von da hinunter zur Schleuse Ich wollte den selben Weg gehen, den Elisabeth vor mir gegangen war Aber wie ich mich dann über das Geländer beugte und das schwarze, unruhige, kreisende Wasser erblickte, packte mich ein fürchterliches Grauen Ich klammerte mich fest an die eiserne Stange und machte einen Anlauf, um mich überzuschwingen Aber meine Füße waren schwer wie Blei So starte ich nur immer fort hinunter und wünschte mich tief unten in dem schwarzen Schlund und hatte doch ein so entsetzliches Grauen vor dem Tod, der da unten saß und mich anglotzte Nur die Zähne zusammengebissen und die Augen zu, hörte ich Elisabeth sagen und es fiel mir ein, dass ich in letzter Zeit alles durchgemacht hatte, was sie durchmachte Die Angst, die Qual, das unbewusste Anringen gegen eine unbekannte Gefahr, die auf ihr Opfer lauert Geh mach, sagte eine Stimme in mir, sei nicht so elendfeige Und ich raffte mich wieder auf, um hineinzuspringen Und wieder hielt eine geheimnisvolle Schwerkraft meine Füße an der Erde Und bei aller Qual war ein Lebensdrang in mir, der mächtig aufwallte Und mit seinem heißen Strom die eisigen Schauer des Sterbenwollens überflutete und auslöschte Eine Verzweiflung war in mir In meinem Gehirn rannten die Gedanken wie wild geworden durcheinander Ein rasender Schmerz brannte in allen meinen Gliedern Ich wünschte mir nur eins Bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen Wie lange ich da gestanden habe, weiß ich nicht Auf einmal nannte jemand meinen Namen Ich drehte mich um und sah in Tante Friedas blasses, trauriges Gesicht Und in ihre nassen Augen Und ihr Gesicht kam mir merkwürdig verändert vor Gar nicht mehr so spitz und grämlich verkniffen wie sonst Thymian, komm mein armes Kind Sagte sie, komm heim zu mir Sie nahm meine Hand in ihren Arm Und ich folgte ihr wie im Traum Mich widerspruchslos ihrem Willen unterordnend Ich habe sie vorher nie so sprechen hören Ich habe nie geahnt, dass ihre Stimme so warm und so weich und innig klingen könnte Ich hatte sie immer nur keifen und schelten hören Und nun, wo ich so viel verbrochen hatte Und wie eine arme Sünderin neben ihr herging Floss ihr Mund über von sanften, zärtlichen, tröstenden Worten Und es war mir plötzlich, als hätte ich diesem wunderlichen alten Weibchen Ein ganzes Teil abzubitten Als wäre ich in meiner kindischen Torheit Alle die früheren Jahre blind gewesen Und hätte nicht gesehen Welch ein treues, gutes Herz sich unter dem Geschnörkel Ihres absonderlichen Wesens Und ihren vielen kauzigen Eigenschaften verbirgt Oben in ihrem Wohnzimmerchen War es dunkel, als wir hinaufkamen Ich setzte mich aufs Sofa Und legte die Arme auf den Tisch Und den Kopf in die Hände Und Tante Frieda strich mit der Hand über mein Haar Und sagte wieder leise Armes Kind Armes, unglückliches Kind Was haben sie aus dir gemacht? Ich bin ja schlecht, Tante Frieda Sagte ich Es wäre am besten, wenn ich tot wäre Nein, Thymian Sagte sie ernst Die Toten können nichts gut machen Und du hast viel zu tun, um deine Schuld gut zu machen Du sollst an dir arbeiten Dass du trotz allem und allem Ein tüchtiges, braves Mädchen wirst Aber ich heirate Meinert nicht Rief ich Eher gehe ich ins Wasser Sie nickte Das habe ich mir gedacht Und ich kann dir nicht Unrecht geben Sei still, Liebes Ich will mit Vater reden Wir wollen ihn hierher kommen lassen Wir wollen sehen, was zu machen ist Sie sprach eine Langeweile zu mir Ich habe nicht alles behalten, was sie redete Aber es waren gute, liebe, freundliche Worte Kein Schelten, keine Vorwürfe, keine bissigen Anspielungen Zuletzt erzählte sie mir von der schönen Frau Claire Gottebal Meiner Urgroßmutter, die der Urgroßvater als blutarmes Mädchen von Paris mitgebracht hatte Als sie vier Jahre verheiratet waren Hat sie ihn und ihre zwei Kinder verlassen Und ist mit einem reichen Kaufmann nach Indien gegangen Und nie wieder ist Kunde von ihr gekommen Ihr Name ist in der Familiengeschichte der Gottebalz gestrichen Aber ein paar verspritzte Tropfen des leichtsinnigen französischen Kokettenblutes Haben sich in der nachfolgenden Generation erhalten Und machen wie ein vererbter Fluch sich immer wieder geltend Die Sünden der Väter rächen sich bis ins dritte und vierte Glied Murmelte Tante Frieda Das ist wahr, ja, das ist wahr Nachher kam Vater Sehr niedergedrückt und geschlagen Das Haus war ihm auch eine Hölle Die Lehne zeterte und Meinert war höhnisch und verbissen Vater und Tante Frieda unterhandelten in halblautem Ton miteinander Ich schlief darüber vor Müdigkeit auf dem Sofa ein Als ich aufwachte erfuhr ich, was sie abgemacht hatten Ich soll nach Hamburg In den nächsten Tagen will Vater mich hinbringen Ich soll bei einer Frau bleiben, bis alles überstanden ist Und dann soll ich irgendwo auswärts bei einer Familie in Pension kommen Mir ist alles so furchtbar gleichgültig, was wird Ich habe vorhin an Ostdorf geschrieben Ich möchte ihn so gern noch mal vor meiner Abreise sprechen In ein paar Monaten kommt er auch fort Mir ist Hundemiserabel zumute Ich bin noch bei Tante Frieda Meine Sachen sind alle hierher gebracht Nach Hause gehe ich vor unserer Abreise nicht mehr Ich fürchte mich meiner zu begegnen Ich hasse ihn so unsagbar Nun bin ich schon fünf Wochen in Hamburg Frau Rammigen heißt die Hebamme, bei der ich wohne Sie bewohnt ein Häuschen ganz allein an der Eimsbüttler Chaussee Mit einem Gärtchen dahinter Mit mir zusammen ist noch eine Dame hier Die schon im nächsten Monat ihrer Niederkunft entgegensieht Frau Liesmann heißt sie, sagt sie Ich glaube aber nicht, dass sie verheiratet ist Sonst wäre sie wohl nicht hier Sie ist aus Hannover Ein schönes Weib mit goldrotem Haar und milchweißer Hier und da von ein paar blassen Sommersprossen durchsetzter Haut Wir gehen oft zusammen spazieren Weil wir uns ja beide so sehr langweilen Was soll man auch den ganzen lieben langen Tag machen? Frau Liesmann ist 24 Jahre alt Gott hat die elegante Toiletten Ich möchte auch so schöne Sachen haben Die ersten Gelenke ihrer sämtlichen Finger Sind dicht mit Brillanten garniert Neulich war ein Herr hier und besuchte sie Ihr Mann, sagte sie Ist aber natürlich nicht wahr Er hatte ein Taschentuch hier liegen lassen, das ich fand Und das mit den Initialen V von V gezeichnet war Ihr Mann müsste doch Liesmann heißen Sie waren sehr zärtlich zusammen Einen Abend hatten sie mich mit ins Theater genommen Und nachher speisten wir bei Emke am Gänsemarkt Er war ja sehr nett Aber ich kam mir doch recht überflüssig vor bei den beiden Die sich gar nicht genierten Und sich in meiner Gegenwart küßten, dass es eine Art hatte Dann machte der Herr einige Bemerkungen und Anspielungen, die ich sehr taktlos fand Ich war direkt verletzt dadurch Das merkte der Herr V von V, alias Liesmann wohl Denn er lachte und klopfte mir auf die Wange und sagte lachend Nur nichts übel nehmen, Kindlein, ist ja alles menschlich Und schön ist's doch, das Leben auf der Landstraße Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte Wie wir aber nachher nach Hause gingen Die beiden Arm in Arm und ich daneben Kam ich mir doch recht einsam und verlassen vor Wenn ich darüber nachdenke, meine ich In meinem Schicksal wäre noch etwas Besonderes Was es erst recht düster und trostlos macht Ich weiß auch, was es ist Das ist es, dass kein Zweiter da ist, der mit mir leidet Und um dessen Willen ich leide Wenn ich nur sagen könnte, ich hätte einen Menschen unendlich lieb gehabt Und mich ihm hingegeben und ich müsste dafür büßen Dann wäre das alles nicht so furchtbar Aber so, manchmal ist mir, als ob das alles nur in meiner Fantasie wäre Und als ob ich gar nicht Lieber Gott Frau Rammigen ist eine sehr nette Frau Aber nicht viel zu Hause Heute ist Frau Liesmann nach St. Pauli zu einer Schneiderin Ich mochte nicht mit, weil mir so müde ist Da habe ich mir das Buch hervorgeholt und schreibe Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Sie heißt doch in Wirklichkeit Frau Liesmann Wir haben uns angefreundet und du und du getrunken Und nennen uns Thymian und Conny Sie heißt nämlich Konstanze mit Vornamen Conny hat mir ihren ganzen Lebenslauf erzählt Sie ist bei ihrer Großmutter, einer Wäscherin in Hannover erzogen Und wurde mit 17 Jahren an einen Wiedmann mit drei Gören verheiratet Drei Monate hielt sie es bei ihm aus Dann ist sie durchgebrannt Seitdem hat sie viele Schätze gehabt Und war auch mal eine Zeit lang am Theater Jetzt hat sie den Herrn V. von V. Der heißt Victor von Vosen Ein reicher Fabrikbesitzer, der ganz für sie sorgt Sie sagt, sie freut sich unbändig, dass sie ein Kind von ihm kriegt Weil sie ihn damit fest hat Und den Männern sonst doch nicht zu trauen ist Ich fragte sie, ob sie ihn sehr liebte Da lachte sie und meinte, das sei doch Nebensache Er ist nämlich ganz und gar nicht hübsch Wenn man so viel geliebt habe wie sie Sei man allmählich durch Die Hauptsache sei, dass man seine Existenz sichere Auf Schönheit lege sie gar keinen Wort Nur auf Schick Schick müsse so ein Mann sein Auf der Straße, im Hause, im Bett Und Schneid müsse er haben Das Übrige sei Nonsens Ich musste dabei an Ostdorfs tadellose Stiefel Und an seine gepflegten Hände denken Ich glaube, Conny Liesmann hat recht Man sieht mir noch gar nichts an Es macht mir Spaß, wie sich die Männer die Hälse nach mir verdrehen Das habe ich daheim gar nicht so bemerkt Wenn Conny und ich mittags am Jungfernstieg spazieren gehen Steigen uns immer ein paar nach Ein paar Mal wurden wir schon angeredet Conny sagt, ich sei bildschön Und wenn ich klug wäre, könne ich nochmal mein Glück machen Wir haben abgemacht, uns oft zu schreiben Conny sagt, man kann nie wissen, wie man einander nochmal gebraucht Ostdorf hat mir neulich geschrieben Er ist in der Nähe von Hamburg auf dem Gut des Grafen Sch Und will mich nächstens besuchen, worauf ich mich sehr freue Vor vier Tagen hat die Conny Liesmann einen kleinen Jungen gekriegt Um elf Uhr abends fing sie an zu stöhnen Und es hielt die ganze Nacht an Das Seufzen und Aufschreien und Jammern Bis um acht Uhr morgens das Kind kam Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht Da wir Wand an Wand schlafen Und ich durch die dünne Bretterwand alles mit anhörte Ich hatte mir nicht gedacht, dass es so schrecklich ist Aber jetzt habe ich mit einem Male eine Höllenangst Wenn ich doch nur erst alles überstanden hätte Ich muss immer das kleine Kind betrachten Es sieht zu drollig aus Etwas unappetitlich, trotz seiner spitzbesetzten Lübchen und Steckkissen Ich möchte es nicht küssen Aber die Conny küsst es wie wahnsinnig Gestern kam der Herr V von V Er brachte der Conny eine große mattgoldene Spange mit Brillanten mit Die sie sich schon lange gewünscht hatte Die Conny schimpfte, dass er nicht zärtlich genug mit dem Kindchen sei Und bei der Gelegenheit erfuhr ich Dass Herr V von V verheiratet und Vater von drei Kindern ist Merkwürdig, mit einem verheirateten Mann Hätte ich mich an Connys Stelle doch nicht abgegeben Überhaupt stößt es mich ab Dass sie immer bloß von Geld spricht und von Versorgung und Geschenken Während ich die schreibe, steht die Tür zu Conny Stube offen Sie ruft, was ich schreibe Ich sage ihr, in mein Tagebuch Da lacht sie laut und will es absolut lesen Fällt mir natürlich nicht im Traum ein Sie lacht noch immer Alle Schmerzen sind vergessen Sie ist kreuzfidel zu Wege Na, wenn ich ein Tagebuch geschrieben hätte Und sie schreit vor Lachen Das wäre interessant, Thymian Da drin hätte was gestanden Das darfst du glauben Die Conny ist mit dem Kindchen und einer Amme Die Frau Rammigen für sie besorgt hat Gestern abgereist Nun ist es recht einsam und traurig hier für mich Ich hatte mich so an die Frau gewöhnt Sie war so unterhaltend und so lustig Sie hat mich eingeladen, sie in Hannover zu besuchen Aber daraus wird wohl fürs Erste nichts Herr von Vosen war am letzten Sonntag hier Und schenkte mir eine goldene Brosche als Andenken an Seine Frau Als ob ich nicht alles wüsste Und weil ich ihr so oft Gesellschaft geleistet Und ihr die Grillen vertrieben hätte Ein mattgoldener Korb mit Vergissmeinnicht aus Türkisen Sehr reizend Ich freute mich sehr darüber Das Kindchen war mittlerweile auch recht niedlich und lieb geworden Ich habe es ein paar Mal wickeln und beim Baden helfen dürfen Ostdorf war vorige Woche auch hier Ich freute mich, ihn wiederzusehen Ich hänge wirklich an ihm Obgleich ich ihn weder als Mann noch als Mensch ernst nehme Es klingt brutal Aber ich möchte fast behaupten Ich liebe ihn, wie man einen Hund liebt, an den man sich gewöhnt hat Und dann kann man sich auch, abgesehen von seinem dummen Gesicht Mit ihm sehen lassen Er sieht riesig elegant aus Conny schüttelte freilich den Kopf, als ich ihn ihr als meinen Freund vorstellte Und nachher sagte sie, sie an meiner Stelle würde ihn abwimmeln Solch ein Mensch sei wie ein Block am Fuß Man käme nicht hoch mit ihm Na, die Conny kannte eben die Verhältnisse nicht Der arme Karl, der Ostdorf, würde mich nie am Hochkommen hindern Auf dem Gute gefällt es ihm ganz und gar nicht Er muss da früh aufstehen, mit auf dem Feld sein und auch im Büro mitarbeiten Und mit der Arbeit hat mein Ostdorf sich nun einmal den Magen verdorben Lange hält er es da nicht aus, sagt er Es tut ihm jetzt leid, dass er nicht die diplomatische Karriere eingeschlagen hat, sagt er Ach, Herr Jesus Sind das trostlose Tage, Wochen, Monate Das Weihnachtsfest war geradezu schrecklich Obgleich Vater mir eine Menge Sachen schenkte Und Tante Frieda mir einen langen, lieben Brief schrieb Conny Liesmann sandte mir eine große Marzipantorte Und einen Korb mit reizenden Babysachen Alles in rosa Seide, entzückend Das war wirklich sehr aufmerksam Zuerst freute ich mich darüber und wurde nicht müde, die mausigen, zuckerigen Sächelchen zu betrachten Es war mir so, als wären das alles Weihnachtspuppensachen Aber auf einmal fiel es mir ein, dass die Jübchen und Hemdchen und Mützchen für ein lebendiges Kind bestimmt sind Und dass dieses Kind das meines sein soll Es ist eigentümlich Ich kann mich noch gar nicht in diese Tatsache hineindenken Ich musste weinen Meine Tränen fielen auf die duftigen Gegenstände Ich bin sehr unglücklich Silvester war ich ganz allein im Hause Frau Rammigen war bei Bekannten Das Dienstmädchen heulte, weil sie meinetwegen heimbleiben sollte Da sagte ich ihr, sie solle nur gehen Ich bliebe ganz gern allein Und das ließ sie sich nicht zweimal sagen Aber es war doch schrecklich Diese Stille und Einsamkeit in der letzten Nacht des Jahres Ich ging immer auf und ab im Zimmer Und die Erlebnisse des letzten Jahres huschten wie Spukgebilde an meinen Augen vorüber Immer sah ich Elisabeth, wie sie auf dem Rasen lag Mit dem verzerrten, toten Gesicht Und ich dachte wieder zurück an meine liebe Mutter Die so schwer starb, weil sie mich schutzlos zurücklassen musste Und ich begriff, weshalb sie meinetwegen gar nicht zum Sterben kommen konnte Ich glaube, die Schatten der kommenden Ereignisse haben damals an ihrem Bett gestanden Und sie hat mit dem Seherblick der Weltscheidenden gewusst, was kommen musste Sie haben doch so für mich gebetet Sie und der Pastor Warum hat der liebe Gott diese frommen Bitten nicht erhört und alles anders gefügt Ich glaube nicht mehr an den lieben Gott Es wäre wohl das Beste für mich, wenn ich im Wochenbett stürbe Doch wünsche ich es nicht Mir ist so bange vor dem Tod Vor dem Versinken in die ewige Nacht und das ewige Nichts Ich möchte gerne leben und glücklich sein Ob es für mich noch ein Glück in der Welt gibt Ich glaube doch Ich bin jung, ich bin schön Die Welt ist groß und das Leben lang Man muss nur wollen Ich denke manchmal, wie das Glück wohl ausschaut Ich glaube, es sieht aus wie ein schöner, starker Mann Mit weichen Händen und einer schönen, weichen Stimme Und mit klugen, klaren, milden Augen So wünsche ich mir einen Mann Und etwas Geld muss auch dabei sein Damit ich mich schön anziehen und für ihn schmücken kann Wenn ich solchem Mann begegne, dann gebe ich mich ihm hin Skrupellos, auch ohne standesamtlichen Zivilversorgungsschein Denn die Ehe reizt mich gar nicht So ein zwangsweises Nebeneinander herleben Finde ich furchtbar langweilig, Geist und Gefühl tötend Geliebtes Tagebuch Treueste Freundin und Trösterin meiner Schmerzenszeit Ich hätte dir vieles anzuvertrauen Aber ich mag nicht viel schreiben Ich bin zu müde Ostdorf ist vom Gut des Grafen Sch ausgerissen Weil diese scheußliche Arbeit ihn krank macht, wie er sagte Sechs Tage trieb er sich in Hamburg umher, weil er sich nicht nach Hause traute Und er Angst vor seinem Vormund hat Ich habe ihm mein ganzes Geld gegeben Der arme Kerl hatte nämlich nur drei Mark im Portemonnaie Und ich hatte noch 45 Dafür haben wir einmal im Alsterpavillon gegessen Wo der Kellner mich gnädige Frau anredete Und alle uns sehr respektvoll behandelten Ostdorf sieht wirklich gräflich aus, bei all seiner Dummheit Als das Geld alle war, ist er doch fort Das heißt, er hat telegrafiert, sie sollen ihm Reisegeld schicken Und da ist einer gekommen und hat ihn wieder nach Sch zurückgebracht Aber der Graf hat gesagt, er wolle den Faulenzer und Tagedieb nicht mehr Und da ist er nach Berlin gekommen Vorige Woche schrieb er mir, dass sein Onkel ihn bei einem Diplomaten in der Wilhelmstraße in die Lehre gegeben hat Er muss sich da im Büro beschäftigen Briefe kopieren Und so kleine Sachen, die nicht viel Verstand erfordern machen Anstrengende, geistige Arbeit, nennt er das Na also Nun ist alles überstanden Vor fünf Wochen wurde das Kindchen geboren Es war sehr schlimm Aber nun bin ich wieder ganz gut Nur etwas sehr bleich und mager Ein Mädchen ist's Erika Susanne ist es getauft Jetzt begreife ich, wie lieb die Conny Liesmann ihres hatte Denn ich habe meines ebenso lieb Und hätte es am liebsten den ganzen Tag im Arm gehalten Und es geherzt und geküsst auf sein rosiges München Und seine blauen Äugelchen und seine Fäustchen gestreichelt Am zehnten Tag kamen Tante Frieda und Vater und blieben acht Tage bei mir Und während der Zeit rückte Frau Ravigan mit einem mir sehr komisch erscheinenden Ansinnen heraus In derselben Nacht nämlich, wo klein Erika geboren wurde Hat sie bei einer sehr reichen Familie ein Kindchen geholt Auch ein Mädchen, das aber schon am nächsten Morgen starb Die Leute wären sehr unglücklich darüber Weil sie schon zwanzig Jahre verheiratet waren und keine Kinder hatten Und sich nun so sehr auf dieses Kind gefreut hatten Da erzählte Frau Ravigan von mir und klein Erikachin Und die Leute meinten daraufhin, ob wir nicht geneigt wären, ihnen das Kindchen zu schenken oder zu verkaufen Sie wollten es adoptieren und es ganz als eigen erziehen und behalten Ich lachte Frau Ravigan aus und sagte, dass ich meinen süßen kleinen Schatz nicht um ein Haus voll Geld verkaufe Aber Vater und Tante Frieda waren anderer Ansicht Sie sagten, es sei ein großes Glück für das Kind und für alle Beteiligten Dass ich eine solche Gelegenheit böte, das Kleine unterzubringen Ich weinte und schrie und bettelte Aber es hörte kein Mensch auf mich Und sie machten hinter meinem Rücken alles mit Konsul Peters So heißt die Familie Ab und fünf Tage später wurde das Kindchen abgeholt Es war ein schrecklicher Abschied Ich weiß gar nicht, wie es war Just so, als ob mir ein Stück vom Herzen abgerissen würde Ich warf mich platt auf die Erde und schrie vor Verzweiflung Vater suchte mir zuzureden Und Tante Frieda nahm wieder ihren strengen Ton an Und sagte, ich sollte Gott auf den Knien für seine Gnade danken Anstatt mich wie eine Verrückte zu benehmen Der alte Herr Peter streichelte mir aber übers Haar Und versprach mir, ich solle hin und wieder Nachricht bekommen Wie es Erikachen geht Eigentlich hätten sie das nicht nötig Weil Vater in meinem Namen auf alle Rechte an das Kind verzichtet hat Aber Herr Peters versprach es Zuletzt wurde ich vor Aufregung ohnmächtig Und als ich wieder zu mir kam, waren sie mit meinem Kindchen fort Ich kann mich noch nicht darin finden Mir ist, als wäre ich sehr arm geworden Zuerst habe ich Tag und Nacht geweint Nun bin ich etwas ruhiger Und jetzt weiß ich, dass ich ein Ziel habe Nach dem ich streben muss Ich muss reich werden Um wieder mein Kind erlangen zu können Mit Geld kann man alles machen Wenn ich reich heiraten kann Tue ich es Ich will reich werden Und dann will ich mal sehen Ob man mir mein Kindchen Das ich unter Schmerzen zur Welt gebracht habe Für das ich so viel leiden musste Vorenthalten kann Vorläufig kann ich gar nichts machen Sie haben bestimmt, dass ich in eine Pastorenfamilie Auf dem Lande in Pension komme Im Holsteinischen Tante Frieda hat die Stelle ausfindig gemacht Sie ist mir jetzt fast so unsympathisch Wie früher mit ihren ewigen Ermahnungen und Bußreden Mir ist gar nicht wie einer büßenden Magdalena zu sind Lieber Himmel Ich habe mich versehen Und habe dafür leiden müssen Damit könnte die Sache nach meiner Ansicht Als erledigt angesehen werden Ich bin froh, dass Sie wieder fort sind Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Ich hätte mir früher auch nicht träumen lassen Dass die Eintragung in Tante Pohns Konfirmationsgeschenk Einmal meine einzige Erholung und Freude sein würde Und dass ich mir diese Freude auch noch sozusagen stehlen muss Sieben Monate sind seit meiner letzten Aufzeichnung vergangen Sieben Monate bin ich jetzt in der Zwangserziehung Respektive Besserungsanstalt Des Herrn Pastor Daub und seiner Gattin Ulrike Geborene von Schmid In G. bei Lübeck Es sind pflichteifrige Leute Das kann man nicht anders sagen Sie bessern gewaltig an mir herum Ob sie mich aber in Wirklichkeit besser machen Ist eine zweite Frage Mir kommt es umgekehrt vor Als sei die Atmosphäre der Gottesfurcht Der Sittenstränge und Enthaltsamkeit im Pastorat Gewimmelt voll von Bakterien der Tücke Heuchelei, Habsucht, Grausamkeit und Hinterlist Die man gegen seinen Willen einatmet und in sich aufnimmt Wie ich vorhin mein Buch durchblätterte Fiel mir gerade die Stelle ins Auge Wo ich mir so schön gelobte, fromm zu sein Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen Und ganz nach Gottes Wort zu leben Nun, wenn einer systematisch darauf ausgeht Jemand anders alles, was Religion heißt, gründlich zu versäuern Ihm alles Kirchliche zu verwiedern Ihm Abscheu und Ekel gegen alles, was mit dem Christentum zusammenhängt, einzutrichtern So soll er diesen jemand hierher schicken In das Pastorat zu gehe Bei Pastor Daub und seiner Ulrike Die schaffen's Fromm sind sie Das muss ihnen ihr Feind lassen Um sechs Uhr morgens wird aufgestanden und gearbeitet Aber feste gearbeitet Lang stehen und sich besinnen gibt's hier nicht Wenn dann um halb acht der Magenschief hängt Werden wir zur Andacht gerufen Da stehen wir alle geradeauf nebeneinander um den Tisch Und hören zu, wie der Pastor aus einer Postille eine Morgenandacht liest Und dann noch etliche erbauliche Ermahnungen daran knüpft Das heißt, in Wirklichkeit hört natürlich kein Mensch zu Wir senken nur die Nasen Und wenn er Amen sagt, schnellen alle gesenkten Nasen auf Und man sieht's jedem an, dass er heimlich Gott sei Dank sagt Die Daubs haben drei nichtsnutzige Jungs im Alter von sechs bis zwölf Jahren Und eine Nichte von einundzwanzig, die mit dem Vicar verlobt ist Ein hochmütiges, vor lauter Moral stumpfsinnig gewordenes Frauenzimmer Das zu dem hageren, halb versimpelten Vicar Und zu dem daubschen Ehepaar wie ein, zwei Groschenbrot zum anderen passt Dann sind noch zwei Dienstmädchen und ein Knecht da Die jeden Monatsersten wechseln Weil es niemand bei Frau Ulrike und ihrem gottgefälligen Wandel aushalten kann Es ist nämlich heidenmäßig viel zu tun In dem großen Haus mit dem großen Garten und dem landwirtschaftlichen Betrieb Also morgens gibt's die erste Andacht Mittags folgt die zweite Auflage Und abends vorm Schlafengehen wird der dritte Und Hauptgang des Seelendinés serviert Dann werden auch noch drei Gesangsphase gesungen Und als Dessert wird eine Generalbußrede Auf die Sünden des verflossenen Tages gehalten Frau Pastorin sagt bei jedem zehnten Wort mit Gott Mit Gott schlug sie neulich dem Stubenmädchen auf den Mund Dass die Nase blutete und zwei Vorderzähne wackelten Mit Gott hat sie schon ungezählte Straf- und Sühnegelder Beim Schiedsmann und Amtsgericht Für Dienstbotenmisshandlungen und Beleidigungen berappen müssen Ich habe nie zuvor so unflätig schimpfen hören Als wie die Frau Pastorin es tut, wenn sie wütend ist Und sie wird sehr leicht wütend Schwein, Biest, Luder, Sau, Schuft, Aas Das sind nur so kleine Kostproben ihres Konversationstons im Verkehr mit den Leuten Wo sie hinschlägt, wächst kein Gras Und ihre Hand sitzt sehr lose Mich hat sie noch nicht geschlagen Dagegen sind aus der Blütenlese ihrer Schimpfwortplantage Auch schon manche Rosen und Röslein auf mich niedergeregnet Ich bin so etwas wie das schwarze Schaf im Hause Alle, mit Ausnahme der Dienstboten Nehmen eine feierliche, ernste, strenge Miene an Wenn sie zu mir sprechen Ich bekomme jeden Tag mein Extrafutter von frommen Reden und Ermahnungen Zu gottvoll war Fräulein Toni, die Nichte, in der ersten Zeit Sie blickte immer zur Seite, wenn ich sie um etwas fragte Oder sie notgedrungen das Wort an mich richten musste Als wenn ihr jungfräuliches Schamgefühl erzitterte Wenn sie so eine ansehen musste Auch der Harvika Schafeski, ich sage Schafskopf Tut immer ganz wunderlich zu mir Und ich musste und muss noch Manche Anspielung von Verlorenen und Verworfenen und Geächteten anhören Na, mich lässt das ziemlich kalt Gewissermaßen kann man es ja den Leuten nicht verdenken Da ich hier doch in den moralischen Drill gegeben bin Und sie wahrscheinlich nur ihre Pflicht zu erfüllen meinen Wenn sie mich recht kurz und streng halten Was mich nur so maßlos empört Ist die Tatsache, dass ich hier auch nicht die geringste persönliche Freiheit genieße Sondern wie eine schwere Verbrecherin auf Schritt und Tritt bewacht und beobachtet werde Es liegt etwas furchtbar Demütigendes, Peinigendes darin Zum Beispiel erhalte ich keinen Brief Der nicht in Pastors Studierstube erbrochen und gelesen würde Zwei Briefe, einen von Ostdorf und einen von Conny Haben sie mir unterschlagen Zum Glück wurde ich es gewahr Seitdem lasse ich sie nach Lübeck postlagernd schreiben Und die Schustersfrau nebenan, die die Bruttengänge macht Bringt sie mir heimlich mit Umgekehrt kommt auch kein Brief von mir fort Der nicht erst die Zensur der Studierstube passiert hat An Ostdorf und Conny kritzele ich ab und zu ein paar Zeilen mit Blei Und schicke sie unfrankiert ab Denn ich habe, seitdem ich hier bin, keinen Pfennig zur Verfügung Einmal gelang es mir, einen solchen unfrankierten Brief an Vater wegzuschmuggeln Zu Hause ist unterdessen ein Junge angekommen Aber Vater antwortet mir nicht direkt Sondern schrieb an Pastors, dass ich mich beschwert hätte Was mir eine tüchtige Pauke eintrug Seitdem bekomme ich jeden Sonntag eine Mark Taschengeld Aber ich muss am Samstag über jeden Verwandten Pfennig Rechenschaft ablegen Es ist ein entsetzliches Leben Vater wagt offenbar nicht, mich hier wegzunehmen, weil er Tante Frieda fürchtet Ich kann es Vater nicht verzeihen, dass er Meinert trotz allem Vorgefallenen noch behält Ich werde nie wieder nach Hause zurückkehren Ich hasse Meinert wie die Pest Meine Seele ist voll Bitterkeit und Groll Die Menschen hier im Hause hasse ich alle, nur die Dienstboten nicht, die halten zu mir Aber es sind eben zu oft fremde Gesichter da Heute sind Pastors zu einer Hochzeit Fräulein Toni liegt zu Bett mit Zahnschmerzen und Schafskopf ist verreist Ich bin ein paar Stunden bei Frau Klok und schreibe hier Ihr Mann ist Schuster Sie verdient noch nebenbei durch Botengänge Sie ist eine sehr propre, fleißige, freundliche Frau und mir sehr zugetan Was mich besonders zu ihr hinzieht, ist ihr kleines, acht Monate altes Mädchen Es ist zu herzig und genauso alt wie Erika Ich halte es zu gern auf dem Schoß und spiele mit ihm Es kräht und lacht und möchte etwas sagen Zu niedlich Wenn ich doch Erikaschen mal sehen dürfte Ich habe so viel Sehnsucht Es ist zu traurig Wenn man nicht gerade als aktive oder vielmehr passive Person Mittendrin wäre in dem Familienidyll unseres Pastorats Sondern als unbeteiligter Zuschauer Abseitsstände Und mit den Augen eines lachenden Philosophen beobachten Und allerhand interessante Parallelen zwischen Worten und Werken Zwischen Theorie und Praxis Hochtönender Morallehre und ihren Nutzanwendungen ziehen könnte Müsste es ganz erheiternd sein, hier eine Zeit lang zu verweilen Es kann nichts Komischeres geben Als die Kontraste zwischen dem Gequassel und den Salbadereien Dieser frommen, augenverdrehenden Menschen Und der Art ihrer Anschauungen, ihrer Lebensführung Und ihrem Verhalten untereinander und dem lieben Nächsten gegenüber Ich habe schon lange gemerkt, dass der Pastor und seine liebe Gattin Gar nicht sehr idyllisch miteinander leben Sie zanken sich oft wie die Spatzen Freilich immer nur, wenn sie sich allein glauben Aber ich konnte nie dahinter kommen, um was es sich handelt Frau Klok erzählte mir dieser Tage Der Pastor hätte ein kleines Verhältnis mit einer hübschen Bauernfrau im Dorf Und die Pastorin hat Wind davon bekommen Und im vorigen Jahr ist sie mit dem jüngsten Jungen sechs Wochen fort Und hat gewartet, dass ihr Mann sie wiederholen sollte Der war aber froh, dass er sie los war Und nachher ist sie von selber wiedergekommen Na, es ist ja nicht hübsch, wenn ein Mann seine Frau betrügt Aber dieser alten Gans mit ihrer scharfen Zunge Ihrem Geiz und ihrer Brutalität Gönne ich es, wenn sie sich mal tüchtig ärgern muss So viel steht fest Ich werde nie mehr mit einem Fuß die Kirche betreten, wenn ich hier weg bin Nie mehr Die Kirche ist mir zu sehr verleidet Früher dürfte ich Sonntag so lange schlafen, wie ich wollte Und es stand in meinem Belieben, ob ich in die Kirche gehen wollte oder nicht Da bin ich gern und oft hineingegangen Jetzt muss ich sonntags eine Stunde früher aufstehen Um mit meiner Arbeit zeitig fertig zu sein Weil ich Punkt ein Viertel nach neun zum Kirchgang anzutreten habe Dann trottele ich zwischen Frau Pastorin und Toni die Dorfstraße hinauf Um die anderthalb Stunden in der Kirche abzusitzen Diese anderthalb Stunden dehnen sich mir immer unerträglich in die Länge Im Winter bekommt man eiskalte Füße Und im Sommer summen die Fliegen an den Wänden Und man würde ein bisschen einduseln Wenn das dröhnende Organ des Herrn Pastors Einem nicht wie Keulenschläge aufs Trommelfell bumste Und jede Ruhe und Traumstimmung illusorisch machte Ich wollte, ich hätte Zeit, die Predigten hier wieder zugeben Vielleicht mal später Immer mit derselben Technik und nach der gleichen Schablone Ihr seid allzu mal Sünder Höllenhunde, Satansbraten, reif für die Schmurpfanne der infernalischen Bratöfen Und dann als Finale Der ölig fließende Honigseim Göttliche Gnadenverheißungen Liebe, Liebe, Liebe Nun, wenn diese verheißene göttliche Liebe Ähnlichkeit mit dem von der Firma Daub und Konsorten verzapften Artikel gleicher Etikette hat Möchte ich ergebens danken Frau Pastor und Fräulein Toni sitzen aufrecht und gerade Wie aufgespannte Regenschirme Rechts und links an meiner Seite Vollgeplustert von Andacht und Selbstzufriedenheit Beim Hinausgehen lächelt Frau Pastorin freundlich nach allen Seiten Ganz liebe und milde und wohlwollende Gemeindemutter Wehe aber, wenn sie, in den Flur tretend, mit dem Zeigefinger über die Kommode oder den Mahagonischrank fährt und eine Spur Staub entdeckt Dann geht's los mit Pauken und Trompeten Was für ein Schwein hat hier heut wieder das Abwischen besorgt? Natürlich bin ich, die so lieblich verbildlichte Sie? Meinen Sie vielleicht, Sie hätten für die paar Mark Pensionen, die Ihr Vater für Sie zahlt, das Recht, mein Haus wie einen Saustall zu behandeln? Und so weiter Ich bin so verstorkt, dass ich mir ordentlich Gewalt antun muss, um nicht laut rauszupusten vor Lachen Sie ist zu komisch, wenn sie vor Wut kocht Wehe tun schon die kleinen Sticheleien und bissigen, versteckten Anrempeleien Schon seit einiger Zeit war die Rede davon, dass der Amtsbruder unseres Pastors aus einem entfernten Dorfe mit seiner Frau und seinen Töchtern Zwei Mädchen im Alter von 17 und 19 Jahren eines Sonntags auf Besuch kommen wollen Ich freute mich darauf Ich habe so lange nicht mit jungen Mädchen verkehrt Ich habe ordentlich mal Sehnsucht nach Altersgenossinnen Und ich war so blödsinnig, unvorsichtig und naiv Meinen Gefühlen eines Mittags im Beisein sämtlicher Hausgenossen Ausdruck zu geben Aus dem verlegenen Schweigen, das daraufhin entstand, merkte ich, dass etwas faul im Staate Dänemark war Aber Thymian, sagte Toni vorwurfsvoll Sie können doch nicht annehmen, dass Tante sie den jungen Mädchen vorstellt Warum nicht? fragte ich in meiner Dummheit Der Pastor legte Messer und Gabel hin Thomas und Hanni geht hinaus Und als die Jungen raus waren Meine Nichte hat durchaus Recht Wir wollen sie gewiss nicht verletzen, liebe Thymian Aber so wie die Sachen stehen, wäre es eine unerhörte Taktlosigkeit von uns Sie mit den jungen, unschuldigen Töchtern meines Amtsbruders zusammenzubringen Natürlich geht das nicht, sagte die Pastorin brüsk Thymian bleibt den Nachmittag, wenn Roswas kommen, auf ihrem Zimmer Das ist ja auch für sie selbst am angenehmsten Sie und die Mädel haben doch keine gemeinsamen Interessen Da hatte ich es Und nun sitze ich in meinem Stübchen, hab für den Nachmittag Arrest Und infolgedessen Zeit, mich mit dir, mein Tagebuch, zu beschäftigen Roswas sind nämlich heute da Ich hab mich eingeschlossen Eigentlich ist es zu dumm, dass einem so etwas nahe geht Man sollte sich darüber hinwegsetzen Trotzdem brennt und sticht es, als ob jemand mir mit Nesseln die Seele wundgepeitscht hätte Ich habe geweint darüber Ich habe bisher nie richtig über die Konsequenzen meines Unglücks nachgedacht Es ist mir noch nicht bewusst geworden, dass ich damit für immer aus den Reihen der gesellschaftlich für vollgeltenden Der anständigen Frauen und Mädchen ausgeschieden bin Obgleich man es mich hier schon oft genug fühlen ließ, hatte ich es nie so recht kapiert, um es ganz zu begreifen Jetzt weiß ich es Ich, Törin, hatte geglaubt, mit der Angst und den Qualen der dem Ereignis voraufgehenden Monate Mit der furchtbaren Stunde am schwarzen Wasser, in der der Wunsch zu sterben und der Drang zum Leben In mir wie zwei wahnsinnige Menschen miteinander kämpften, meine Schuld bezahlt zu haben Ein Stück fröhlichen Kinderglaubens an die lieblichen Verheißungen des Evangeliums lebte in mir Bei unserem Gott ist viel Vergebung Jetzt weiß ich es besser Unser Gott hat einen Januskopf mit zwei Gesichtern Das eine, Liebe und Vergebung verheißend, ist für die Guten, die kindlich Gläubigen, nie Strauchelnden, die eigentlich gar keine Vergebung nötig habenden Und das andere, zünnende, furchtbare, in unversöhnlicher Strenge erstatte Ist den bösen, verstockten, unbußfertigen Sündern zugewandt Und droht mit Hölle und Verdammnis und Rache und Strafen bis ins dritte und vierte Glied Nein, lieber glaube ich überhaupt an keinen Gott, als an den Gott der Daubs und Genossen Man schließt vom Diener auf den Herrn Was muss das aber für ein Herr sein, dem diese heuchlerischen, lieblosen, boshaften Menschen Mit ihrer Heuchelei, ihrer Erbarmungslosigkeit und ihrer Gehässigkeit zu dienen glauben Dieses fortwährende Beten und Salbadern und frommige Tue ist mir unsäglich zuwider Ich fühle, dass ich ganz schlecht werde, wenn ich hier lange bleibe Mir ist so gallbitter zumute Eine strenge, aber liebevolle Obhut haben sie für mich in den Itzehoher Nachrichten gesucht Die Strenge lässt nichts zu wünschen übrig Aber die Liebe suche ich vergebens Ich möchte wissen, was die Daubs sich unter Liebe vorstellen Ich werde wie ein nichtsnutziger, überflüssiger Gegenstand umhergestoßen Und bekomme in einer Stunde manchmal zehnmal zu hören Dass sie für die 1000 Mark Kostgeld mindestens für 5000 Mark Ärger an mir hätten Und dass ich nicht dankbar genug sein könne Dass eine anständige christliche Familie mich, die Verwoffene, in ihrer Mitte aufgenommen habe Ich habe schon manchmal daran gedacht, auszureißen Aber wo soll ich hin, wo ich doch kein Geld habe? Eine Heimat habe ich auch nicht mehr Der alte Herr Peters hat sein Wort nicht gehalten Ich bekam keine Silbe Oder ob sie mir die Briefe unterschlagen haben? Ich werde nächstes Mal hinschreiben Zum Glück weiß ich die Adresse Die kleine Marie Klock hatte neulich die Masern Sie sagt schon Mama Zu süß Ich war heimlich weggelaufen, um nach ihr zu sehen Was mir fürchterliche Schimpfe von der Pastoren eintrug Es fehlte nicht viel, da hätte sie mich verhauen Wegen der Ansteckung, die ich ihren Jungs eventuell zugetragen hätte Zum Glück ist niemand krank geworden Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Ich bekam vor sechs Wochen einen Brief von der Lene Sie schrieb mir, ich sollte sehen, dass ich eine Stelle als Stütze bekäme Es wäre unverantwortlich von mir, dass ich Vater ein so hohes Kostgeld bezahlen ließe Wo die Geschichte ohnehin ein Heidengeld gekostet habe Als ob es für mich ein Luxus wäre, bei den Daubsen Pension zu sein Die Lene ahnt ja nicht, welch einem Verständnis ihre Wünsche bei mir begegnen Zufällig fand ich an jenem Tage gerade Zeit, an Conny Liesmann in Hannover ein paar Zeilen zu schreiben Und da flocht ich es mit ein, dass ich mich nach einer Stellung umsehe Ob sie vielleicht was für mich wüsste Einige Tage darauf schrieb Conny mir zurück, ich möchte doch zu ihr kommen Sie wollte mir freie Station und 20 Mark monatlich Taschengeld geben Und ich sollte dafür nur etwas im Haushalt helfen Und im Übrigen wie ihre Schwester gehalten werden Natürlich war ich über das Anerbieten vergnügt wie ein Kiebitz Und meldete es sofort nach Hause Acht Tage darauf schrieb Vater mir, dass er über die Frau Liesmann in Hannover Erkundigungen eingezogen habe Und die erhaltene Auskunft keine derartiges sei Dass er mich der Dame anvertrauen könne Dahinter steckt natürlich wieder Tante Frieda Ihre Vorwürfe, meine Erziehung betreffend, müssen Vater höllisch nahe gegangen sein Dass er jetzt ganz nach ihrer Pfeife tanzen zu müssen glaubt Sie wollen wieder in den Itzehoher Nachrichten eine Stelle für mich suchen Wahrscheinlich soll ich wieder in ein christliches Haus kommen Gott erbarme dich Wenn ich nur wüsste, wie ich es anstelle, um hier fortzukommen Ich würde dann einfach durchbrennen und doch zu Conny Liesmann fahren Ich zerbreche mir Tag und Nacht den Kopf, wie ich es mache In aller Eile Ein niedliches Erlebnis, das ich flink in mein Buch registrieren muss Weil es schade wäre, wenn es der Nachwelt verloren ginge Gestern waren Pastors beim Ortsvorsteher zur Kindtaufe Die Jungs machten eine Spritztour nach Lübeck Und ich sollte in 24 Handtücher Stilstichmonogramme sticken Und nebenbei noch ein halbes Dutzend Paar Strümpfe stopfen Nachdem ich schon zwei Stunden gestichelt hatte War mir plötzlich der Fingerhut verloren gegangen Ich suchte und suchte vergebens Und da der Nähtisch wie alle anderen Schubfächer und Behälter Stets verschlossen ist Machte ich mich auf die Suche nach Fräulein Toni Es war alles totenstill im Hause Da auch die Dienstmädchen nicht daheim waren Meine Hausschuhe mit den von Frau Pastor vorgeschriebenen Filzsohlen Machen nicht das geringste Geräusch So gelangte ich ungehört an die Tür von Tonis Zimmer oben Ich wollte schon anklopfen Da stutzte ich, weil ich drinnen lachen, plaudern, flüstern höre Haha, denke ich Und ziehe mich leise zurück in die Treppennische Von der aus man die Tür beobachten kann Es dauerte und dauerte Schließlich wurde mir die Zeit lang Ich wieder hin und klopfe und rüttle Als ich keine Antwort bekomme Nichts regt sich Die Tür war verschlossen Na, das ist gut, denke ich Lieben die sich hinter verschlossenen Türen Das lässt tief blicken Und dabei überkommt mich eine ganz boshafte Schadenfreude Diese frommen Seelen mal in flagranti zu ertappen Das Zimmer hat keinen zweiten Ausgang Ich postiere mich daneben und huste jeden Augenblick vernehmlich Damit sie wissen, dass ich da bin Die Uhr wird sieben Wenn ich mich umsehe, steht der Vicar hinter mir und schüttelt mich und sagt, ich soll doch den Mund halten Und der ganze Kerl hat geschlottert vor Angst und ist kreideweiß gewesen Aber ich habe mir den Bauch vor Lachen gehalten Und bin dann gleich in Toni Stube Die stand noch im Finstern und war dabei, die Spreitdecke über ihr Bett zu legen Ich wollte Sie, Mann, bloß bitten, mir einen Fingerhut zu leihen Sag ich harmlos Warum haben Sie denn noch keine Lampe an, Fräulein? Ja, Sie, Sie Geschöpf, sagte sie und zittert vor Wut Warten Sie, Mann, das will ich Ihnen einreiben Aber was denn? Was habe ich denn verbrochen? Da hat sie Licht angemacht und mir einen Blick zugeworfen Einen Blick Trotzdem musste ich lachen Weil auf ihrem Gesicht das ganze zärtlich lustige Kapitel der letzten Stunde Zum Ablesen deutlich geschrieben stand Nun kann ich mich freuen Heute früh ging die Schikaniererei schon los Schluss Die Jungen schreien nach mir Die kleine Marie-Klock ist plötzlich an Brechruhr gestorben Innerhalb dreier Tage gesund und tot Ich komme gar nicht darüber hinaus Ich hatte das Kindchen so lieb Wie ein kleines Engelchen lag es im Sarge Ich schlafe keine Nacht Meine Gedanken sind immer bei der kleinen Erika Vielleicht ist sie auch schon tot und ich weiß von nichts Nächsten Monat wird sie ein Jahr alt Wenn sie lebt Ich glaube es kaum mehr Ich bin krank vor Unruhe und Angst und Sehnsucht Und weil ich keinen Menschen in der Welt habe Mit dem ich meine Sorgen besprechen kann Ist es noch einmal so schlimm Oft wenn ich nachts wach in meinem Bett liege Und nicht zum Einschlafen komme Gehen allerhand wunderliche Gedanken Wie schwarze Silhouetten durch meine Seele Ist es nicht eine sonderbare Einrichtung in der Welt Dass es so ist und nicht anders Müsste nicht das Recht jeder Mutter an ihrem Kindchen heilig sein So heilig, dass alles, alles andere dahinter verstummt Dass Spott und Hohn sich davor verkriechen Wie die Nachteulen und Fledermäuse vor der Tageshelle Ist nicht jene Liebe, die das Evangelium predigt Die langmütig und freundlich ist Die nicht eifert, sich nicht erbittert Nie das Iris sucht Die alles duldet, alles vergibt und nimmer aufhört Einzig und allein identisch mit der Liebe einer Mutter zu ihrem Kinder Das ist eine Liebe, die wahrhaft lauter und rein Und bar aller unedlen, selbstsüchtigen und gemeinen Motive ist Ich schreibe dies im Bett beim Schein einer Stearin-Kerze Die Jungen schlafen Wenn es den Menschen richtig ernst um ihre Religion wäre Würden sie nicht die uneheliche Mutter mit Schimpf und Hohn beworfen Und es ihr unmöglich machen Sich frei und offen zu ihrem Kinde zu bekennen Sie würden auch in der Gefallenen Immer noch das Gefäß jener heiligen Liebe Die Gott selbst als des Gesetzes höchste Erfüllung bezeichnet Achten und sie still ihrer Wege ziehen lassen Wo in der Welt findet sich eine Liebe, die auch nur annähernd der im Korintherbriefe beschriebenen Liebe So ähnelt wie die Mutterliebe Nirgends, nirgends Folglich ist sie diejenige, die der Vervollkommnung am nächsten steht Folglich ist die liebende Mutter dem idealen Christen am ähnlichsten Ich bin noch nicht 18 Jahre alt Des Lebensfrühling nennen sie die Jugend Aber in mir ist keine Sonne und keine Freude mehr In mir ist alles ernst und dunkel Und doch war ich meiner Veranlagung nach zur Freude und Fröhlichkeit prädestiniert Ich habe so gern geschürzt und gelacht Wie ist es schrecklich, dass ein Schritt abseits vom Wege Einen unerbittlich in trostlose Nacht Einsamkeit und Öde führt Wie ist es fürchterlich, dass Menschen Fühlende, denkende Menschen aus Fleisch und Blut Menschen mit Schwächen und Fehlern wie andere Das große, schöne, heilige Evangelium der Liebe In gottlose Satzungen der Härte und Erbarmungslosigkeit In Brutalität und Grausamkeit ummünzen konnten Wenn ich träume, träume ich von einem Glück Das hell und rein und sonnig ist Ich halte mein warmes, weiches, kleines Kind auf dem Arm Es trägt ein weißes Kleidchen und lacht und klatscht in die Hände Und wir beide wandern weiter und weiter hinein In den heiteren Frühlingsmorgen Über grüne Wiesen mit Blumen und Schmetterlingen Nach denen das Kindchen hascht Immer weiter, weiter hinein In eine andere, schönere, weite Welt In der es keine lebenden Wesen gibt Nur Blumen und Sterne und kristallhelles Wasser In dem man allen Schmutz und alle Schuld der alten Welt abwäscht Und aus dem man hervorsteigt als ein reiner, guter, heiliger Mensch Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jesse Bei Pastors musste ich mir die Augenblicke, wo ich ein paar Seiten schreiben konnte, stehlen Die letzte Eintragung mit Blei beim flackernden Schein einer Groschenkerze ist kaum zu lesen Jetzt dagegen hätte ich Zeit genug Aber ich bin gar nicht mehr darauf gekommen, bis ich das Buch heute Morgen plötzlich hervorkramte Und da es ein so langweiliger Sonntagnachmittag ist, will ich mal wieder schreiben Die letzte Seite gibt so ganz meine Gedanken in jener Zeit wieder Es war ein mieses Jahr im Pastorat Und damit meine Aufzeichnungen einmal vollständig der Nachwelt in Händen kommen Will ich das, was seitdem geschah, in großen Umrissen nachholen Wenn ich meine Eindrücke meines Besserungsjahres resümieren sollte, könnte ich nur sagen Das, was mir so furchtbar bei Daubs aufstieß und widerstand Und mir das Leben dort verekelt War weniger die Behandlung, die mir persönlich dort widerfuhr Als die schandhafte Heuchelei und Falschheit dieser Gesellschaft Etwas in mir lehnte sich direkt dagegen auf Ich kann so etwas nicht ausstehen Frömmigkeit ist schön und gut, wenn sie von einem Den elementarsten Voraussetzungen der Ethik entsprechenden Wesen und Verhalten getragen wird Aber das Wort Gott im Munde eines keifenden Weibes und eines eifernden Zeloten Ist widerwärtiger als das kräftigste Schimpfwort eines verkommenen Proleten auf der Gasse Ich konnte nicht dagegen an Alles in mir war Protest und Ekel Sonst will ich mich nicht einmal beklagen Die Arbeit hat mir nichts geschadet Und satt bin ich immer geworden Wenn ich nur nicht plötzlich das krankhafte Heimweh nach meinem Kind gehabt hätte Seitdem das kleine Schusterkind gestorben war Hatte ich weder Rast noch Ruhe Es war wie eine Krankheit Ich ging in einem immerwährenden Fieber Und dachte und wünschte und hoffte und sehnte nichts weiter Als doch nur ein einziges Mal Das kleine, süße Kindchen wiederzusehen In der Zeit besuchte mich Tante Frieda auf drei Tage Die Pastorin mag schön über mich hergezogen sein Denn Tante nahm mich stramm ins Gebet und sagte, sie hätte eine Stelle für mich im Dietmarschen in einem Bauernhaus Fünf Kinder und nur ein Dienstmädchen Und das Haus läge ganz einsam und es herrschte dort ein ganz streng christliches Familienleben Ich ließ sie losreden und dachte mein Teil Es stand gleich fest bei mir, dass ich nicht dahin gehe Was ich in dem Jahr bei Daubs an Strenge und Christlichkeit gehabt habe, reicht für mein Leben aus Ich bin überhaupt so Mit Güte kann man alles mit und aus mir machen Und ich glaube, es geht den meisten Menschen so Güte ist eine Waffe, gegen die man nicht ankommt Strenge dagegen fordert Widerspruch und Opposition heraus Tante Frieda ist gewiss ein herzensguter Mensch Und sie meint es sicher gut mit mir Aber ich kann mir nicht helfen Sobald sie anfängt, mir Vorhaltungen zu machen Bußpredigten zu halten Ist sie mir zuwider Herr Gott und fahnreich Ich habe doch wahrhaftig gebüßt Erst muss ich wieder etwas ausgefressen und abzubüßen haben Ehe ich mich gutwillig einer neuen Bußzeit aussetze und unterwerfe Ich machte drei Kreuze hinter ihr her, als sie fort war Wir hatten zu der Zeit ein Dienstmädchen Das der Pastor aus einer christlichen Erziehungsanstalt in Hamburg bezogen hatte Weil die sonst nirgends mehr eins kriegten Rieke hieß sie und ein Racker war sie Und ich freute mich, dass die Dauben jetzt mal hin und wieder richtig Ursache zur Wut hatte Es flutschte dann auch manchmal so, dass die Rieke meinte, Ostern und Pfingsten kämen auf einen Tag Ich kam ganz gut mit dem Mädel aus Sie merkte wohl, dass ich in mancher Hinsicht eine Leidensgefährtin war Eines Nachmittags, als die Pastorin in einem Nachbardorfe zur Visite Und die Toni mit ihrem Schatz in Lübeck zum Einkaufen war Kam ein reicher Bauer zum Pastor und brachte ihm Geld Ich weiß nicht wofür Ich glaube Miete für eine Wiese Nachher ging der Pastor fort Gegen sechs Uhr komme ich aus dem Garten, wo ich zu tun hatte Und da sehe ich im Vorübergehen durchs Fenster Dass die Rieke in der Studierstube am Schreibtisch steht und Geld von der Platte nimmt Ich natürlich sofort herein und sie zur Rede gestellt Und sie kriegt einen Schreck und zeigt mir das Geld Zwei zwanzig Markstücke, die der Pastor zu verwahren vergessen hat Und bittet mich vom Himmel zur Erde Ich solle sie doch nicht unglücklich machen Ich besann mich einen Augenblick Denn auf einmal war mir heiß ein Gedanke durch den Kopf geschossen Rieke, sagte ich Ich will Ihnen einen Vorschlag machen Geben Sie mir zwanzig Mark ab Und halten Sie den Mund Nachher will ich die Schuld ganz allein auf mich nehmen Und der Pastor soll überdies die Vierzig auf Heller und Pfennig wiederkriegen Aber ich muss fort Meinen Sie, dass der Alte noch was wegbleibt? Rieke lachte und sagte Der Alte wäre zu seiner Liebe herüber Der käme noch so bald nicht Und war mit allem einverstanden Ich kriegte also die zwanzig Meter Und zog mich schleunigst an und packte etwas Wäsche zusammen Und stand fort zur nächsten Station Zum Glück ging gerade ein Zug nach Lübeck Und von da hatte ich gleich Anschluss nach Hamburg Gegen 10 Uhr kam ich da an Natürlich war es dann zu spät, noch zu Peters zu gehen Andererseits hatte ich auch keine Lust, im Hotel zu übernachten Weil ich doch mit meinem Geld reichen musste Und ich noch nach Hannover wollte Bis über Mitternacht blieb ich im Wartesaal des Dammturbahnhofs sitzen Aber der Kellner kam und sagte Der Wartesaal würde geschlossen Und da müsste ich fort Zum Glück war es eine wunderschöne, warme Weihnacht Und die Luft tat mir ganz gut Ich bummelte ein bisschen über die Wallanlagen Setzte mich einen Augenblick auf eine Bank Und kehrte dann um und ging über die Kolonnaden Nach dem Jungfernstieg und an der Alster entlang Die Straßen waren sehr still Nur hin und wieder rollte ein Wagen über den Straßendamm Und vereinzelte Fußgänger hasteten vorüber Auf einmal merkte ich, dass ein Herr hinter mir herging Und mir folgte Mir war sehr bange Ich eilte rasch weiter Aber in den Alster-Arkaden holte er mich ein Und redete mich an Ob ich denn noch so spät spazieren ginge Ich sah ihn an und bemerkte, dass er elegant gekleidet war Und gut aussah Einen Zylinder trug und einen langen, blonden Schnurrbart hatte Ich sagte ihm, dass ich fremd in Hamburg Und erst eben mit der Bahn angekommen sei Und dass ich die Zeit bis zum nächsten Tag, wo ich nach Hannover führe Tod zu schlagen hätte Er meinte, da würde mir die Zeit aber noch lang werden Denn es sei noch nicht zwei Und ging immer neben mir her Und wir waren bald in Unterhaltung Er hatte etwas sehr Nettes, Angenehmes Als er plötzlich mit dem Vorschlag herausrückte Ich möchte doch mit ihm in seine Wohnung kommen Und da ein paar Stunden verweilen Fand ich eigentlich gar nichts darin Und willigte gern ein Er wohnte in der Nähe Ecke Gänsemarkt und Gerlachstraße oder so ähnlich Drei Treppen und hieß Emil Reschke Wie ich an dem Schild vor der Tür las Ich habe nie so reizend eingerichtete Zimmer gesehen Wie die drei, in die er mich führte Alle durcheinander Ein Hirn und ein Speisezimmer und ein Schlafzimmer In dem eine rote Ampel brannte In allen drei Zimmern duftete es nach frischen Rosen Ich legte meine Sachen ab Und Herr Reschke brachte eine Flasche Sekt und Gläser Und allerhand kalte Sachen Hummer und Aufschnitt und Kuchen und Pralines Was ich mir gut schmecken ließ Da ich riesig Hunger hatte Ich saß auf der Chaise Long Und Herr Reschke neben mir auf einem Stuhl Und wir stießen miteinander an Und mir wurde immer wohler Alle Schwere und alles Trübe Fiel von mir ab Und meine Seele wurde leicht und frei Als ich mich satt gegessen Und Herr Reschke die Sachen auf das Buffet Zurückgestellt hatte Setzte er sich auf die Chaise Long Und legte den Arm um meine Taille Das ließ ich mir gefallen Und auch, dass er mich küsste Aber als er mich plötzlich an sich zog Und seine Augen dicht vor meinen flimmerten Riss ich mich los Der Rausch war plötzlich verflogen Das waren Meinerts Augen Die verhassten, die mich anschauten Und ich wusste, wenn ich blieb Verliere ich mich selber Und das darf nie wieder vorkommen Ich glaube, ich bin totenbleich gewesen Und gezittert habe ich Und konnte nur herausbringen Dass ich fort musste Nanu, was ist denn los? Ich will sie doch nicht fressen, Kindchen Sagte Herr Reschke Und redete mir zu Dass ich mich wieder setzte Er sprach sehr gut Sehr ruhig und freundlich zu mir Sodass ich mich allmählich beruhigte Ich fasste wieder Vertrauen zu ihm Und als er mich bat Ihm doch zu erzählen Woher ich käme Und was mit mir wäre War es mir Als ob jemand den Schlüssel Zu meinem Inwendigen umdrehte Und die Tür sprang auf Und alles quoll heraus Was drinnen eingeschlossen liegt Seit Jahren Ich erzählte Herrn Reschke Von meiner Kindheit Und den Vorkommnissen In meinem Vaterhaus Von meinem Unglück Und alles, alles Bis auf das gemopste Zwanzig-Mark-Stück Als ich Herrn Reschke Dann wieder ansah Fand ich ihn ganz verändert Das unruhige, heiße Flimmern War aus seinen Augen weg Und in seinem hübschen, frischen Gesicht Lag nichts als Freundlichkeit Und Teilnahme Armes, kleines Mädchen Sagte er mitleidig Und strich mir mit der Hand Über die Wange Wenn sie schon so viel Durchgemacht haben Müssen sie aber vorsichtig sein Und nie mehr in der Nacht In die Wohnung Eines fremden Mannes gehen Danken sie Gott Dass sie in keine schlechteren Hände Als die meinen fielen Ich bin ein Lebemann Aber keiner von der gemeinen Sorte Der alles egal ist Ein unglückliches Kind Wie sie noch unglücklicher machen Nein, das gibt's doch nicht Bei dem Emil Reschke Sie sind übrigens viel zu schön Um sich so schutzlos Überlassen zu sein Na, nun sind sie mal ruhig Es geschieht ihnen nichts Legen sie sich hübsch Auf die Chaiselon Und ruhen ein wenig Er sprach es Und ich legte mich Gehorsam nieder Und er legte eine Decke Über mich Und ging hinaus Und machte die Tür fest zu Und ich schlief dann bald ein Und wachte erst auf Als mein Gastfreund Mich um sechs Uhr weckte Er hatte schon selbst Kaffee gekocht Weil seine Aufwartung Erst um halb acht Uhr kam Und ich vorher weg sollte Als wir gefrühstückt hatten Gab er mir eine Schachtel Pralines Und ein 20-Mark-Stück Um es dem Pastor Wieder zu schicken Damit ich nicht In Diebstahlverdacht käme Wie er sagte Ich habe mein Abenteuer Conny Liesmann erzählt Und sie lachte mich aus Und meinte Ich solle ihr Keine Wippchen vormachen Und das Dümmeren Weismachen Dass ein Mann Nachts ein Mädchen Mit auf seine Bude nähme Und ihr 20-Mark schenke Für nichts und wieder nichts Solche edle Menschenfreunde Kämen nur in Romanen vor Aber es ist doch so Sonst würde ich es hier Nicht niederschreiben Denn vor meinem Buch Habe ich kein Geheimnis Dieser Emil Reschke War ein guter Mensch Gott sei Dank Dass es noch solche Menschen gibt Ich trieb mich in den Straßen umher Bis die Läden aufgemacht wurden Und kaufte ein Püppchen Und eine Rassel Und ein Schäfchen aus Samt Und fuhr dann nach einem Spüttel Zu Peters Ich fragte das Mädchen Das mir die Tür aufmachte Nach dem Konsul Und wurde in ein Zimmer geführt Und nach einer Weile Kam der alte Herr Der mich sofort erkannte Und etwas verlegen wurde Als ich ihm sagte Dass ich Erika sehen wollte Er sagte Er wolle mit seiner Frau sprechen Und ging hinaus Und es dauerte lange Bis er mit seiner Frau Einer sehr stolz aussehenden Dame In einem hellgrauen Samtschlafrock Zurück kam Sie grüßte mich von oben herab Und sagte Es solle eigentlich nichts sein Aber da das Kind noch zu klein sei Um etwas zu verstehen Wolle sie mich zu ihm führen Es sei eben gebadet Ich folgte ihr ins andere Stockwerk Und mein Herz klopfte vor Aufregung Dass ich kaum atmen konnte Im Kinderzimmer saß es In seinem weißen Stühlchen Ganz in Stickerei und Voloncienz Wie ein kleiner Engel Ach Gott Es gibt ja gar nichts So süßes, goldiges, entzückendes Meer in der Welt Lange, schwarze, seidige Kraushaare Hat's und dunkelblaue Augen Ich hätt's aufessen mögen Vor lauter Liebe Ich küsste sein Gesichtchen Seine Händchen Sein Hälschen Es sah mich groß an Und schlug nach mir Und räkelte sich mit den Ärmchen Nach der Frau Peters Und rief Mammi Mammi Sie sah ganz strahlend Und selig Und gar nicht mehr stolz aus Wie sie mit Erika schäkerte Ach Es war eine himmlisch süße halbe Stunde Aber leider nur zu kurz Frau Peters sagte Das Kindchen müsste nun schlafen Da musste ich natürlich fort Ich wurde wieder in das Zimmer Ein eigenes Kind Sie hätten es adoptiert Und folglich alle Elternrechte Und es sei ihre einzige Erbin Ich solle nur vernünftig sein Und mir an diesem Wiedersehen Genügen lassen Ich sei ja noch so sehr jung Würde mich eines Tages verheiraten Und andere Kinder haben Ich sagte zu allem Ja Denn meine Gedanken waren noch Bei dem kleinen herzigen Engelchen Oben im Kinderzimmer Schließlich merkte ich Dass die Audienz beendet war Als ich mich verabschiedete Drückte Herr Peters Mir etwas in die Hand Erst draußen sah ich Dass es ein blauer 100-Mark-Schein war Mein erster Gang war auf die Post Wo ich den Zettel wechselte Und 40 Mark an den Pastor einzahlte Womit dieser Zwischenfall erledigt war Von der Fahrt nach Hannover Habe ich so gut wie nichts bemerkt Ich weinte die ganze Zeit Das Herz war mir schwer Vor Sehnsucht und Traurigkeit Seitdem sind Monate vergangen Aber immer noch drehen sich Alle meine Gedanken um das Kind Ich kann mich nicht losreißen Von der Sehnsucht Die mein Herz wie mit tausend Ranken durchzieht Und meine Seele mit dem zitternden Feierlichen Katzenlicht Einer aus Schmerz und wehmütigem Glück gewobenen Empfindung erfüllt Die Tränen, die nachts meine Kopfkissen netzen Gelten nicht dem Unglück Nicht meiner Verlassenheit Nein, es ist die Ungerechtigkeit des Schicksals Und der menschlichen Satzungen, die sie mir erpresst Ich fühle, ich könnte gut werden Wenn ich mein Kind um mich haben könnte Und es groß ziehen dürfte Ich weiß es In meiner Seele wohnen Licht und Finsternis Dicht nebeneinander Sie sind beide nicht mehr wie früher Voneinander geschieden Und bilden scharfe Kontraste Sie laufen ineinander und zusammen Die Schatten drohen den letzten schwachen Glanz Ehemaligen fröhlichen Sonnenscheins auszulöschen Aber es würde alles wieder gut und fröhlich in mir Wenn ich Erikas Mutter sein dürfte Ich bin doch ihre Mutter Es streckte die Ärmchen nach einer fremden Frau aus Und ruft sie Mutter Die Fremde hat sich das Recht Erikas Mutter zu sein Erkauft Sie hat mehr Geld als ich Und ist eine standesamtlich konzessionierte Frau Schwamm drüber Ich muss vergessen Ich will vergessen Vielleicht kommt doch nochmal eine Zeit Wo ich mein Recht für mich proklamiere Conny Liesmann nahm mich sehr freundlich bei sich auf Sie bewohnt hier eine hübsche Etage von vier Zimmern Sehr elegant eingerichtet Wie überhaupt der ganze Haushalt sehr luxuriös zugeschnitten ist Der kleine Kurt hat eine Wörterin und gilt als Connys Neffe Das ist eine Affigkeit über alle Maßen Denn erstens finde ich es dumm, dass sie ihr Kind verleugnet Und zweitens wissen die Leute, mit denen sie verkehrt Ja doch alle Bescheid Kurtchen ist ein kräftiges, außergewöhnlich entwickeltes Kind Viel robuster als Erika Es bereitet mir ein wehmütiges Vergnügen Mich an seiner Pflege zu beteiligen und mit ihm zu spielen Dann haben wir noch ein Dienstmädchen Ich habe nichts weiter zu tun, als mit nach dem Rechten zu sehen Die Arbeit drückt mich nicht und alle sind nett zu mir, die hierher kommen Als ich acht Tage hier war, kam Vater und wollte mich holen Er hat furchtbar zugealtert in den letzten Jahren Ist ganz grau und faltig geworden Er erzählte mir, dass er mit vielen Sorgen zu kämpfen habe Die Apotheke hat er zur Zeit mit wenig Anzahlung sehr teuer übernommen Und die Hypotheken-Gläubiger, fast alle Muttersverwandte Geben keinen Pardon bei den Zinsterminen Die Lene erwartet auch schon wieder was Kleines Meinert ist noch immer da Vater sagt, er hätte sich an ihn gewöhnt Und er könne sich im Geschäft so auf ihn verlassen Ich erwiderte nichts darauf Ich finde es empörend, dass Vater den schlechten Menschen Nicht längst vor die Tür gesetzt hat Tante Frieda hatte Vater wahrscheinlich instruiert Dass er mich von Conny Liesmann wegholt Weil die Auskunft ihr nicht passte Aber ich erklärte gleich, dass ich nicht mitgehe Und mein alter Einfluss auf Vater übte wieder seine Wirkung Nach drei Tagen zog er unverrichteter Sache ab Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Wöhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Die ganze Schose hier wird von Herrn von Vosen unterhalten Er bezahlt die Miete und gibt Conny monatlich 350 Mark Außer den vielen, vielen Geschenken Dann hat er 15.000 Mark für Kürtchen auf die Bank gesetzt Für den Fall, dass er einmal plötzlich stirbt Er ist nämlich sehr herzleidend Ich finde das alles ja riesig nobel Aber Conny schimpft wie ein Rohrspatz über seine Knickrigkeit Und manchmal macht sie ihm fürchterliche Sehnen Lamentiert über verlorenes Glück Und jammert, dass sie, wenn er mal die Augen schließe Mit ihrem Kind betteln gehen müsse Weil er nicht für sie gesorgt habe In der ersten Zeit war ich auch geneigt Konny ist ihm nämlich nicht treu Sie hat eine Liebschaft mit einem Offizier Einem Oberleutnant von Kronen Ein bildhübscher Kerl, in den sie rasend verliebt ist Er kommt aber nie in die Wohnung Außer wenn Herr von Vosen mal verreist ist Sie sind sehr vorsichtig Und treffen sich nur in der Stadt Wo sie sich ein Zimmer für stundenweise Benutzung gemietet haben Ich an ihrer Stelle würde doch Vosen den Laufpass geben Meinte ich mal zu ihr Und mich nur an den Mann halten, den ich liebe Ich war eben noch ein bisschen dumm naiv Sie sagte, das wäre noch schöner Die Taube aus der Hand geben Für den Spatz auf dem Dache Kronen hätte auch Geld Aber der braucht, was er hat Und ein solides Verhältnis sei doch reeller Als so ein bisschen Liebe Von der man nicht satt wird Und keine seidenen Kleider kaufen kann Das eine sei gewissermaßen Geschäft Und das andere Pläsier Geschäft und Liebe Ich fange an zu verstehen Sabienti sat Conny hat nicht viel Umgang, weil Herr von Vosen das nicht liebt Und die paar Freundinnen, die sie hat Sind alle von einem gewissen Odium umgeben Da ist eine Direktrice, die auch ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann unterhält Eine andere ist schon von drei Männern geschieden Und lebt jetzt mit dem vierten in wilder Ehe Die dritte, Frau Anna Kindermann, war früher Schauspielerin Natürlich sechsten Ranges Sie hat ein abenteuerliches Leben, das drei Romanbände füllen würde hinter sich Und es ist sehr amüsant, ihr zuzuhören, wenn sie dies oder jenes Kapitel ihrer Vergangenheit zum Besten gibt Ihr letzter Mann Sie hat, glaube ich, auch deren drei gehabt War Stallmeister in einem Wanderzirkus Der hat sie verwichst und da ist sie davon gelaufen Und jetzt ernährt sie sich von Massieren, das sie gelernt hat Sie ist ärztlich geprüft Hat, wie sie sagt, sehr viel zu tun Und muss viel Geld verdienen Denn sie hat auch eine sehr schön eingerichtete Wohnung Und ist immer großartig elegant gekleidet Obgleich sie schon 38 Jahre alt ist Conny sagt, sie sei in Wirklichkeit sogar schon 43 Sieht sie noch sehr hübsch aus Groß und stark und hat langes, blondes Haar Fast noch länger, als das von Elisabeth war Ach Gott, die arme Elisabeth Ihr Andenken wird nie in meinem Herzen verlöschen Frau Kindermann gibt auch öfters Gesellschaft Ich war schon häufig mit eingeladen Doch in der letzten Zeit kam immer etwas dazwischen Sodass ich nicht gehen konnte Ich hatte auch anfangs nicht viel Lust Und zudem fehlte mir die Toilette dafür An einem trüben, regenschweren Nachmittag Vor etwa vier Wochen Saß ich allein im Wohnzimmer am Fenster Und blickte, während ich an einem Röckchen für Kürtchen häkelte Auf die Straße hinaus Herr von Vosen war bei Conny Er hatte wieder eine Geschäftsreise nach Elsas-Lothringen vor Und redete Conny zu, dass sie mitginge Er ist nämlich in letzter Zeit etwas misstrauisch und eifersüchtig Conny will nicht gerne mitreisen Natürlich Sie amüsiert sich hier besser ohne ihn Und es kam zu einem ordentlichen Wortwechsel zwischen ihnen Ich höre so etwas nicht gern Es ist mir immer peinlich Und ich sitze dann wie auf Nadeln Und liefe am liebsten fort Unterdessen schellte es Ich ging hin, um nachzusehen Und ließ Frau Kindermann, die draußen stand, herein Nanu, sagte sie Die zanken sich wohl, was? Ach nein, sagte ich Sie sind bloß verschiedener Meinung Selbstverständlich Sagte sie und lachte Das kommt in den besten Familien vor Und was machen sie derweilen, Kindl? Ich zeigte ihr meine Häkelarbeit Und sie setzte sich neben mich ans Fenster Und wir kamen ins Gespräch In dessen Verlauf sie mich fragte Ob ich mich dann befriedigt von meinem jetzigen Leben fühle Ich antwortete der Wahrheit gemäß Dass ich es im Vergleich zu dem letzten Jahre bei Pastors wie im Himmel hätte Sie meinte, ein junges Mädchen hat doch mal Sehnsucht nach ein bisschen Freude und Zerstreuung Ich konnte nicht leugnen, dass ich mir auch manchmal wünschte Es käme ein besonderer Zufall, der eine große Veränderung zum Guten in mein Leben bringe Was verstehen Sie unter dem Guten? Sagte sie Nun, Glück, sagte ich Und was verstehen Sie unter Glück? Ich zuckte die Achseln Man muss auch wollen, Kind, fuhr sie fort Die gebratenen Tauben fliegen einem nicht in den Mund Wenn sie hier immer in der Bude sitzen, können sie lange lauern, bis das Glück zu ihnen kommt Sie müssen hinaus, gesehen werden, sich sehen lassen Dann sollen sie mal sehen, wie schnell sie ihr Glück machen Ich habe nichts anzuziehen, sagte ich Und Vater um Geld bitten, tu ich nicht Ich will mir jetzt selbst verdienen, was ich gebrauche Na, für die erste Aufmachung werden wir schon sorgen, sagte sie gutmütig Und das andere findet sich dann nachher von selber Auf den Kopf gefallen sind sie ja gerade auch nicht Sie sollten bei mir sein, statt bei Conny Ich würde was aus ihnen machen Die Conny fürchtet wohl ein bissl die Konkurrenz Das aber fällt bei mir fort Ich freue mich, hübsche, junge Gesichter um mich zu haben Kommen Sie doch mal abends zu mir Ich versprach es Nachher kam Conny herein Fosen war fort und sie hatte ihm doch zusagen müssen, mitzureisen Und war sehr ärgerlich und verstimmt deswegen Ich tröstete sie und versicherte ihr, dass ich Gürtchen gut versorgen werde Worüber sie sich freute Nicht wahr, Conny, Fräulein Thymian kann doch öfters abends zu mir kommen Das arme Ding verkommt hier sonst ja Vereinsamkeit und Langeweile Sagte die Kindermann Natürlich, selbstverständlich, sagte Conny zerstreut Andern Tag schenkte mir Conny ein elegantes Kleid von sich und zwei Blusen Das Kleid, blass Korallenrot, hat ihr Herr von Fosen mal geschenkt Worüber sie sehr erbost war, da Rot doch gar nicht zu ihrem Haar passt Mir steht es ausgezeichnet Frau Kindermann-Schneiderin änderte es für mich Es sitzt wie angegossen In der folgenden Woche reiste Conny mit Herrn von Fosen ab Ein paar Abende später schickte Frau Kindermann ihr Dienstmädchen zu mir Und ließ mir sagen, ich möchte doch ein bisschen rüberkommen Es sei Besuch da und riesig gemütlich Ich zog rasch das neue rote Kleid an und ging dann hin Sie war anscheinend sehr erfreut, dass ich kam In ihrem Schlafzimmer, wo ich meine Jacke ablegte Sagte sie, sie wolle mir noch das Haar ein wenig anders aufstecken Ganz modern Und als sie die Zöpfe aufgesteckt hatte Schrie sie ordentlich auf vor Staunen Die Pracht! Yeses, Mädel! So was darf man doch nicht verstecken! Das ist ja Sünde! Ich sollte durchaus das Haar so offen hängen lassen Was mich aber genierte Da es bei der Länge meiner Haare sehr liederlich und auffällig aussah Zuletzt band sie es mir mit einer weißen Schleife zusammen Mädel, Mädel, sind sie reizend! Sagte sie ganz verliebt Wenn sie gescheit sind Na, ich sag nichts Wie eine Prinzessin müssen sie leben können Wie? Meinen nicht? Na, wie wär's? So ein paar große Brillanten in die niedlichen Öhrchen und an den Fingern Ich hab einen ganzen Kasten voll Schmuck Sagte ich Mir liegt gar nichts dran Oho! Sagte sie Und dann gingen wir ins Esszimmer Um neun kamen zwei Herren Freunde von Frau Kindermann Beide sehr elegant Einer schlank, bartlos, mit einem Monokel Und einer dick mit einem schwarzen, gestutzten Bart und einer krummen Nase Der erste hieß Albert Glimm Und der andere Kirschbaum Wir speisten sehr gut zu Abend Es gab Pasteten und Bouillon Nachher Hummer-Mayonnaise Dann Fasan mit Kompott Und zuletzt eine glasierte Bombe mit gefrorenen Sektfrüchten Das Massieren muss viel Geld einbringen Dass Frau Kindermann es so dick haben kann Getrunken wurde zunächst Rotwein Dann Sekt Und zuletzt Porter und Sekt Frau Kindermann spielte beim Dessert Klavier und sang Couplets dazu Das heißt, sie krähte vielmehr Das klang so komisch, dass wir alle lachen mussten Sie selber lachte mit Ich bekam einen richtigen Schwips und wurde sehr ausgelassen Herr Glimm packte mich um und tanzte mit mir durch das Zimmer Und setzte mich plötzlich mit einem Schwung wieder aufs Sofa neben Herrn Kirschbaum Der fasste mich um den Hals und wollte mich küssen Aber da verstand ich keinen Spaß Halb beduselt, wie ich war Nahm ich das Sektglas und schüttete es ihm hinten in den Hemdkragen Worauf er aufprustete und wie ein Besessener im Zimmer umherlief Frau Kindermann machte mir nachher einige sanfte Vorwürfe Und sagte, ich hätte das nicht machen dürfen Ja, warum nicht, sagte ich Ich werd mich von dem ollen, ekligen Jud küssen lassen I git, i git Mein Stillkind, sagte sie Der hat Moses und die Propheten Wenn sie den als Freund hätten, wären sie geborgen Der tät ihnen Brillanten an die Strumpfbänder nähen Wenn sie's wollten Nicht in die Tüte, sagte ich Außerdem ist er verheiratet Ja, aber liebes Kind Was gehen sie denn die Privatverhältnisse des Herrn an? Sagte sie Na, ich danke Die scheint mir eine nette Tante Wenn sie und Conny und die zwei anderen zusammenkohlen Kann man nur davonlaufen Ich bin nicht von gestern Aber das wird mir manchmal doch ein bisschen happig Als ich in der Nacht nach Haus kam Konnte ich erst lange nicht einschlafen Meine Nerven waren zu erregt Mein Herz pupperte Ich hätte noch im Bett lachen und schwatzen mögen Es ist doch richtig, dass man sich mal herausreißt Sonst vergisst man ganz, dass man jung ist Es ist doch schön, sich mal ein bisschen aufzurütteln Und wie die beiden Kerle mich angeguckt haben Denen hab ich gefallen Ha je, wenn ich so Toiletten hätte wie Conny und die Kindermann Das heißt nicht nur Kleider und Hüte Nein, alles Ganz, ganz spinnwebfeine Wäsche mit Spitzen Seidene Strümpfe Rauschende Unterröcke in allen Regenbogenfarben Atlas-Korsetts und die feinen Parfums Die einen wie eine zarte, diskrete Duftwolke umhüllen Ich glaube wirklich, man kann glücklich sein Wenn man so zu leben versteht Herr Glimm schickte mir einen Tag nach dem Abend Bei Frau Kindermann ein Bouquet Und eine Einladung zum Souper am anderen Abend Ich überlegte stark, ob ich annehmen sollte oder ablehnen Nachher kam die Kindermann und redete zu Da schrieb ich dann zu Herr Glimm holte mich ab Wir speisten Chambre séparée Sehr fein Und es wurde viel Cliquot getrunken Nachher wurde er ein bisschen zottlich Was ich mir, da es mir nicht übel gefiel Gefallen ließ Schließlich war ich aber doch froh Als die Tür aufging und zwei Herren hereinkamen Worauf das Getächtlein Ende nahm Die Herren stellte er mir als seine Freunde vor Sie waren beide sehr höflich und nett Nachher kamen noch drei Herren Unter ihnen Herr von Kronen, Conny Schatz Und nun merkte ich, dass es Offiziere in Zivil waren Herr Glimm schien etwas ungehalten über die Störung Aber er konnte sich natürlich nichts merken lassen Und dann wurde gepichelt Na, ich danke Die Stimmung wurde bald sehr aufgeräumt Die Herren wollten alle mit mir viel Liebchen essen Es sollte gleich am Abend vollzogen werden Ach, das war ein Gesauf und Geanstoße Und schließlich haben sie's alle verloren Nun soll ich ihnen allen einen Wunsch aufschreiben Ich war schon halb im Tran Und schrieb auf all die weißen Zettel Was ich gerade so dachte Ein paar seidene Strümpfe Ein seidenes Korsett Einen seidenen Unterrock Eine Flasche Parfait Und so weiter Nur als die Kalle so fürchterlich lachten Als sie die Zettel lasen Wurde ich nüchtern Ich werde mich doch nicht auslachen lassen Nehmen sie es als Schatz, meine Herren Sagte ich Ich wollte nur Ulk machen Sie versicherten alle Dass sie es auch nur als Schatz aufgefasst hätten Und dann ließ ich mich von Glimm nach Hause begleiten Andern Tags ging unsere Tür wie im Posthaus Immer wieder erschien ein Dienstmann Mit einem Strauß und einem Paket In den Paketen waren alle die gewünschten Dinge Sechs Paar Strümpfe Ein lila seidenes Korsett Ein seidener Chupon Ein Bon auf sechs Paar Handschuhe Und ein großer Karton mit Parfum Seifen und Puder von Rocher und Gaillet Alles hochfeine Sachen Ich wusste nicht recht Ob ich alles behalten oder zurückschicken sollte Entschied mich aber fürs Erste Es hätte ja ganzig ausgesehen So kleinstädtisch wie Listerhaft Schließlich ist es nicht mehr als in Ordnung Dass sie ihr verlorenes Viehliebchen bezahlen Und was liegt denen, die so viel Geld verbumsen An den Paar mag Ich bin aber sehr froh damit Gestern Abend, als wir nach dem Theater gegessen hatten Und nach Hause gingen Wollte Herr Glimm partout mit hinein Ich hustete ihm aber was Es gibt Seuche und Sohne Sagte Frau Kindermann Sohne bin ich nicht Ich bin eine Dame und kann verlangen Dass man mich als Dame behandelt Wenn er glaubt, dass ich so eine bin Die für jedermann da ist Hat er sich eklig geschnitten Ich habe mir vorgenommen Mich jetzt höchstens aus Liebe jemand hinzugeben Den Glimm liebe ich nicht Obgleich er ein ganz patentes Kerlchen ist Ich lass mich nicht überrumpeln Ich tu jeden Tag eiskalt baden Nur damit nicht Na Schluss Ende von Abschnitt 12 Abschnitt 13 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Chessie Montag Liebes Buch, sei doch ein Mensch Ich rede zu dir wie zu niemand auf der Welt Du bist meine einzige Freundin Ich habe kein Geheimnis vor dir Du kennst mich, wie ich bin Du bist mein Beichtvater Du nimmst alles still und stumm in dir auf, was ich dir sage Und ich habe dir schon viel gesagt Oh, sprich doch mal Oh, sprich doch mal Rate mir doch Sage mir, was ich tun soll Ich bin so irre Ich weiß nicht, was ich anfange Soll ich? Soll ich nicht? Rede doch Wenn du ja sagen willst Plustere mir deine Seiten auf Sonst bleibe still Nein, sagst du Ach, du bist ja nur ein dummes, totes Buch Du hast keine Seele Warum habe ich eine Seele? Es wäre bequemer, ich hätte keine Warum muss der Mensch überhaupt denken? Gedanken sind doch so unbequem und überflüssig Deshalb ist auch alle Moral so unbequem und so dumm und langweilig Weil sie aus dem Mutterschoß irgendeines Gedankens hervorgegangen ist Tante Friedas Briefe lese ich nie zu Ende Sie irritieren mich durch ihre Moralität und grauenhafte Langweiligkeit Vater schreibt auch nicht mehr so oft Sie haben zu Hause wieder ein Mädchen Ich gerate wohl nachgerade in Vergessenheit Gut Ich will auch vergessen, dass ich mal ein Heim und eine Mutter und sogar einen Vater hatte Ich bin wie ein losgerissenes Blatt, mit dem der Wind spielt, das in den Schmutz getreten wird und müde weiter torkelt Das heißt, in Wahrheit fühle ich mich durchaus nicht müde Eine wilde Lebenslust, ein heißer Hunger nach Glück und Genuss brennen in meinen Adern Immer wieder drängt sich mir die Frage auf, wie sich meine Zukunft gestalten wird Wenn ich brav bleibe und mich auf dem schmalen Wege halte Endet dieser schmale Weg der Irrbarkeit und der Wohlanständigkeit Todsicher einst in ein kleines, stilles, altjungfern Kämmerlein aller Tante Frieda Na, und wenn ich da mal sitze und zurückschaue, was hab ich dann gehabt von meinem Leben? Nein, das will ich nicht Ich habe wieder Freude an mir selber Ich bin hübsch Es macht mir Vergnügen, vor dem Spiegel ein Stück meiner Kleidung nach dem anderen abzuwerfen Und mich selbst anzuschauen, wie ich bin Schneeweiß und tannenschlank Und das Haar lang und weich wie ein Mantel aus schwarzer Seide Wenn ich mit beiden Händen in die schwarze Flut greife und sie auseinanderbreite Habe ich Schwing Ein weißer Schwan mit schwarzen Flügeln Conny ist wieder zurück Sie hatte mir viel mitgebracht und sagte, sie freute sich, dass ich mich amüsiere Sie hätte nichts dagegen, solange ich ihr nicht ins Gehege käme Na, ich werde doch nicht Das wäre doch eine Gemeinerei über alle Maßen Connys und der Kindermann-Ansichten über das, was mich jetzt beschäftigt, sind sehr interessant verschieden Conny hat zuweilen melancholische Anwandlung Sie sagt, wenn sie die vergangenen Jahre ungeschehen machen könnte, täte sie es Und täte einen jungen Mann heiraten, wenn es auch nur ein kleiner Beamter oder ein Handwerker wäre Es sei doch ein ganz anderes Leben Man wäre doch dann ein ganzer Mensch und könne sich als Mensch geben So sei man weder Fisch noch Fleisch Die Männer, die einem das Geld geben, seien schlimmer wie die Sklavenhalter Sie meinen, sie können für ihre paar Blaufüchse über einen verfügen wie über einen Strohwisch Von Liebe sei keine Rede Man sei ihnen nichts anderes wie Na Leider sei es sehr schwer und fast unmöglich, wieder zurückzukehren, wenn man das gute Leben mal geschmeckt habe So spricht Conny Frau Kindermann suchte mir eine andere Auffassung der Sachlage beizubringen Die Herren hätten sich über mich beschwert, ich sei ihnen zu kokett Ich war sehr erstaunt und musste lachen über solchen Unsinn Da wurde sie ordentlich böse Natürlich sind sie kokett, ganz raffiniert kokett, Fräulein Thymia, sagte sie Ja, wenn ihre Jungfernschaft noch ganz intakt wäre und sie noch nichts erlebt hätten Da würde ich annehmen, sie wären mit einem solchen Ballast hoffnungslosester Anständigkeit und Moralität behaftet Dass es tatsächlich für sie am besten wäre Sie heirateten einen Postsekretär Brächten sechs Kinder zur Welt Kochten und stopften und ließen sich nachher vom Pastor eine schöne Leichenpredigt halten Hier wird eine brave Kloßköchin und Saugmume begraben Aber sie! Ein schönes Weib, das seinen Roman bereits hinter sich hat Klug und gebildet, wie sie sind Temperamentvoll und in der Liebe nicht unerfahren Nein, nein, sagen sie nichts Sie sind erkannt Ist ja ganz schön und richtig Aber sie übertreiben's, meine Liebe Sie schießen über das Ziel hinaus Einmal lassen die Herren es sich gefallen, dass sie ihnen einheizen und dann abschnappen Ein zweites Mal vielleicht auch noch Aber das dritte Mal bedanken sie sich Es gibt mehr hübsche Mädel auf der Welt Lieber Himmel, mir kann's ja egal sein, aber sie dauern mich Ich an ihrer Stelle langte zu Man ist wirklich nur einmal jung Nachher, wenn sie mal alt sind und sie keiner mehr mag Tut's ihnen leid, dass sie so dumm waren Ja, sagte ich Das ist alles ganz gut, Frau Kindermann Ich will mich auch gar nicht besser machen, als ich bin Aber ich hab zu viel durchgemacht Ich mag nicht mehr leichtsinnig sein Wenn mir schlechte Gedanken kommen und wünsche Brauche ich mich nur an die Stunde zu erinnern, wie ich an der Schleuse stand und mich ertränken wollte Dann zieht alles vorüber Aha, sagte sie und pfiff Da liegt das Häschen im Pfeffer Sie haben Angst Nun, wenn's weiter nichts ist, mein Schäfchen Da sind sie, Mann, stille Wofür wäre dann die Kindermann ärztlich geprüfte Masseuse, wenn sie nicht mit solchen Kleinigkeiten umzuspringen wüsste Das ist ein Griff und tut nicht mal so weh, als wenn ihnen der Barbier einen Zahn ausreißt Nee, da haben sie, Mann, keine Bange nicht Nur Vertrauen, Kindchen Ach Gott, es ist nicht das allein, Frau Kindermann Sagte ich traurig Nein, sagte sie Ich kann mir's denken In ihnen steckt noch ein Teil Philistermoral Und sie können sich noch nicht ganz mit der freien Anschauung, die in unseren Kreisen herrscht, abfinden Sie sind nicht hochmütig, aber ganz heimlich denken sie doch, sie sind etwas Besseres als jede Beliebige Aber das nützt ihnen alles nichts mehr, mein Herzchen Sie haben ein Kind Und die bürgerliche Gesellschaft will nichts mehr von ihnen wissen Für die sind sie doch verloren Da können sie machen, was sie wollen Für voll werden sie nicht mehr genommen Und wenn sie wirklich noch mal hereinkommen Leben sie doch immer in Angst, dass was herauskommt Und wird immer ein Hängen und Wirken zwischen Tür und Angel sein Deshalb kommen sie lieber zu uns Bei uns braucht man sich nicht zu genieren Und kann jeder nach seiner Fasson selig werden Bei uns fragt niemand Woher der Pfad, Wesnam und Art Wir freuen uns unseres Lebens Tun recht und scheuen niemand Und nun überlegen sie es sich mal Ob sie den armen Glimm in Zukunft besser behandeln wollen Der arme Kerl kann einem leid tun Er grämt sich ordentlich So sprach Frau Kindermann Und ich denke oft darüber nach Ihre Worte enthalten viel Wahrheit Dass ich für die bürgerliche Gesellschaft tot bin Ist mir bei Daubs oft genug plausibel gemacht worden Meine Nähe könnte unschuldige junge Mädchen verführen Keine anständige Frau will was mit so einer zu tun haben Na und dann? Was soll ich denn mit mir anfangen? Da bleibt mir schlechterdings nichts anderes übrig Als meine Auferstehung in einer anderen Welt zu feiern Ich durchschaue alles Was für eines Geistes Kind Frau Kindermann ist Weiß ich längst Sie hat selbst massiert Solange es ging Und sieht sich nun nach anderen Erwerbszweigen um Das ist mir alles aber höchst gleichgültig Sie plant eine Umsiedelung nach Hamburg Wo sie einen Salon begründen will Sie hätte dort viele Verbindungen, sagt sie Und ihre Freunde in Hannover Wollen dann zweimal im Monat Zu einem Gesellschaftsabend herüberkommen Ich bin beinahe 14 Tage noch nicht vor die Tür gekommen Glimm will erst wieder mit mir ausgehen Wenn ich vernünftig geworden bin Dann schenkt er mir eine Chiffon-Toilette Und einen Brillantring Nun weiß ich nicht Etwas in mir lehnt sich auf Ich möchte nicht so eines sein Die von den Herren mit Verachtung behandelt wird Glimm ist immer sehr ehrerbietig gegen mich Er liebt mich, sagt er Dass er nicht heiratet, ist Prinzipiensache bei ihm, sagt er Ich möchte mal gerne wieder abends fort Sekt trinken und lustig sein Und alle überflüssigen Gedanken abschütteln Diese Gedanken sitzen wie ein schwarzes Ungeheuer Mit hundert Köpfen und glühenden Augen Und fletschenden Zähnen auf meiner Brust Und schlagen ihre Krallen in meine Seele Geliebtes Buch Ich möchte wissen Ich bin Ich bin verrückt Leider sind gerade hier Wo sich die seelischen Konflikte der Schreiberin Zu einer Krise verdichten Eine größere Anzahl Blätter aus dem Buche herausgeschnitten Mir haben diese sorgfältig herausgeschnittenen Seiten Oft zu denken gegeben Ihr, die später alle Auch die schimpflichsten und unwesentlichsten Daten Ihres armen, verpfuschten Daseins in diesem Buche fixierte Die sich immer aber eine gewisse Sensibilität des Empfindens bewahrte Mag die Erinnerung an jene Zeit Wo sie mit zagendem Fuß die letzte schwankende Brücke Zwischen zwei Welten überschritt Besonders peinvoll gewesen sei Sonst wüsste ich keine Erklärung dafür Leider entsteht durch das Fehlen der Seiten Eine Lücke in den Aufzeichnungen Obgleich ich gerade in der Zeit Die Verfasserin öfter sprach und sah Weiß ich nur weniges zu ergänzen Die sie aus erklärlichen Gründen In den Mitteilungen über ihr Leben und ihre Bekannten Eine große Zurückhaltung beobachtete Psychologisch merkwürdig mag immerhin die Tatsache sein Dass sie in der Zeit von einem wirklichen Bildungshunger ergriffen schien Sie erzählte mir einmal, dass sie jeden überschüssigen Taler in Wissenschaft umsetzte Sie vervollkommnete sich während ihres zweijährigen Aufenthaltes in Hamburg Wo sie als Gesellschafterin respektive Pensionärin der Frau Kindermann fungierte Im Französischen und Englischen Lernte Russisch und Italienisch Und nahm Unterricht in verschiedenen wissenschaftlichen Fächern Auf ihrem Schreibtische lagen Stöße von wissenschaftlichen und philosophischen Werken Ich entsinne mich, dass sie mich, als ich sie einmal besuchte, auf einen Band Carlyle aufmerksam machte Sie wusste ganze Kapitel dieses Auszugswerks wörtlich auswendig Aus späteren mündlichen Mitteilungen habe ich erfahren Dass die Frau Liesmann zur Zeit in Heringsdorf einen schwedischen Hotelier kennenlernte Ihm mit ihrem Kinde nach Uppsala folgte Und sich dort mit ihm verheiratete Trotz der obskuren Vergangenheit dieser Dame Soll die von einer Reihe von Kindern gesegnete Ehe überaus glücklich geworden sein Unmittelbar nach der Abreise der Liesmann Ist Thymian dann jedenfalls zu der Kindermann übergesiedelt Zwischen der letzten und der nun folgenden Eintragung Liegt ein vollständiger Bruch der Verfasserin mit den ihren Genaueres und Bestimmtes weiß ich auch darüber nicht Ich nehme an, dass die Verwandten mütterlicherseits darauf bestanden Dass Thymian von der Kindermann weg und wieder in eine bessere Familie komme Da sie mittlerweile aber Majorenn geworden war Hatte die Familie, zumal sie viel wohl den öffentlichen Skandal scheute Offenbar nichts ausgerichtet Auch zwischen Thymian und ihrem Vater Scheint von da an eine Entfremdung eingetreten zu sein Anmerkung des Herausgebers Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Ich hatte heute wieder mal Krakel mit der Kindermann Wegen einer Flasche La Rose, die sie mir in die Rechnung geschmuggelt hatte Es ist einfach unerhört mit dem Weib Ich dächte, mit 15 Mark Pension täglich könnte sie sich genügen lassen Ich soll die Flasche La Rose am Abend des 22. Januar bekommen haben Ludwig wäre da gewesen Zufällig konnte ich ihr beweisen, dass das eine unverschämte Lüge ist Am 22. dinierten wir im Wintergarten des Hamburger Hofs Und gingen von da ins Thalia-Theater Im Westibül entdeckte Ludwig seine Mutter Und da er riesig Respekt vor ihr hat Drückte er sich und ich ging allein in die Loge Mir ist dieser Abend deshalb erinnerlich, weil ich in dem Theater eine neue Bekanntschaft machte Der Herr saß in der Pruszeniumsloge und starrte mich fortwährend an Sah ausnehmend vornehm aus, sodass ich mir einbildete, es sei ein indischer Raja oder so etwas Guts Nachher stellte es sich heraus, dass es ein Krefelder Seidenwarenfabrikant war und sich Schulze schrieb Gleichwohl hat er ein hübsches Stück Geld bei uns gelassen Dieses Weib Immer möchte sie es durchblicken lassen, als ob ich ihr etwas zu verdanken hätte Diese Megäre Dabei hat Ludwig erst letzten Ersten die Miete bezahlt Um ihrer schönen Augen willen hat er das nicht getan Darauf kann sie's Abendmahl nehmen Ich war so in Rage, dass ich ihr ein Buch an den Kopf pfefferte Und ihr zuschrie, ich täte mich nächstens allein einmieten Da wurde sie höhnisch und meinte, da säße ich bald in der Schwiegergasse Fußnote, Bordellengasse, Ende der Fußnote Sie wäre diejenige, welche... und so weiter Es geht verdammt langsam mit dem Sparen Zu meinem Geburtstag wollte Ludwig mir eine Brosche bei Schlesinger kaufen Ich bat ihn mir dafür, das Geld zu geben Er drückte sich erst Ich merkte es ihm an, es war ihm peinlich Das olle Schaf Meine Rechnungen bei Meinke und der Putzmacherin Oder meine Monatsrechnung bezahlt er, ohne eine Miene zu verziehen Aber bares Geld Na, ich versteh's ja Wenn ich mir das Gefühl vergegenwärtige, mit dem ich zum ersten Male Geld annahm Vor einem Jahr, als mir das Messer an der Kehle saß Schwamm drüber Nie mehr daran rühren Immerhin ist es ein verfluchtes Gefühl, von jemand überschätzt zu werden Ludwig sieht aber immer noch die Dame in mir Was mir nach einer Seite hin wohltuend, nach anderer unbequem ist Auf meine Bitte gab er mir dann ein Bankbüchelchen des Norddeutschen über 500 Mark Wenn nur die Toilette und die tausend und zehn Kleinigkeiten des Drum und Dran nicht so viel verschlängen Manchmal bin ich ganz mutlos Es ist doch ein dummes Leben Aber was haben andere denn? Auch nichts Berühmtes Anni Meyer lässt sich von ihrem Manne scheiden Und sitzt mit ihren zwei kleinen Würmern zu Haus bei ihren Eltern Dabei kann doch nicht von einer übereilten Heirat die Rede sein Wo sie sich doch schon auf der Schulbank verlobte und ihn von Kind an kennt Er soll sie nach Noten verwichst haben Sonderbar, ich hatte Boy immer für einen ganz guten Curl gehalten Lina Schütt wohnt hier in der Ferdinandstraße Sie hat einen Buchhalter geheiratet, der wegen Meineid zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt ist Und nun seine Strafe absitzt Lina vermietet Zimmer und es geht ihr Elend Ich traf sie mal auf der Lombarbrücke und redete sie an Aber sie tat so komisch und von oben herab Dass ich mir gleich dachte, was der im Genick steckt Ich musste lachen und ärgerte mich doch Wie geht's dir, Lina? sagte ich Schlecht, sagte sie giftig Für eine anständige Frau ist es sehr schwer, sich ehrlich durchzuschlagen Seidene Unterröcke und Federhüte verdient man sich nicht beim Abvermieten Aber ich wollte doch lieber verhungern, als ein Tüpfelchen von meiner Ehre preiszugeben Im Augenblick kochte es in mir auf und ich hätte ihr gleich ein paar passende Wörter gesagt Aber ich besann mich, dass es nicht der Mühe wert ist, sich mit solch einer Gans auseinanderzusetzen Ich erzählte es Grete nachher Sie lachte darüber und sagte Man kann von einem Hammel nicht mehr verlangen als Fleisch und Wolle Und sie hat recht 8. März Am Freitag kam Ostdorf an Fußnote Anmerkung des Herausgebers Ende der Fußnote Am Freitag kam Ostdorf an Gott ist der Kerl in den vier Jahren auseinandergegangen Mir kommt so vor, als ob er noch gewachsen wäre Unwillkürlich fiel mir der Reim vom Riesen Goliath ein Er hatte Knochen wie ein Gaul und eine freche Stirn Und ein entsetzlich großes Maul und nur ein kleines Hirn Das heißt, eine freche Stirn trifft nicht zu Frech ist Kasimirchen keineswegs Großschneuzig dagegen über alle Maßen Noch immer der Mann mit den zwei Äffen Gott wird dem in Amerika Morris gelehrt werden Ich seh ihn schon im Geiste an den Straßenecken stehen und Stiefel wichsen Bei alledem dauert er mich Ich hab ihn gern Es ist eine alte Anhänglichkeit Ich hab ja auch sonst niemand Ich schenkte ihm 50 Mark und brachte ihn nach Bremerhaven an Bord Es war mir, als ob ein Stück meiner Jugend mit ihm fortging Als der Dampfer abfuhr, kamen mir Tränen in die Augen Ich bekam Lust, auch auszuwandern Aber nachher besann ich mich Es nützt nichts, dass man den Ozean zwischen sich und die Vergangenheit legt Der inwendige Mensch geht einem doch überall hin nach Und es wird überall mit Wasser gekocht In Hamburg und in New York Als ich zurückkam, machte Ludwig mir eine Eifersuchtszene Das gute Schaf Es gelang mir, ihn zu beruhigen Behrend ist wieder nett gerupft Ich traue dem Kalkhof nicht Der Karl sieht aus wie ein Hochstapler Ich sagte es der Karl neulich Sie lachte mich aus Sie soll nur zusehen, dass sie sich nicht die Nase verbrennt Wenn's rauskäme, dass hier bei uns Wolken geschlagen würden Wäre die ganze Kiste verbumfeilt Der Edle von Kosmos betrug sich neulich sehr frech gegen mich Ich gab ihm eine Ohrfeige und einen Tritt Anrüpeln lasse ich mich nicht Am anderen Tage kam er de- und wehmütig und tat abbitte Komisch, dass die Völker alle so verrückt nach mir sind 14. März Ich weiß nicht, was es ist, dass das Mädchen nicht mehr mit dem Kind in den Zoologischen kommt Letzten Freitag hatte ich keine Zeit hinzugehen Dann war ich fünf Tage hintereinander da und wartete vergebens Ich fürchte, Erika ist krank Ich bin in großer Unruhe und ginge am liebsten hin Wenn ich nicht fürchten müsste, dass sie mich hinausschmeißen Gestern ging ich viermal bei Peters vorüber Sah aber niemand Mich wandelte schon oft die Lust an, das Dingchen zu entführen Aber wohin damit Ach, es ist doch ein armes bisschen Leben So gar nichts Sicheres 22. März Gestern litt es mich nicht länger Ich war bei Peters und hatte den Empfang, den ich voraussetzen konnte Das Mädchen hatte mich kaum in den Salon hereingelassen Als die Gnädige, gefolgt vom Gemahl, hereinrauschte und mich puterrot anschnauzte Es sei eine unerhörte Frechheit von mir, mich wieder und wieder an das Kind heranzudrängen Und wenn es noch einmal vorkomme, würde sie die Polizei zu Hilfe rufen Diesmal aber hielt ich auch nicht den Mund und setzte gleich das Deckelchen auf den Anranzer Ja, sagte ich, das ist ja lieblich Was habe ich dem Kind getan, was die Einmischung der Polizei nötig machte? Ich kriegte wieder das Nervenschütteln Am liebsten hätte ich die Person geohrfeigt Der alte Konsul suchte etwas einzulenken Meine Frau meint das ja nicht wörtlich Aber tatsächlich haben wir Ursache, uns ganz energisch ihre fortgesetzten Behelligungen zu verbitten Sie hatten die Stirn, sich von dem Kind Mutter nennen zu lassen Im Gegenwart des Fräuleins Das Kind ist nicht mehr so klein, dass dergleichen Eindrücke ganz spurlos an ihm vorübergehen Etwas bleibt haften Sie müssen doch einsehen, dass das unmöglich so weitergehen kann Gar nichts sehe ich ein, rief ich Ich habe auch Rechte an das Kind, das ich zur Welt gebracht habe Menschenrechte, Mutterrechte, die mir kein Teufel streitig machen kann Ich will mein Kind zeitweilig sehen Ich will es Frau Peters rief, ich sei eine unverschämte Person Und ich solle sofort das Haus verlassen Aber der alte Konsul sagte Geh Agnes, lass mich nur allein mit dem Fräulein reden Sie wird schon Vernunft annehmen Und als sie hinaus war, fasste er mich am Arm und sagte Wissen Sie, mein Kind, wenn Sie uns weiter durch Ihre merkwürdigen Ansprüche belästigen Werde ich dem Herrn Polizeikommissar mal einen Wink geben Sich mal ein bisschen mit Ihnen zu befassen Und Sie und Ihre Lebensführung mal ein Weilchen in Observation zu nehmen Ihr Vater schrieb mir, dass er nichts von Ihnen wüsste Und dass Sie zu seinem Herzeleid alle seine guten Warnungen und Ratschläge unbeachtet ließen Ihr ganzes Auftreten spricht aber dafür Dass Ihnen große Mittel zur Verfügung stehen Woher Sie diese Mittel nehmen, ist nicht meine Sache Und interessiert mich auch nicht Aber es ist Ihnen wohl bekannt Dass unsere Polizei keinen Spaß in solchen Dingen versteht Ich glaube deshalb, dass Ihnen eine Observation von kompetenter Seite nicht angenehm sein dürfte Ich wollte etwas entgegnen und konnte nicht Ich war wie vor den Kopf geschlagen und dunkelrot Ich schämte mich entsetzlich vor dem alten Mann Und das Ende vom Liede war, dass ich wie ein geprügelter Hund fortschlich Nachdem ich ihm fest versprochen hatte Mich in Zukunft nicht mehr um Erika zu kümmern Was ich natürlich nicht halte Draußen rannte ich, so rasch ich konnte, durch die Straßen Mir war Hundemiserabel zumute Ich trug an der Demütigung wie an einer schweren Last, die mir die Schultern ordentlich herunterdrückte Ich weiß nicht, wie mir war Das Rauschen meiner Unterrücke, das ich sonst so gern hörte Fiel mir auf die Nerven Ich lief und lief, als müsste ich dem Schimpf entfliehen Oh, es ist ein armes Leben Ein armes Leben Gestern Abend war großer Klimbim Sämtliche Chambres séparés waren besetzt Ich soff mich bis zur Besinnungslosigkeit vollsägt Und habe heute meinen Kater Im blauen Salon machten sie Paradies Ich war nicht mit dabei Es stößt mich ab Übrigens sind ein paar irrbare Kaufmannsfrauen von St. Pauli darunter Feine Damen haben wir mehrere dabei Das ist ja auch kein Wunder Wenn man so in den Tag hineinlebt Gut isst und trinkt Keine Sorgen und viel Geld und Langeweile hat Kann man wohl auf absonderliche Einfälle zur Auffrischung der ermüdeten Nerven kommen Aber diese Philisterweiber sollten doch füglich an ihren Kochtöpfen und ihren Männern genug haben Ich war so benebelt, dass ich mir das teure Spitzenkleid in Fetzen vom Leib riss, anstatt es aufzuhaken Nun ist es hin Ich habe es meiner Waschfrau für ihre Tochter, die ans Varieté will, geschenkt Kosmos, der bei mir war, soll mir dafür ein neues kaufen Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie 10. September Ich war diesen Sommer zuerst drei Wochen mit Kosmos in Ilsenburg Das heißt, ich wohnte für mich und schrieb mich als Frau Gotteball aus Hamburg ins Fremdenbuch Das war mir schon Ludwigs wegen lieb Das gute Tier ist so dämlich verliebt und so arg eifersüchtig Er besuchte mich immer sonntags und richtete es so ein, dass er Samstagabend kam und Sonntagabend nach Harzburg, wo er mit seiner Frau wohnte, zurückfuhr Um dieselbe Zeit war Kosmos in Hannover Im Brockenhotel trafen wir einmal mit Ludwig und seiner Frau, die ich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal sah, zusammen Ein kleines, schmächtiges, zartes Weibchen, offenbar hochgradig, bleichsüchtig, schmalbrüstig und blass Sie saßen mir an der Tablet d'Oté gegenüber und ich musste sie immerfort ansehen Sie tat mir leid Ich weiß eigentlich nicht, weshalb Denn unter mir hat sie nichts zu leiden Ludwig ist ein viel zu taktvoller, feinfühliger Mensch, als dass er sein Frauchen jemals den Mangel an Liebe merken lassen würde Ach, lieber Himmel, eher hätte ich sie zu beneiden Und die paar Tausende, die Ludwig mir opfert Wird sie, die im Überfluss lebt und der kein Wunsch versagt bleibt, nicht gewahr Sie hat noch Eltern, eine Heimat Und um sie herum ist nicht das widerwärtige Gezücht der Gedankenschlangen, die sich, solange nicht ein narkotisierender Sinnentaumel mich rettet, an mir emporringeln, mich umzingeln und umschnüren, sodass mir oft der Atem ausgeht Ich darf nicht nachdenken Wenn ich denke, ist es fürchterlich Ludwig verschlang mich fast mit seinen Blicken Nachher ging ich eine Strecke allein über das Plateau Ringsumher standen und lagen und wanderten Gruppen von fröhlichen, schwatzenden, satten und zufriedenen Menschen Die Luft war hell, durchsichtig und klar Warm und doch frisch Ein Sonntag, wie man sich ihn nur wünschen kann Aber mir war wehmütig ums Herz Ich kenne viele Menschen und viele Männer Die alle nach meiner Gunst trachten Und sich diese Gunst eine Menge Geld kosten lassen Und ich bin in Wirklichkeit doch so verlassen Ich stehe mitten in der Welt Das Leben kreist im tollen Wirbelreigen um mich herum Und doch denke ich manchmal Ich wäre allein auf einer einsamen Insel mitten im Ozean Wie ich stillstand und in die Luft starte Kam Ludwig plötzlich dahergerannt Er hatte ein Sträußchen Brockenmürte Die nur an besonderen Stellen zu finden sein soll gepflückt Und brachte es mir Ich teilte das Sträußchen und gab ihm die Hälfte für seine Frau zurück Die wird sich auch freuen, wenn sie sieht, dass du für sie gesucht hast Sagte ich Ich habe mir übrigens nicht gedacht, dass du ein so niedliches Frauchen hast, Ludwig Sie ist nicht die Spur hübsch, sagte er Dabei ist sie launenhaft und verzogen und grässlich eigensinnig Sie ist noch sehr jung, Ludwig, sagte ich Nicht jünger als du auch, Thymian Ja, sie ist jünger, viel jünger, sagte ich Sie ist noch ein Kind an Gemüt und Erfahrung, das sieht man ihr an Aus solcher Frau kann ein Mann machen, was er will Wenn sie nach zehn Jahren ein zänkisches, verbittertes, kleinliches, hässliches Weib ist Hast du es aus ihr gemacht Aber wenn sie dann eine hübsche, liebenswürdige, anmutige, freundliche Frau ist Wird das auch dein Werk sein, Ludwig Ein Mann soll seine Frau glücklich machen Das ist gewiss nicht immer leicht Aber Frauen wie die deine sind leicht zu beglücken Ihnen soll nur die bestimmte Überzeugung, dass sie geliebt werden, beigebracht werden Du sprichst wie ein Buch, Thymian, sagte Ludwig Aber wie kann man seiner Frau eine Überzeugung beibringen, die auf einem Irrtum, ja auf einer Lüge beruht Ich liebe nur eine Frau Dich, Thymian Eine fromme Lüge ist keine Sünde, Ludwig, sagte ich Wenn nicht anders, kannst du sie immer lieben als ein Kind, das dir anvertraut wurde Sei lieb zu ihr Wenn du es sie jemals fühlen ließest, dass du eine andere mehr liebst als sie Und ich erführe es, wären wir geschiedene Leute Er küsste meine Hand und erwiderte nichts darauf Aber anderen Tag schrieb er mir einen stürmischen Liebesbrief Und beschwor mich, mit ihm auf einige Wochen nach Ostende zu gehen Seine Frau reist mit ihren Eltern nach Franzensbad Ich hatte keinen Grund abzulehnen Anfang August reisten wir ab und kamen vorige Woche wieder Es war eine hübsche Zeit Eigentlich ist es sonderbar, was ein Mensch aus dem anderen machen kann Und welchen intensiven Einfluss die ausgeprägten Wesenszüge und Charaktereigenheiten Eines Individuums auf ein anderes, das mit ihm in stetem und engem Kontakt steht, ausübt Ich hätte hinter Ludwigs Rücken mehrere sehr vornehme und interessante Bekanntschaften machen können Aber ich brachte schlechterdings nicht fertig, Ludwig zu betrügen Wenn Ludwig ein egoistischer, auf Hausmannsart aus Gut und Böse gemischter Mensch wäre, wie die meisten Oder wenn ich überzeugt wäre, dass ihn nur eine rein sinnliche Lust zu mir hinzieht Hätte ich mir wahrlich nichts darüber einfallen lassen, heimlich meinen Schnitt zu machen Er ist aber so gut, so selbstlos, dass es eine wirkliche Gemeinheit gewesen wäre, diesen arglosen, vertrauensseligen Menschen gerade dort zu betrügen Und, Gott sei Dank, gemein bin ich nicht Was ich mit mir anfange und wie ich mein Leben einrichte, geht keinen Menschen was an Aber eine gemeine Handlungsweise kann mir bis jetzt noch niemand nachsagen Nach meiner Ansicht wäre das Leben vollkommener und den höchsten Zielen der Ethik näher gerückt Wenn die Menschen einander nicht so viel Gesetze vorschrieben Und einander nicht immer maßregelnd und unduldsam gegenseitig in ihre Sachen und Angelegenheiten hineinguckten und redeten Es soll sich doch jeder seinen Lebensgarten anlegen und bestellen, wie er Lust hat Ob mein Nächster sich in seinem Reich nun eine Plantage nützlicher Küchenkräuter und Gemüse anlegt Oder ob er Rosen darin baut Oder ob es ihm Vergnügen macht, sich Giftblumen zu ziehen und sich an ihren Düften zu betäuben Das kann mir doch Gottlieb Schulze sein Solange er mir nicht zu nahe kommt Wenn er nur hübsch in seinem Bereich bleibt Mir kein Gemüse stiehlt, keine Rosen maust Wenn der Duft seiner Giftblumen mich nicht belästigt Wenn er nicht über den Zaun steigt und vandalisch meine Anlagen ruiniert Soll mir doch gleich sein, was er macht Gemein ist man nach meiner Meinung nur Wenn man durch seine Handlungsweise einen anderen absichtlich oder gar mit Freude verletzt und zu Schaden sucht Oder wenn man ein dargebrachtes Vertrauen gröblich täuscht oder missbraucht Ludwigs anhimmelnde Liebe wirkt hypnotisierend Ein eigenes Fluidum geht von ihm aus und wirkt in mir nach Ich liebe ihn nicht mit der richtigen Weibesliebe Einer solchen bin ich, glaube ich, überhaupt nicht fähig Eher möchte ich behaupten, dass eine Art mütterlicher Zärtlichkeit mich zu dem zehn Jahre älteren Mann hinzieht Seine Güte und seine Liebe ziehen wie ein warmer, reiner Luftstrom durch meine arme, müde Seele Und lösen das Gute und Unberührte darin aus Aber gerade darum fühle ich, dass in dem Verkehr mit Ludwig eine Gefahr für mich liegt Die ich nicht unterschätzen darf Denn wenn ich plötzlich anfinge, mit anderen Augen als bisher ins Leben zu sehen Wäre es aus mit mir und ich könnte mich nur davon machen Deshalb bin ich recht zufrieden, dass ich nun wieder hier bin und Hamburger Luft atme Ich schlage drei Kreuze über die guten Geister und jage sie hinaus 7. Mai 1893 Von den vergangenen Monaten ist vieles nachzuholen Ich hatte ja der Kindermann immer prophezeit, dass die Sache mal schief geht Ich dachte aber damals, dass sie an einem schönen Donnerstag unsere Tempel konfiszieren würden Und es dann zu einem großen Krawall käme Besonders, wenn es sich herausstellte, dass die Geschichte an sich nicht koscher wäre Dass sie sich mit den Salons und Separets hereinreiten würde, hatte ich nicht erwartet Die Völker wurden aber auch zu frech Was da für Koschernerien vorgefallen sein mögen, mag der Himmel wissen Ich habe mich auf diesen Geschäftszweig der Kindermann nie eingelassen Die Sache war aber im Handumdrehen im Flor und hat der Alten offenbar ein tüchtiges Stück Geld eingebracht Was für Herren und was für Damen da zu uns gekommen sind Es ist unglaublich Also die Polizei war da aufmerksam gemacht Und eines Abends hatte ein Paar vergessen, die Rouleur herabzulassen Und da haben die Nachbarn aus dem Hinterhaus alles beobachtet Und andern Tags hatten wir die Bescherung Glücklicherweise bekam die K. gleich am frühen Morgen einen Wink von dem kleinen L Der ja über alles, was auf der Polizei vorgeht, offäh ist Und konnte ihre Sache noch rasch arrangieren Sie hätte zur Not auch ausrücken können, aber sie wollte das nicht Lieber, sagt sie, sitzt sie ein Jahr ab und ist dann nachher wieder halber sich selber Dagegen riet sie mir, schleunigst zu packen und abzureißen Sie war ganz rührselig Ich schwöre darauf, dass sie mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben und von nichts wissen Sagte sie Ich habe sie immer wie eine Tochter geliebt Hochbringen habe ich sie wollen Und da wäre es ja noch schöner, wenn ich sie jetzt ins Unglück brächte Freilich müssen sie, wenn man sie doch erwischt und als Zeugin vorführt Dann auch schwören, dass sie von nichts was wissen Falsch schwören möchte ich nun doch nicht gerade, sagte ich Ach was, sagte sie verächtlich Was heißt falsch schwören? Wenn sie an Gott und die lieben Engellein und das schöne Paradies glauben, dürfen sie freilich nichts Unrichtiges beschwören Aber das Paradies ist doch kein Asyl für unser Eins Und da wir sowieso schon nicht hereingelassen werden, kommt's auf eine Handvoll mehr oder weniger nicht an Was ist so ein Schwur denn anders als ein Ehrenwort? Ich kann Ihnen sagen, wenn ich heute für jedes Ehrenwort, das an jedem Tag in der Welt gebrochen wird, nur einen Groschen bekäme, morgen tät ich vierspännig über den Jungfernstieg fahren Dann gab sie mir allerhand gute Ratschläge für die nächste Zukunft Ich sollte nach Berlin fahren und mich dort an ihre Freundin, die Zimmer abvermietet, auch eine Leipzigerin wenden Sie gab mir die Adresse und einen Brief und half mir beim Packen Es ging hopp, hopp, haste nicht gesehen Um zwei Uhr fuhr ich mit einer Gepäckdroschke ab Und um drei Uhr hat die Polizei das Haus geschlossen und die Kar in Verschütt genommen Ich fuhr zunächst nach dem Berliner Bahnhof Deponierte dort meine großen Gepäckstücke Und fuhr mit ein paar kleineren nach Frau Adler in der langen Reihe Ich bat sie, mich ein paar Tage bei sich zu behalten, was sie gern tat Ich war für den Tag so müde und zerschlagen, dass ich mir nichts vornehmen konnte Anderen Tag schrieb ich an Ludwig und ließ ihn herkommen Er kam sofort und war sehr alteriert über die Sensationsaffäre, die die Abend- und Morgenzeitungen gebracht hatten und konnte sich gar nicht darüber beruhigen, dass ich ahnungslos in diesem Höllenpfuhl gewohnt hatte Dann umschlang er mich mit beiden Armen und zog mich auf seinen Schoß und sagte mir, dass er es nicht länger mit ansehen könne, wie ich heimatlos und verlassen umherirrte Er würde sich von seiner Frau scheiden lassen und mich heiraten Am Morgen hätte es ihr bereits gesagt und es hätte eine schwere Szene gegeben Und nun sei sie fort zu ihren Eltern und er wollte noch am selben Abend zum Rechtsanwalt und die einleitenden Schritte tun Ich erwiderte zunächst gar nichts Vor meinen Augen baute sich etwas verlockend Schönes auf Ich sah in eine Zukunft voll ruhigen Friedens In der alles, was jetzt Schein ist, in Wahrheit und Wirklichkeit sich verdichtete Ich hatte ja das Leben so satt Und es war ein süßer Gedanke, fortan wieder ruhig dahin leben zu können Besorgt und behütet von einer treuen, zärtlichen Seele Die an mich wie an ein Evangelium glaubte Aber diese Regung zog vorüber Und mir ward wieder bewusst, dass die Brücken hinter mir abgebrochen Und die Schiffe verbrannt sind Da ging etwas anderes durch mich hin Der Vorsatz, eine gute Tat zu tun Ludwig alles zu sagen Und ihn wieder mit seiner kleinen Frau zu versöhnen Woher ich den Mut zu meiner Beichte nahm, begreife ich heute noch nicht Es ging erst langsam und stockend Und wurde dann immer fließender Und es kam entsetzlich trocken und brutal heraus Meine ganze Lebensgeschichte ohne schmeichelnde Übermalung Ich sagte ihm alles Er wurde weiß wie die gestärkte Tischserviette Und dann grün und gelb Und man sah es ihm an, dass er nur mit Not und Mühe nach Atem und Worten schnappte Das ist ja alles nicht wahr Sagte er Ist alles Fantasie, Thymian Das kann gar nicht wahr sein Doch ist es wahr, sagte ich Ich habe schon vielen Männern angehört Allen, die mich wollten und die genügend Kleingeld hatten Um sich den Luxus mich zu lieben gestatten zu können Da sprang er auf, packte mich am Arm und schleuderte mich mit einer Kraft, die ich ihm gar nicht zugetraut hatte Von sich, dass ich hinfiel Und raste wie ein Wahnsinniger durch das Zimmer Riss in seinem Paroxysmus das Fenster auf Und schleuderte die Blumenstöcke herunter Dass ein großes Geschrei unter den Kindern, die auf dem Hofe spielten, entstand Und riss die Bilder von den Wänden Und die Nippes vom Vertikow Und warf damit nach mir Und stieß mich mit Füßen Und spie nach mir Und schrie zwischendurch allerhand Sätze Dieses Geschöpf habe ich geliebt Um solcher Kreaturwillen habe ich meine Frau fortgejagt Hätte ich nahezu mit meiner gesamten Familie gebrochen Wie eine Heilige habe ich sie verehrt Und ist eine Dirne, eine Gemeine Ich saß still auf dem Sofa und ließ ihn toben Denn je toller er sich gebärdete, desto ruhiger und leichter ward mir Ich weiß ja, dass ich mich nach den allgemein anerkannten Gesetzen der Sitte Und der gesellschaftlichen Ordnung vergangen habe Und in den Augen der meisten Menschen eine Verwoffene, eine Paria bin Aber ich weiß auch, dass über all meinen Erlebnissen und meinen Verfehlungen Eine große Traurigkeit liegt Und wenn Ludwig mich wirklich geliebt hätte Mit der großen, heiligen, reinen Liebe Deren ich ihn für fähig hielt Wenn er mich so geliebt hätte Würde er mir um der Traurigkeit willen verziehen Und meine Schuld vergessen haben Dann hätte er in mir die Unglückliche gesehen Und würde mich trotz allem und allem in seine Arme und an sein Herz genommen haben Und dann hätte ich ihm gehört Ganz, mit Leib und Seele Ich wäre ihm treu gewesen bis zu meinem letzten Atemzuge Ich wäre bis ans Ende der Welt mit ihm gegangen Ich hätte mit ihm gehungert, wenn's sein musste Und hätte mich für ihn hängen lassen Sein Rasen und Schimpfen verriet mir aber Dass er auch nur ein gewöhnlicher Durchschnittseuropäer ist Und dass seine blöden Philisteraugen Nicht durch die Außenwand der Wirkungen hindurchdringen Und die tiefinneren Ursachen erforschen konnten Hinter meiner Schuld steht die Majestät des Unglücks Er aber sah nur die Sünde Frau Adler stürzte herein und rief Sie würde die Polizei holen Und er soll Schadenersatz leisten Und sie würde mich auch nicht länger behalten Wenn ich so rabiate Besucher hätte Ludwig warf drei Goldstücke auf den Tisch Und nahm seinen Hut Ich habe heute den Glauben an die Menschen verloren Schrie er Dann haben sie viel gewonnen Sagte ich kalt Am Nachmittag ging ich nach Eimsbüttel Um womöglich das Kind noch mal zu sehen Es war ein bitterkalter Tag Die nasse Kälte drang durch meine Kleider Und ich froh wie ein Schneider Ich hoffte auch kaum auf Erfolg Denn es war nicht anzunehmen Dass das Kind bei dem Wetter herauskam Ich wollte mich schon wieder auf den Rückweg machen Da ging gerade die Haustür bei Peters auf Und das Mädchen kommt mit Erika an der Hand heraus Wie eine große Pariser Puppe sah es aus In seinem weißen Mäntelchen Dem großen weißen Hut Den schwarzen Locken Weißen Gamaschen und Pelzchen Ich folgte beiden Ging eine Strecke hinter ihnen her Und rief das Kind beim Namen Es sah sich um Erkannte mich offenbar Und fing die Arme nach der Bonn ausstreckend Jämmerlich an zu schreien Ich kann mir denken Dass sie dem armen Wurm Etwas Böses von mir gesagt Und ihm Angst gemacht haben Es fürchtete sich anscheinend sehr Und das Mädchen Das jedenfalls seine Instruktionen hatte Nahm das Kind auf den Arm Und machte schleunigst kehrt Ich ließ sie gehen Und setzte meinen Weg fort Ich sehe ein Dass es wohl wirklich das Beste ist Wenn ich den Weg der kleinen Erika Nie mehr kreuze Abends fuhr ich nach Berlin Ende von Abschnitt 15 Abschnitt 16 von Tagebuch einer Verlorenen Von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Meine Ankunft in B Erfolgte unter nicht sehr günstigen Ausspizieren Ich hatte einen tüchtigen Schnupfen Husten und etwas Fieber Die Nacht brachte ich im Hotel Bellevue zu Andern Tags machte ich mich auf den Weg Zu Frau Beidatsch in der Zimmerstraße Das Haus machte schon von außen Einen sehr noblen Eindruck Und der Eingang ist geradezu scheußlich Dunkle Treppen mit abgetretenen Linoleumläufern Ordinäre Türen Kurz alles proletarierhaft Frau Beidatsch wohnt im zweiten Stock Neben ihrem Namensschild Waren drei Visitenkarten angeheftet Jetzt sind's mit meiner vier Heinrich Beidatsch, Rechtskonsulent Geschwister Blunk Schönheitspflege, Massage, Maniküre Ella Ronach, Tänzerin Ich klingelte Frau B öffnete selbst Eine dicke Person in einer hellen Cartoonjacke Mit sehr starkem Leib Schlaffen, gelben Gesichtszügen In denen sich ein Kneifer ganz drollig ausnimmt Und lange Hände, deren Magerkeit Auffallend mit der Körperkorbulenz kontrastiert Was wünschen Sie? Fragte sie Ich sagte meinen Spruch auf Worauf sie mich einließ Ach was! Von der Peach Anna kommen Sie! Rief sie Treten Sie näher, Fräulein Ist zwar ein bisschen provisorisch bei mir Man muss sich eben behelfen Damit ließ sie mich in eine Küche treten Auf deren Hart ein Kohlgericht schmurrte Und den Raum mit seinen lieblichen Düften erfüllte An der Längswand stand ein Korbsofa mit einem Tisch davor Auf das ich genötigt wurde Nun erzählen Sie mal Was macht denn die Peach Anna? Ich berichtete Na, da muss sie es freilich dicke getrieben haben Denn die Anna war zeitlebens ein gerissener Hund Eine ganz ausgekochte Sagte sie Wir sind nämlich Schulkolleginnen und Nachbarkinder Ich musste die Frau ansehen und Vergleiche anstellen Himmel sieht die alt aus gegen die Kindermann Die, wenn sie in Toilette war Einen Jugendlichen Ja fast vornehmen Eindruck machte Während wir einander Umhüllt von den Dämpfen Die dem Kohltopf entstiegen Gegenüber saßen Dann bemerkte ich, wie genau sie mich musterte Und wie ihr schlaffes Gesicht einen immer wohlwollenderen Ausdruck annahm Wir sprachen über dies und jenes Und endlich fragte ich sie, ob sie vielleicht ein Zimmer frei hätte Für sie? fragte sie Ich bejahte Ja, da schickt Gott sie zur richtigen Stunde Sagte sie Unser allerbestes Zimmer nach der Straße zu Mit separatem Eingang ist gerade frei geworden Mir ist es ja nicht gleich, wen ich als Mieterin habe Ich vermiete nur an bessere Damen, die nicht unter Kontrolle stehen Meine Damen sind alle beruflich tätig Was machen Sie denn? Etwas müssen Sie angeben Können Sie maniküren oder massieren Oder wollen Sie an ein Theater oder sich als Krankenpflegerin ausbilden Ich sagte ihr, dass ich Sprachunterricht zu erteilen gedenke Ich spreche perfekt Französisch und Englisch Und auch Russisch und Italienisch Sehr gut, sagte sie Sprachlehrerin ist sehr fein und schick Da wollen wir man gleich eine Annonce im Lokalanzeiger für sie loslassen Mein Sohn, der Rechtsanwalt, kann sie aufsetzen Ich will nachher gleich rufen Ich wollte mir nun das Zimmer ansehen und sie wackelte voran und schloss auf Die Stube, in die wir traten, machte mir auf den ersten Blick einen geradezu armseligen Eindruck Obgleich sie eine gewisse schäbige Eleganz markierte Die Vorhänge schmutzig, der Teppich zertreten und verschabt Die roten Plüschbezüge der Möbel verschossen An der einen Längswand steht eine Chaiselon mit einem grauweißen Fell Und in der Ecke steht das Bett hinter einer spanischen Wand Ich muss gestehen, dass mir der Gedanke, in diesem Loch zu wohnen, geradezu entsetzen einflößte Wie viel soll das Zimmer kosten, fragte ich 180 Mark inklusive Ich glaubte mich verhört zu haben 180 Mark Dann war ja die Pension bei der K, wo ich das hochelegante Zimmer hatte, geschenkt Monatlich, fragte ich Natürlich, denken Sie jährlich, sagte sie und lachte Ich finde das sehr teuer, sagte ich Teuer? Na, ich danke, Fräulein Das ist ja doch wohl nicht Ihr Ernst Im Gegenteil, billig ist's Was meinen Sie, was wir Vermieter dabei riskieren? Unterdem nimmt sie keiner Eine so feine Dame wird doch um ein paar Meter nicht reden Ich überlegte Im Hotel konnte ich nicht lange bleiben Vielleicht war's für die erste Zeit von Vorteil Sich ein ungeniertes, wenn auch einfaches Zimmer zu nehmen Ich mietete also und ließ abends meine Sachen herbringen Mir war's so hundeelend, dass ich gar nicht zum Nachdenken kam Im Zimmer rauchte der Ofen Die Bettwäsche roch nach Chlor Und ich hörte während der ganzen Nacht Leute kommen und gehen Am anderen Morgen konnte ich nicht aufstehen Hatte Fieber und heftiges Seitenstechen Frau Beidat sprachte mir mit dem Frühstück das Manuskript des Inserates ans Bett Das Letztere schien mir etwas sonderbar abgefasst Es lautete Fräulein Thymian, Gotteball empfiehlt sich zur Erteilung von englischen und französischen sowie russischen und italienischen Sprachstunden Ich fragte die B, warum die ersten beiden Worte denn gleichsam als Etikett oben aufständen Ja, Fräulein, das ist doch gerade der Kniff, sagte sie Wie sollen die Herren sonst wissen, wieso und woran? Sonst könnten sie ja riskieren, dass sie lauter Rangen als Sprachschüler bekämen Hier in Berlin ist doch manches anders als in der Provinz Wozu Hamburg immerhin auch gehört Ich war so matt und so krank, dass ich nicht antworten mochte Am Abend musste ich zum Arzt schicken Und der konstatierte Lungenentzündung Die ersten Tage lag ich ganz apathisch da Später verlor ich oft für Stunden das Bewusstsein Zwischenhinein war mir furchtbar zumute Das Fieber stieg bis zu 40 Grad und darüber Ganz teilnahmlos, halbbewusstlos beobachtete ich die Gestalten die sich neben meinem Bett bewegten als da außer Frau B waren Zwei Mädchen, eine rot und die andere schwarzhaarig Beide sehr wuschelköpfig und gleich gekleidet Mit roten Blusen und schwarzen Röcken Und noch eine kleine, sehr schmale, blonde Person Die drei kramten ungeniert zwischen meinen Sachen herum Probierten meine Hüte auf Zogen meine Mäntel und Jacken an Und hatten sich, als ob sie sich bereits meinen Nachlass teilten Zum Glück waren die beiden Koffer, in denen auch meine Schmucksachen lagen, verschlossen Als ich nach einigen Wochen etwas besser war Erfuhr ich, dass die drei meine Mitmieterinnen waren Um der Wahrheit die Ehre zu geben Muss ich übrigens konstatieren Dass die beiden Schwestern Blunk, Molly und Dolly Sich sehr nett und gefällig und teilnehmend erwiesen Mir sogar öfters Blumen und Obst brachten Und stets zu kleinen Handreichungen bereit waren Die Tänzerin, sie ist am Apollo-Theater im Chor Kann ich weniger gut leiden Ein freches Mundwerk haben sie alle drei Ich habe noch in meinem Leben nicht solche Redensarten gehört Obgleich die Kindermann, Conny und ihre anderen Freundinnen Auch für ein gutes Stück raten konnten Wenn sie in meinem Zimmer zusammensaßen Erzählten sie einander ihre Abenteuer Und dabei bekam ich dann einen Einblick in eine Welt und in ein Leben Von dem ich bisher doch nichts wusste Ach, lieber Gott, ist das fürchterlich Die Herren, mit denen ich bisher zu tun hatte Waren doch alle Kavaliere Die sich keine Rohheiten gegen mich herausnahmen Und es mich nicht fühlen ließen, dass... und so weiter Aber hier, wo es alles auf die Marken und Groschen geht Entsetzlich Meine Genesung ging nur langsam vorwärts Ich habe Nächte und halbe Tage lang geweint Ich hatte allen Lebensmut verloren Ich kam mir ganz degradiert Wie in des Lebens tiefsten Abgrund geschleudert vor in dieser Umgebung Am liebsten wäre ich gestorben Dann wurde ich allmählich besser Und meine Todessehnsucht verlor sich Als ich das erste Mal aufstand, machte ich eine schreckliche Entdeckung Einer meiner Koffer, in dem ich mein Geld verwahrte, war mit einem Nachschlüssel geöffnet Und die 900 Mark, die ich in Hamburg von der Bank abgehoben hatte, waren daraus verschwunden Außerdem ein Brillantring, mein erster von Glimm und eine Brillantnadel Ich schlug natürlich lahm Der Koffer hätte doch immer vor meinen Augen da gestanden Und so weiter Die Mädchen beschworen mich auch, doch nicht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sie zu lenken Sie hatten ohnehin solche Höllenangst und so weiter Was sollte ich machen? Ich schwieg still Ich habe selbst nicht gern etwas mit der Polizei zu schaffen Aber es ist doch schrecklich 900 Mark Fast mein ganzes Barvermögen Als ich Frau B. meine Rechnung, Arzt und Apotheker bezahlt hatte Hielt ich gerade noch 4 Mark 20 Pfennig nach Frau B. riet mir, ein paar meiner Wintersachen, die ich in diesem Jahr doch nicht mehr brauche Zu versetzen, was ich tat Sie selbst brachte meine Persianerjacke und den Zobelmuff von Ludwig aufs Leihamt Und brachte wahrhaftig 330 Mark dafür, was mich sehr freute Wer das Geld und die beiden Schmucksachen gestohlen haben kann, weiß ich nicht Vielleicht ist es wirklich schon im Hotel geschehen Auf die Mädchen habe ich keinen Verdacht Auch eigentlich nicht auf Frau B. Noch eher traue ich es ihrem Sohn, dem sogenannten Rechtsanwalt zu Ein widerlicher Kerl mit einem hässlichen Gesicht und schmarotzerhaften Wesen Aber der war doch, so viel ich weiß, nie allein in meinem Zimmer Na, hin ist hin und Wiedersehen macht Freude Der erste Reflektant auf mein Inserat war ein ganz junges Bürschchen Kaum trocken hinter den Ohren Der gleich aufs Ganze ging und so roh mit der Tür ins Haus fiel, dass ich ihn hinausschmiss Dann ginge eine Tür weiter zu Molly und Dolly und ließ sich maniküren Die lachten mich aus und meinten, ich sei schön dumm Später kamen ein paar andere Kunden, denen ich am liebsten einen Tritt gegeben hätte Aber schließlich Ich habe nun eine andere Annonce im Tageblatt und in der Vossischen erlassen, auf die ich wirklich Schüler und Schülerinnen für Sprachstunden zu bekommen hoffe Manchmal sehne ich mich ordentlich nach Beschäftigung, nach ehrlicher Berufsarbeit und vor allem nach einem gebildeten Menschen, mit dem ich mich ordentlich unterhalten kann Diese Unterhaltungen mit den Mädchen sind einfach fürchterlich Molly und Dolly entstammen kleinbürgerlichen, anständigen Familien und waren bei Wörtheimladen Mädchen Eines Tages landen sie eine Frau kennen, die auch manikürte und die sie einlud, sie zu besuchen Da ging es dann so kleinem bei kleinem, genau wie bei mir Schließlich verführte das Weib sie zu Durchstechereien und Diebstählen im Laden Die Sache kam an den Tag und Molly und Dolly kriegten jede vier Monate Als sie nachher herauskamen, beschlossen sie zusammenzuhalten und sich als Schwestern auszugeben Weil sie immer ganz gleich gekleidet gehen, werden sie in ihren Kreisen die Ponys genannt Sie wollten mich schon oft abends mithaben, aber ich mag nicht Ich bin noch immer nicht so wie sonst auf dem Damm Ich gehe oft im Tiergarten spazieren Er ist jetzt so herrlich Aber das frische Grün und der Frühlingsodern machen melancholische Gedanken Die Welt so schön und das Leben so ekelhaft 18. August 93 Eine Hitze zum Bursten Das Pflaster brennt förmlich Die Luft ist wie Feuerquall Ich beneide alle, die fort können An die See, aufs Land Ich kann nicht reisen, weil ich kein Geld habe Ich komme mir vor wie eine Fregatte, die Schiffbruch gelitten hat Und nun abgetakelt wird Um ein ruhmloses Ende als Kohlenfahrer zu finden Wenn ich mich nur erst so weit hätte Dass ich mich wirklich nur mehr als Kohlenschute fühle Das ist ja meine Tragik Dass ich noch immer nicht in die moralische Narkose hineingerate Die zu einem Leben wie die Ponys es führen Unbedingt notwendig ist Mit vollem Bewusstsein und wachen Sinnen kann man es nicht Ist es ganz unmöglich So ziemlich meine sämtlichen Schmucksachen sind auf dem Leihamt Jede Woche wandert ein neues Stück hin Ich weiß nicht, was werden soll Ich hatte ein paar Schülerinnen und Schüler Aber nach den ersten Stunden schickten sie mir mein Honorar und blieben weg Das Milieu hier schien ihnen nicht zuzusagen Was ich ihnen allerdings nicht verdenken konnte Ich bin auch immer noch nicht richtig besser Die Hitze bringt mich ganz herunter Ich sehe elend aus, ganz abgemagert Ein paar Mal nahm ich einen Anlauf, mir Kundschaft zu kapern Aber es wurde nichts Woran es liegt, weiß ich nicht Die Ponys sagen, ich sehe zu vornehm aus Es traut sich keiner an mich ran Möglich Ich bin so schlaff und hinfällig von der Hitze Tagsüber liege ich halb angekleidet auf der Chais Long und dämmere so hin Ich lebe so sparsam als möglich, um mit meinem Geld zu reichen Aber man muss doch satt werden Die Miete reißt so sehr ins Geld Mich graut vor der Zukunft Die Beidatsch ist manchmal kurz angebunden Und führt anzügliche Redensarten Wahrscheinlich fürchtet sie, es wird bald mit dem Zahlen mit mir hapern Eine eigentlich grundlose Sorge Dass sie immer pränumerando ihr Geld fordert Und ich unfehlbar herausfliegen würde, wenn ich am ersten nicht berappte Der Linksanwalt schwänzelt zuweilen um mich herum Und möchte mich anfeuern, bald loszugehen Gestern Abend war er bei mir und kohlte allerlei zurecht Eine so schöne Dame wie sie Mit so feinen, eleganten Sachen und solch internationalen Allüren Muss auf die Linden gehen oder auf den Kurfürstendamm Sagte er Da liegt das Geld auf der Straße für eine, die gescheit ist Die meisten Mädels hier sind ja Viecher Ich habe an K und F geschrieben, aber keine Antwort erhalten Bei denen heißt's auch, aus den Augen, aus dem Sinn Wenn nur die verdammte Hitze nicht wäre Manchmal geht eine furchtbare Sehnsucht nach der lange entschwundenen Zeit meiner Jugend durch mich hin Ich komme mir schon so furchtbar alt vor Ein rasendes Heimweh nach unserem schönen, stillen Garten In dem der Mond auf weiße Lilienstauden und rote Zentifolien scheint Ergreift mich Heimweh nach Mutters Grab Heimweh nach dem weiten, grünen Land Mit dem silbernen Nebelgebrodel Wo es abends so schön kühl und feierlich ruhig ist Wo die Leute, wie bei Onkel Dirk Abends unter den breitästigen Linden am Graft sitzen Und schnacken und schwatzen Während von der Fenne her hier und da ein Pferd aufwirrt Und ein verschlafenes Rind brüllt Weg, weg, weg Alles vorüber Alles hin Alles verloren Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie Wenn ich einmal wieder etwas Geld zusammengebracht habe Schicke ich Ostdorf Reisegeld und lass ihn mir rüberkommen Das habe ich mir fest vorgenommen Dem armen Kerl geht es elend Er leidet Hunger Seine Familie schickt ihm nichts mehr jedenfalls Weil sie ihn nicht hier auf dem Hals haben wollen Ich finde das gemein und erbärmlich Er schreibt mir die kläglichsten Briefe Sobald ich Geld habe, kriegt er 200 hin Andere halten sich einen Hund oder Vogel Warum soll ich mir nicht solchen armen Kerl für den Haus Gebrauch nehmen? Immerhin wird mir Kasimirchen bequemer sein als so ein gewöhnlicher Louis Der sich unser einem gegenüber als Herr aufspielen möchte Ich bin losgegangen Mir blieb nichts übrig Die Kindermann hat anderthalb Jahre Gefängnis bekommen Sie haben ihr die Kuppelei nicht positiv nachweisen können So kam sie noch eben mit knapper Not am Zuchthaus vorbei Mir geht es wieder leidlich Ein Teil meiner Sachen habe ich aus dem Pfandhaus ablösen können Meine alte Anziehungskraft bewährt sich wieder Ich habe so viel Kundschaft, dass ich oft noch davon abgebe Abends bei Keck oder im National schwirren sie um mich herum wie die Fliegen um den Honigtopf Ich habe damals, nachdem ich endgültig eingesehen hatte, dass ich doch nicht wieder hochkomme Den Ballast der letzten Bedenken über Bord geworfen Ich bilde mir oft ein, dass ich gestorben bin Die Menschen, unter denen ich jetzt lebe, sind alle Leichen Sie haben ihre Seelen ausgehaucht Und beweisen durch ihre Existenz, dass man auch ohne ein solches Instrument da sein Ich schreibe absichtlich nicht leben kann Meine Sprachkenntnisse kommen mir doch sehr zustatten Ich bekomme dadurch oft sehr reiche Ausländer, die gut zahlen Und das ist jetzt für mich die Hauptsache Gestern Abend hatte ich einen Russen, der kein Wort Deutsch sprach Und der mir 300 Mark gab Die Ponys haben übrigens Glück gehabt Molly lernte im Oktober in einer Bar einen Amerikaner kennen Der ihr ein festes Jahresengagement bot Sie erklärte ihm aber, dass sie nicht von ihrer Schwester abgehe Und da engagierte er sie alle beide Das heißt, er hat ihnen eine eigene Wohnung in der Taubenstraße eingerichtet Und gibt ihnen monatlich 400 Mark Dabei ist er nur vier Monate jährlich in Berlin Die andere Zeit haben sie für sich Ich habe wirklich noch vieles lernen müssen Zuerst war es mir grässlich Obgleich ich schon bei Anna Kindermann eine ganz gute Vorschule durchgemacht hatte In dieser Welt der Leichen stinkt es nach Verwesung Daran muss man sich gewöhnen Der Brechreiz gibt sich dann allmählich Die Mädchen mit ihren Männern haben ihre ganz bestimmte Organisation untereinander Und im großen Ganzen herrscht eine gewisse Solidarität unter ihnen Zwischen den Kontrollierten und uns Halbseidenen Fußnote Bezeichnung für nicht kontrollierte Mädchen Ende der Fußnote Zwischen den Kontrollierten und uns Halbseidenen Ist äußerlich kein wahrnehmbarer Unterschied Jede Halbseidene umgeht natürlich die Sitte wie die Pest Obgleich bei den Kontrollierten eben diese wahnsinnige Angst vor dem Abgefangenwerden fortfällt Die Untersuchungen an sich sind ja nicht so schlimm Aber wiederum hält es auch furchtbar schwer die Sitte wieder abzuschütteln Und dann das Unterkommen Das ist ein furchtbarer Punkt Hält es schon für uns schwer ein Logis zu finden Bei den Kontrollierten ist es geradezu ein Dilemma auf die Wohnungssuche zu gehen Ich wohne wirklich noch billig Die meisten bezahlen sieben oder zehn Mark Miete pro Tag Oft noch mehr Die Hauswirte haben ein zu großes Risiko dabei Da sie, wenn ein Mädel mit der Polizei in Konflikt kommt Immer Gefahr laufen, sich eine Kuppeleianklage zuzuziehen Ich denke manchmal Warum die Polizei durch die Kontrolle das Gewerbe eigentlich gewissermaßen sanktioniert Wenn sie den Mädchen nicht zu wohnen gestattet Diese schwindelnden Mieten aufzubringen ist ja schrecklich schwer Und für manche ganz unmöglich Gute Toilette müssen wir doch auch machen Und das Leben kostet auch ohnehin schon sehr viel Ich muss zum Beispiel 4000 Mark Einkommen versteuern Und bin als Sprachlehrerin angemeldet Ob sich die Steuerbehörde über das Einkommen einer Sprachlehrerin In der Zimmerstraße wirklich solche Illusionen macht Oder ob sie sich ihr Teil denkt Ich weiß es nicht Das Verhältnis der Männer und Mädchen zueinander Denken sich die Leute, die keinen tieferen Einblick in diese Kreise haben Auch meist anders, wie es in Wirklichkeit ist Ich hatte mir unter einem Louis auch nur einen Menschen vorgestellt Der den Mädeln die Kunden zuführt Sie beschützt Rabiate oder zahlungsfaule Klienten Mit sanfter Gewalt auf ihre Berappungspflicht aufmerksam macht Und im Übrigen im Verhältnis eines Sklavenhalters zu den Mädchen steht Das alles kommt ja auch gewiss vor Aber meistens ist das Verhältnis der Mädchen zu diesen sogenannten Zuhältern Das Natürliche eines Mädels zu seinem Liebhaber Es ist ja auch erklärlich In jedem Mädchen steckt doch das Weib mit seinem Anlehnungsbedürfnis Seiner Liebessehnsucht Die in der rein gewerbsmäßigen Handhabung des geschlechtlichen Verkehrs Keine Befriedigung findet Mir selber geht es so Was würde ich darum geben Wenn ich einen Nur einen einzigen Menschen in der Welt hätte Der zu mir gehörte An den ich mich anschließen könnte Von dem ich wüsste Er ist für mich da Und ich für ihn Aber wiederum könnte ich mich nicht entschließen Einen beliebigen Menschen an mich heranzuziehen Die meisten dieser Kerle sind ja qualitativ unter aller Kanone Man könnte manchmal Studien machen Diese Leute rekrutieren sich aus allen Ständen Heruntergekommene Subjekte sind's natürlich alle Was Anständiges wird sich nicht von einem Mädel unterhalten lassen Die wenigsten haben eine Beschäftigung Wohl aber haben sie Clubs untereinander Haben Turn- und Athletenvereine Und regeln sich die ganzen Tage in den Wirtschaften herum Ein paar Mal versucht es solch ein Kerl sich an mich heranzuschlängeln Aber ich dankte ergebenst Natürlich in aller Freundschaft und Höflichkeit Im Zorn ist mit den Herren nicht gut Kirschen essen Da ist besonders einer Der Schache Friedrich Warum er so heißt weiß ich nicht Die Mädel wie die Männer Haben die komischsten Spitznamen Der sich immer im Kaffeekeck zu mir setzt Er ist eigentlich Dr. Juris Hat mir seine Papiere gezeigt Hat sein Staatsexamen gemacht Und ist als Assessor abgedankt Weil ihn ein Weib zugrunde gerichtet hat Sagt er Ich glaube aber eher wegen seiner Versoffenheit Denn er säuft scheußlich Und ist regelmäßig um Mitternacht voll wie ein Schwein Bis er aber diesen Grad des Besoffenseins erreicht hat Und damit in das Stadium vollständiger Bewusstlosigkeit gelangt ist Lässt sich ganz gut mit ihm schwatzen Man merkt, dass er ein studierter Mann Und ein gebildeter Mensch ist Deshalb wundert es mich eigentlich Dass seine Schickse eine Person unter Null Eine ganz ordinäre Sechser-Kalle ist Ich meine es so Er könnte was Besseres haben, wenn er wollte Ich freilich bedanke mich für einen solchen Schnappschlauch In der Halbenwelt gibt's genauso viel Kasten und Kreise wie in der Ganzen Die oberen 400 sind diejenigen Die einen reichen Freund haben, der sie aushält Zu denen sollte ich eigentlich gehören Ich könnte es so haben Wenn Ludwig nicht auf die verrückte Idee mit der Scheidung und der Heiraterei gekommen Und ich nicht so kolossal dumm gewesen wäre Ihm meine Beichte auf die Nase zu binden Man ist wirklich manchmal zu klamm Also von denen, die einen Freund haben Und nur für diesen da sind Nach so etwas halte ich Ausschau Führen eine Menge Stufen und Stüfchen Hinab zu den Ärmsten der Armen Die sich für eine Mark und noch weniger verkaufen Schön ist's nirgends Da unten aber ist's fürchterlich Ach Gott, überhaupt die Welt Wenn ich das alles so ansehe Da geht mir immer ein Zitat durch den Sinn Das nirgends so angebracht ist wie hier Der Menschheit ganzer Jammer packt mich an Schließlich und am Ende liegt doch über jeder Die einmal auf diese Weide geraten ist Eine schwere, trübe Dunstwolke von Tragik und Unglück Gewiss, es sind auch Mädchen darunter Die ganz und nur durch Leichtsinn und Schuld dazugekommen sind Aber ich behaupte, dass keine einzige Mit vollem Wissen und Bewusstsein Sich in diese Tinte hineingeritten hat Ich kenne jetzt unendlich viele Die nur von der Preisgabe ihres Körpers leben Aber ich weiß ganz sicher und bestimmt Dass sich unter 100 keine 5 befinden Die nicht mit beiden Händen zugriffen Wenn sich ihnen eine Gelegenheit zur Rückkehr In geordnete Verhältnisse böte Es gibt so viel Wohltätigkeit und Humanität in der Welt Es gibt Kinderkrippen und Altersversorgung Fürsorge für Sträflinge Und Gott weiß, was sonst noch für nützliche Institute Es wird so viel Bassard, gemimt, getanzt Zum Wohl der leidenden Mitwelt Aber in die Welt des tiefsten Elends Der äußersten Finsternis Dringt selten ein Strahl barmherziger, werktätiger Nächstenliebe hinab Wie manche würde sich gern retten lassen Freilich nicht durch Besserungsanstalten und Stadtmissionen Immer von oben herab Von dem Kotun der überlegenen Moral Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie andere Und so weiter Nee, auf den Schwindel fällt keine herein Nein, um hier zu ändern und zu bessern Müsste schon eine neue Weltordnung Eine vollständige Umkrempelung der Begriffe und Verhältnisse vorangehen Die Menschen müssten ihren alten Adam ausziehen Und ihre Vorurteile wie einen Haufen verlauster Wäsche verbrennen Die Schranken müssten fallen Die alten Griechen feierten ja sogar ihre Heteren Und die Phönizier verehrten sie als Priesterinnen Damals waren es die besten, schönsten, klügsten, gebildetsten ihres Geschlechts Die der Venus dienten Und diese antiken Völker standen wahrhaftig auf keiner niedrigen Kulturstufe Als die heutige Zeit Es sollte doch wahrhaftig jeder unbenommen sein Mit ihrem eigenen Körper zu machen, was sie will Muss denn dann notwendig noch Die heilige Fähme der öffentlichen Meinung sich aufspielen Und den Betreffenden, der es anders macht als die anderen In einer Stinkflut von Verachtung und Schmähung ersäufen Wenn das Gewerbe der Hingabe aufhörte Ein verächtliches Gewerbe zu sein Würde sich das Heer der Gewerbetreibenden Um vier Fünftel Ja, ich möchte kühn behaupten Um neun Zehntel vermindern Ich würde zum Beispiel gern eine Stelle als Gesellschafterin oder Erzieherin annehmen Und ich will verflucht und verdammt sein Wenn ich nicht alles aufbieten würde, meinen Pflichten nachzukommen Wenn ich es mir jemals wieder einfallen ließe, mich mit einem Mann einzulassen Aber abgesehen davon, dass es ja wie ein Märchenwunder wäre, wenn unser Eins solche Stellung kriegte Hing doch immer das Messer über einem Und sobald die Vergangenheit bekannt würde, flöge man mit einem Fußtritt hinaus Und noch tiefer in den Dreck als vorher Wenn unser hetären Dasein keine Schande wäre Und die Rückkehr zu bürgerlichen Berufen uns jederzeit ungehindert freistände Würden die meisten, die nur kurze Zeit das Elend dieses Lebens gekostet hätten, wieder umkehren So aber sind die Pforten hinter uns abgeschlossen Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung draußen Am meisten bringt es mich immer auf, wenn diese Philister ihre Weiber mit in die Nachtcafés nehmen Und sie sitzen da und tuscheln und lachen und mokieren sich und wissen gar nicht, wie sie sich haben sollen Um so recht den Unterschied zwischen ihrer geilfetten Moralität Und ihrer bürgerlich behäbigen, unantastbaren Erhabenheit uns armen Sumpfhüdern gegenüber zu betonen Ich möchte ihnen gerade ins Gesicht spucken, den Gänsen Als ob eine von ihnen wüsste, was Leben und Leiden heißt Was wissen die von den Nachtgängen des Lebens, in deren Schatten unsere armen Existenzen verkümmern Ich möchte ihnen gerade zurufen Seht euch nur vor, ihr seid auch noch nicht zu Ende Vielleicht habt ihr Töchter, von denen euch der Tod abruft Und die hier auch einmal sitzen und von schälen Augen höhnisch gespießt werden Ich möchte mal eine von den vielen Frauen, die in christlicher Barmherzigkeit Wohltun und Nächstenliebe machen Sehen, wenn man es ihr zumutete, eine Besucherin des Nationalcafés als Stütze oder Bonn zu engagieren Oh Gott, was würde sie sich schütteln und grausen und gegen solche Zumutung protestieren Ich pfeife auf alle christliche Liebe und allen Wohltätigkeitsramsch Die Menschen sind alle Bestien, Hyänen, ob sie so ein oder solch ein Fell um ihren Korpus haben Im National ist besonders ein Mädchen, das mich interessiert Sie nennen sie Duda Sie hat ein eigentümlich weißblondes Haar mit goldroten Spitzen Und sie macht, obgleich sie nicht übel aussieht, einen sehr armen, gedrückten Eindruck Ihr Bräutigam sitzt Neulich erzählte sie mir davon Er hat sie, wenn sie ihm nicht genug Geld nach Hause brachte Mit Fußtritten regaliert Und ihr einmal einen so heftigen Stoß gegen den Leib versetzt Dass sie eine Gebärmutterknickung davon getragen hat Ich bezahlte ein paar Mal den Kaffee für sie Sie hat ihr Zeugnis verweigert Aber auf die Aussage des Arztes hin hat er fünf Monate Gefängnis bekommen Nun sitzt sie da und grault sich vor dem Augenblick, wo er wieder freikommt Und hat doch Sehnsucht nach ihm Und wird saugrob, wenn irgendein Ausdruck über ihn fällt, der ihr nicht passt Man sieht hier viele schicke, aber wenig wirklich schöne Mädchen Doch für heute Schluss 8. Januar 1894 Es treibt mich immer wieder zu dem Büchelchen Ich weiß nicht warum Manchmal bilde ich mir ein Es sei ein Mensch, mit dem ich rede Ein lieber, vertrauter Freund Mein einziger auf der Welt Und es macht mir Spaß Aufzuschreiben, was ich erlebe Und was mich beschäftigt in meinen Gedanken Ich habe Ostdorf geschrieben und getröstet mit dem Frühjahr Und ich denke wohl, dass ich ihm bis dahin Geld zur Reise schicken kann Als dann werde ich mir ein anderes Luschi suchen und Ostdorf mitnehmen Man erlebt so mancherlei und fast jeden Abend was anderes Aber selten was Gutes Ich bin so sehr nervös, dass manchmal meine Glieder fliegen wie im Feiztanz Und manchmal habe ich Lust zu schimpfen und grob zu werden Und zu schmeißen und mich auszutoben Denn dies Leben ist grässlich Aber man kommt nicht hinaus Man sitzt wie eingemauert drin Und ist nirgends ein Ausgang Und nur hoch oben ist ein Fenster Aber was hineinschaut ist dumpfe, graue Luft Und kein hoffnungsfrohes Himmelslicht mehr Da saß ich neulich im National mit Duda und Kitsche An einem Tisch nahe am Springbrunnen Und nebenan saßen zwei Herren Einer mit langem schwarzem Vollbart und goldenem Kneifer Und ein alter Meergreis mit einer blau-rot verwartsten Nase Der alte Knacker schmiss ein Markstück in das Wasser Ich streifte den Ärmel auf und holte es heraus Da warf er noch eins rein und noch eins Und da kam auch Duda und fischte Und nachher schmiss er immerzu Geld hinein Marken und fünf Groschen und zehn Pfennigstücke Und da kamen sie alle herangewimmelt Und eine wollte der anderen zuvor kommen Und der alte Karl lachte, dass ihm der Bauch wackelte Und ließ sich eigens vom Kellner zwanzig Mark Kleingeld bringen In dem Gedränge verlor die Goldfischelse ihren Wilhelm Fußnote, falscher Zopf, Ende der Fußnote Sie meinte wohl, ich hätt's getan Und aus Wut ging sie hinterrücks hin Und riss meine Nadeln aus dem Haar Und dachte wohl, dass mir das gleiche Missgeschick passieren würde wie ihr Aber da hatte sie sich geschnitten Die Haarsträhnen rollten mir nur so über den Nacken und lösten sich auf Und ich schüttelte sie mit Willen und stand da Vom Nacken bis an den Kleidzaum wie mit einem losen schwarzen Gewand umhüllt Das war ein Anstaunen Aus allen Ecken und von allen Seiten kamen sie herbei und besichtigten das Wunder Und auch der große schwarze Herr, der sich all die Zeit nicht gerührt hatte Und mit der Hand in der Tasche gleichgültig und teilnahmslos dasaß Erhob sich und betrachtete mein Haar und sagte Prachtvoll, prachtvoll Sie könnten ja für eine Haarwasserfabrik Reklame machen, Mädchen Ich schnitt ihm eine Fratze Denn das Wort Mädchen passte mir nicht Weiß nicht weshalb Da ich doch nicht mehr gewöhnt bin Per gnädig angeekelt zu werden Die Mädchen waren alle neidisch Und das freute mich Und ich ließ das Haar den Abend so wild hängen Und jeder, der mir nahe kam, wollte das Haar befühlen und darin herum vorwirken Aber ich litt's nicht Und ließ jeden, der das wollte, erst 5 Mark bezahlen Und hatte gleich an 60 Mark zusammen Wofür ich mir nächsten Tags einen Pariser Hut mit gelben Federn kaufte Was das Wunderbare war Dass ich immer wieder nach dem schwarzen Kerl hinsehen musste Je länger ich ihn ansah, desto besser gefiel er mir Er hat ein so schönes Profil gehabt Eine Adlernase und prachtvolle braune Augen Und herrlich schöne, weiße, feste, glatte Hände Ich wünschte ihn mir zum Mitkommen Und nahm keinen anderen an Und nach einer Weile kam er richtig Und setzte sich an meinen Tisch Und der Alte kam auch hinterher gemeckert Ich hörte, dass der Schwarze ein Doktor ist Und nachher sagte er richtig Er begleite mich nach Haus Und ich scharf Anstatt zuzulangen Wurde patzig Und sage raschweg nein Worauf er lacht und gemächlich sagt Na, dann nicht, lieber Schatz Und zahlte und ging fort Und nachher habe ich mich blau geärgert Wie sich mir solch ein lause Junge von zwanzig Jahren anhing Und ich habe die ganze Nacht An den schönen Menschen denken müssen Ich schreibe das nur auf Weil es eigentlich das erste Mal in meinem Leben ist Dass ich tatsächlich nach einem bestimmten Mann Verlangen gehabt habe Ich muss noch an ihn denken Und wünsche sehr, ihn wiederzusehen Und werde ihn dann nicht mehr entwischen lassen Aber so bin ich Mir selber unberechenbar Auf einmal stößt etwas in mir auf Nun gerade nicht Dann ist es, als ob ein fremder Mensch in mir sitzt Und ich muss machen und sagen, was der will Und nicht, was ich möchte So ist es Ende von Abschnitt 17 Abschnitt 18 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie 14. Februar Es ist doch zu merkwürdig Gestern sah ich den schwarzen Doktor wieder Bei Kranzler unter den Linden saß er am Fenster Ich ging auch hinein und setzte mich an seinen Tisch Er sah mich über seine Zeitung hinweg an Und tat, als ob er mich nicht wiedererkennt Nach ein paar Minuten kam ein Backfisch mit Torte Und setzte sich neben ihn Und aus der Anrede hörte ich, dass es seine Tochter war Da sah ich, dass nichts mehr zu wollen war Zahlte und ging Wartete aber draußen, bis er herauskam mit dem Mädchen Ich wollte ihnen nachgehen und sehen, wo er hinging Er merkte es wohl und setzte den Backfisch in eine Droschke Und kam dann gerade auf mich zu Nun, mein Kind, sagte er Wünschen Sie etwas? Ich kniff die Lippen zusammen und sagte nichts Er ging neben mir her Eine lange Weile bis hinterm Brandenburger Tor Ihr schönes Haar hat es mir angetan, sagte er Ich möchte es noch einmal sehen Das möchten andere auch, sagte ich Er lachte Sie haben einen stark entwickelten Geschäftsgeist Die Art, wie sie aus der Sehenswürdigkeit ihres Haares Kapital schlagen Hat mir Spaß gemacht Sie hatten übrigens nicht Unrecht Wer sehen will, soll zahlen Ich bin sonst ein Mann mit soliden Gewohnheiten Als Arzt habe ich auch keine Zeit zu öfteren Nachtexkursionen Und mit professionellen Damen verkehre ich prinzipiell nicht Aber Ihr Haar interessiert mich Ich werde es mir auch 20 Mark kosten lassen Wenn Sie es mir noch einmal zeigen wollen Lassen Sie sich was pfeifen, Sie alter Quasselkopp Sie oller Kamillentrichter Sagte ich böse Denn der Ausdruck professionell ging mir wieder wie eine stumpfe Säge Wer ist professionell, sie professionelle Leichenpräparierer Na nu, man nicht gleich so halb, sagte er Ich will Ihnen ja nichts Und wenn nicht, dann nicht Adieu, mein Fräulein Fort war er und ich stand da und giftete mich Und zu Hause schnitt ich vor Wut der Beidatsch ihre Tischdecke in Stücke Wofür ich fünf Taler blechen musste Obgleich das dreckige Ding keine 50 Pfennig Versatzwert mehr hatte Ja, man erlebt so mancherlei Wunderliches auf dem Bummel Vor ungefähr acht Tagen war ich abends in einem Ballhaus Und da trottelte die ganze Zeit ein alter Mummelkreis hinter mir her Und wollte partout mit mir anbinden Und ich kam nicht dazu, ihn abzuschütteln Zuerst beachtete ich ihn nicht Denn ich sah gleich, dass nichts dahinter steckte Ganz proper mit dem Anstrich von Eleganz Aber nichts Gediegenes Der Rock schon an den Nähten ein bisschen schäbig Wäsche und Krawatte sauber und ordentlich Aber Nummer Stroh Ich taxierte ihn gleich richtig So ein alter, abgedankter Aristokrat Lebe man anodat zumal Nichts vor und nichts hinten Lassen sie mich in Ruhe, alter Schafskorb Sie verderben mir ja das Geschäft, sagte ich Für sie wird wohl noch ein alter Schraubendampfer Wie die Simbria drüben gut genug sind Drüben sitzt sie und lauert auf ihn Er wich aber nicht von meiner Seite Und beteuerte immer fort Ich sei die anmutigste Frau, die er je gesehen hätte Und darauf können sie stolz sein, wenn ich ihnen das sage Ich bin weit rumgekommen in der Welt Und hab in aller Herren Länder die schönsten Weiber gesehen und besessen Immer das Exquisiteste Ganz egal wo In Monon Rouge oder in Wien oder in Madrid und Petersburg Und last not least in Dresden Wo die schönen Mädchen auf die Beme wachsen, sagte ich Er schüttelte wehmütig den Kopf und schnalzte mit der Zunge Damals am Jüdenhof bei der Braunschweiger Minna Ich versichere sie, sie hielt in ihren Salons das ausgesuchteste Material von ganz Europa Leider wurde sie aus Dresden ausgewiesen Nachher errichtete sie eine Filiale in Riga Aber die Sache war nicht mehr auf der Höhe wie in Dresden Damals hatten sie wohl mehr Moneten als jetzt Sagte ich und sah mir den kleinen Kerl von oben herab an Da zog er ein 20-Mark-Stück aus der Westentasche Sehen sie sich mal das Ding an Es ist eine Art Merkwürdigkeit Diese 20 Meter sind die letzten von 600.000 ihrer Schwestern, die durch meine Finger rollten 40 Jahre habe ich dazu gebraucht Woraus sie sehen, dass ich ein solider Mensch bin Was meinen sie, wenn wir den Fuchs in Röderer auflösen Ne Idee von Schiller, sagte ich Denn der Alte fing an, mich zu interessieren Wir setzten uns dann oben in eine Ecke Und er erzählte mir, dass er ein schuldenfreies Rittergut in Schlesien gehabt hatte Und einen Landsitz in Westpreußen Und eine Villa in Steiermark Und war alles hindurch und alles weg Und die 20 Marker waren die letzten von seinem Kapitalvermögen Nun solle er monatlich 200 Mark Rente von seinen Verwandten kriegen Zu viel zum Sterben Zu wenig zum Leben, wie er sagt Und er zeigte mir die Fotografien von seinen ehemaligen Besitztümern Und verschiedene Papiere, die darauf Bezug haben Woraus ich sah, dass alles seine Richtigkeit hatte Das haben sie alles versoffen, sagte ich Er nickte vergnügt Es tut mir nicht mal leid Wenn ich mir es zurückwünschte Wäre es nur, um es ihnen heute Abend schenken zu können Leider habe ich momentan nichts mehr zu verschenken Und wie er die Papiere in die Brieftasche zurücktat Hielt er eins zurück Grundbesitzer bin ich doch noch Das hier ist die Kaufurkunde über ein Grab auf dem Schöneberger Friedhof Vor zehn Jahren habe ich es mir zugelegt Und ein Gitter für 600 Mark drum machen lassen Ein Stein war auch schon drauf Den habe ich wieder versilbert Dann haben sie doch noch was zu verschenken, sagte ich Was, die Grabstätte? Ja, warum nicht, sagte ich Unser eins möchte auch wissen, wohin die Würmer mal fressen Ich zündete mir eine Zigarette an und ließ einen Sekt auf meine Kosten kommen Und der Alte soff und wurde immer verliebter und zudringlicher Ich will ihnen Vorschlag zur Güte machen, sagte ich Ich gebe ihnen fünf Bars und dafür übertragen sie mir ihren Schöneberger Grundbesitz Eine tolle Idee, eine tolle Idee, grinte der Alte Wieso toll, sagte ich Ich möchte auch wissen, wo sie mich mal einbuddeln Er wollte erst nicht recht anbeißen, aber ich hielt an Zuerst nur aus Unsinn und nachher aus Angst Und ehe ich mir selber versah, wurden wir Handels eins Ich krieg das Schöneberger Grundstück mitsamt dem Gitter Und er kriegt zehn Bons Ein toller Handel Ja, sag ich Wer garantiert mir aber so und so, dass die Sache von ihrer Seite auch perfekt wird? Ha, dafür bin ich Kavalier Parole d'honneur, sagte er und wirft sich in die Brust Eine ganze Menge Zeugen waren bei dem Geschäftsabschluss anwesend Und mindestens 20 Pullen Sekt sind draufgeschmissen Ein paar Tage später kriegte ich die Urkunde auf meinen Namen zugestellt Der Alte war so nobel gewesen, auch noch die Umschreibung auf meinen Namen aus seiner Tasche zu bezahlen Also habe ich jetzt eine Grabstätte als meinen Besitz Ich bin schon mehrere Male draußen gewesen Das erste Mal in Begleitung des Alten Er sagt, er hätte auch noch Anspruch auf einen Platz im Erzbegräbnis auf seinem ehemaligen Rittergut Das war mir angenehm zu hören Denn sonst hätte es mir doch leid getan, ihm seinen letzten Grundbesitz abzuknöpfen Das Gitter ist sehr schön und eine hübsche Trauerweide steht darauf Zum Frühjahr will ich mir eine Bank und einen Stein darauf machen lassen Und Efeu und Blumen hinpflanzen Meine Bekannten lachen mich aus und sagen, ich wäre verrückt Aber mir macht es Spaß Ich will mir einen richtigen kleinen Garten drauf anlegen und meine Sommerfrische drauf abhalten Die letzten Wochen machte ich brillante Geschäfte Ich hatte einen Engländer, der im Hotel Bristol wohnte und der rein verrückt nach mir war Und das Geld händelvoll weiß zum Fenster hinauswarf, wenn er mit mir ausging Einmal hat er für 400 Mark Sekt in einem Ballhaus bezahlt Wovon ich 10% vom Oberkellner abkriegte Gekauft hat er mir, was los und fest war Bei Wertheim haben wir an einem Nachmittag für 1200 Mark Waren genommen Lauter Toilettengegenstände, die ich zum Teil nicht mal brauchen konnte Und gleich wieder verkloppt habe Jeden Abend bekam ich 200 Mark Scheine Wovon ich zwei an Ostdorf geschickt habe zur Überfahrt Ich hätte ihm gern mehr geschickt Aber ich war bange, dass der mir dann das Geld versäuft und doch nicht kommt So reicht's gerade zum Zwischendeck Sonst liegt mir gar nichts am Geld Es rutscht mir nur so durch die Finger Zum Sparen komme ich doch nicht mehr Vor etwa einer Woche wär's mir bald mies gegangen Irgendso ein verfluchter Spitzel muss hinter mir her gewesen sein Denn ich wurde aufs Polizeiamt zitiert Und der Kommissar oder was er für ein Kerl war Fuhr mich basch an Und ich sollte angeben, von was ich lebe Na, von Sprachunterricht, sagte ich Das haben sie uns nachzuweisen Schreit er mich an Und so weiter Ich soll also das Zeugnis von mindestens drei einwandfreien Personen bringen Dass ich mit Sprachunterricht so viel verdiene, um existieren zu können Mir war nicht gut zumute dabei Denn woher sollte ich die einwandfreien Personen kriegen? Am Abend erzählte ich es dem Schachen Friedrich Weil der doch so ein bisschen von der Juristerei versteht Und der sagt's den anderen Und auf einmal erörtern die anderen meine Sache Als ob's die ihre wäre Und sie mich gar nichts anging Na, was soll ich sagen? Drei Tage später hatte ich meine drei einwandfreien Zeugen Die die eidesstattliche Versicherung abgegeben haben Dass sie bei mir Sprachstunden Die Stunde zwei Mark nehmen Und ist alles glatt gegangen Aber vorsehen muss ich mich natürlich doch So ist es ganz nett Die Leute springen hier gegenseitig feste füreinander ein, wenn's klemmt Man kann so ziemlich für alle Lebenslagen in diesen Kreisen haben, was man braucht Es gibt auch eine Menge Frauen, die nur vom Anmelden leben Das heißt, sie melden die betreffende Person als bei ihnen zu Besuch an Und bekommen drei Mark dafür Während die Betreffende in Wirklichkeit ganz woanders wohnt Mir hatte kürzlich eine mein Portemonnaie mit 40 Mark Und zwei Abonnements für Frisur und Maniküre gemopst Und ich war hinter ihr her und konnte sie erst nicht finden Weil sie auch maskiert angemeldet war Nachher erwischte ich sie Aber wiederbekommen habe ich doch nichts Mit Gewalt lässt sich nichts machen Die Zimmervermieterinnen machen immer noch das beste Geschäft Erst ziehen sie die hohen Mieten Und dann fallen auch sonst noch eine Menge Sporteln ab Zum Beispiel, wenn eine in Verlegenheit ist Wird sie meistens doch erst der Wirtin ihre Wirtsachen zum Verkauf anbieten Die zieht es für ein Ei und ein Butterbrot ein Und hängt es nachher anderen Und zwar meistens auch wieder Mädchen Natürlich mit 25% Aufschlag und mehr auf Die Beidatsch hat auch bald ihr Schäfchen im Trockenen Sie hat mehr Brillanten als ich Sie will nächstens das Geschäft aufgeben Und sich eine kleine Wohnung in Pankau mieten Ich ziehe auch, sobald Kasimirchen da ist Für später hätte ich auch Lust, Zimmer zu vermieten 22. Mai 1894 Ich war wieder krank In Hamburg, wo ich Kasimir abholte Hatte ich mir eine verfluchte Erkältung geholt Der Arzt sagt, mein Herz wäre sehr schwach Ich soll im Sommer nach Nauheim gehen Zum Glück habe ich so viel zusammen, dass ich es kann Zur Not versetze ich ein paar Schmucksachen Kasimir hat mich eine Menge Geld gekostet Ich musste ihn von Kopf zu Fuß einkleiden Er war ganz abgerissen Ich hatte doch erst ein bisschen Sorge, dass er es krumm nehmen würde Wenn ich ihm die nötigen Aufklärungen gebe Aber er ist wirklich noch dümmer und gleichgütiger, als ich gedacht hatte Sein Stumpfsinn grenzt wirklich an Idiotismus Woher das Geld kommt, ist ihm ganz egal Wenn er es nur hat Ich hätte ihn gern von der Zuhältergesellschaft ferngehalten Aber da ist nichts zu machen Jetzt ist er mittendrin Sie haben ihn auch schon getauft und nennen ihn Flieben Heinrich Ich glaube, wegen seiner etwas vorhängenden Unterlippe Seine ganze Sorge ist, dass seine Verwandten ihn entdecken In einigen Teilen ist er merkwürdig schlau Manchmal ist er mir unsäglich zuwider Und ich begreife mich selber nicht, was ich an ihm finde Da man sich nicht einmal vernünftig mit ihm unterhalten kann Und doch möchte ich ihn nicht missen Ich wohne jetzt in der Markgrafenstraße Ein schönes, großes Zimmer nach vorn Und eine Kammer, in der Ostdorf schläft Und zahle per Monat 360 Mark Das heißt tagweise, ah Tag, 12 Mark Die Vermieterin ist eine sehr resolute, nette Frau Das heißt, eigentlich ist sie keine Frau, sondern Fräulein Und sie haben mir auch schon übel mitgespielt Und sie hat schon zweimal gesessen wegen dem Vermieten Sie hat einen Restaurateur als Freund, der im Notfall für sie eintritt Aber sie sagt, es sei doch eine faule Sache Und sie hat die Absicht, sich pro forma zu verheiraten Damit die Schikaniererei aufhört Sie hat einen Mieter Ein armer, ganz sicher, lungenkranker Kerl Dem jeden Augenblick die Luft ausgehen kann Mit dem will sie sich trauen lassen Sie hängen schon im Kasten Mitte Juni heiraten sie Ich habe draußen meinen Schöneberger Grundbesitz jetzt in Ordnung Eine bequeme Bank steht unter der Weide Und in den vier Ecken sind Blumenbeete angelegt Und zum Herbst will ich einen Stein draufsetzen lassen Ich gehe oft zwischen sechs und sieben Abends hinaus Wenn es schön ist Und sitze eine Weile dort und spinne mich ein In meine eigenen Gedanken und Träume Und denke, wie schön es wäre Wenn man an einem lauen Maiabend wie jetzt Da sitzen und einschlafen könnte Und nie mehr erwachte Oder zu einem neuen Leben erwachte In dem man ein neuer Mensch wäre Und von vorn anfangen könnte Dicht neben meinem Grab ist ein frisches Grab Nachdem eine ältere Frau in tiefer Trauer kommt Sie weint nie Aber man sieht es ihr an, dass sie unsäglich leidet Eines Abends kamen wir in ein Gespräch Und sie erzählte mir, dass sie eine Pianofabrik hat Und Witwe ist Und im März ihren letzten Sohn von 17 Jahren begraben hat Sie setzt sich zuweilen zu mir auf die Bank Und sie hat mich eingeladen, sie zu besuchen Was mir natürlich nicht einfällt Da wäre ich ja doch bald erkannt So ist's besser Ich bin manchmal so mad Dass ich meine, ich mach's nicht lange mehr mit, dies Leben Ich sehe auch wieder erbärmlich aus Ich muss Landluft genießen Fußnote, schminken, Ende der Fußnote Ich muss Landluft genießen Was ich sonst nie nötig hatte Und auch nicht gern tue Weil rote Backen mich nicht kleiden Molli und Dolly haben 30.000 Mark in der Lotterie gewonnen Und sind eines Tages ohne Sang und Klang von der Bildfläche verschwunden Vorgestern schrieben sie mir Sie haben sich in einem kleinen Thüringer Nest eingemietet Und wollen ein Geschäft anfangen Dass sie klug sind Ich wollte, ich hätt auch so'n Bomben Glück Und könnte heraus Und nie wieder Nie wieder Ich freue mich kindisch zu meinem Grundbesitz Es ist zu hübsch des Abends Wenn die Vögel in den Bäumen singen Und das Pfeifen und Klingeln und Lärmen und Tosen der Straßen So gleichsam an einem vorüberstreicht Als ginge es einem momentan nichts an Als sei man herausgelöst aus der Welt der Friedlosen Wie ein Stein aus einem Ring Und hinge nur als Tauträne still und rein an einem Ölblatt des Friedens In dem Reich der Erlösten, der Schlafenden Wenn man dann wieder in die Straßen kommt Empfindet man den Unterschied freilich doppelt Dann ekelt es einen erst recht an Eine gewisse Genugtuung bereitet es mir Dass ich auf der Straße niemals in unanständiger Weise angerempelt werde Fast alle meine Kolleginnen Tragen den Stempel ihres Gewerbes im Gesicht Man sieht an einem eigentümlichen Zug um den Mund und den Augen Was sie treiben Vor diesem Eichstempel des Elends fürchte ich mich Ich studiere mich täglich im Spiegel Und entdecke ihn, Gott sei Dank, noch nicht Ich glaube, es kommt davon Dass ich meinen Geist von den Funktionen meines Körpers emanzipiere Ich lese viele gute Bücher Jetzt habe ich mich an Nietzsches Zarathustra gemacht Aber ich verstehe das meiste nicht So ist es mir, als wären Geist und Körper bei mir Zwei verschiedene und getrennte Wesenheiten Aber der Geist bezahlt dem Körper seine Miete Indem er ihm den Reflex seines Daseins auf das Angesicht drückt Sodass man die lebendige Leiche nicht gleich als Leiche rekognizieren kann Ach Kinder, was haben es die Toten da draußen gut Ende von Abschnitt 18 Abschnitt 19 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie 18. Juni 1894 Wir hatten gestern Hochzeit Ach du liebes Herrgöttchen Was für eine Hochzeit Der Standesbeamte soll nur immer den Kopf geschüttelt haben Als er den Bräutigam ansah Der Kerl kann kaum noch aufrecht stehen Total schwindsüchtig Er schlenkert nur so hin Die Handgelenke sind dünn wie Federhalter Und auf dem ganzen Knochen geröst kein Lotfleisch Während des standesamtlichen Aktes Hat er einen Hustenanfall gekriegt und Blut gebrochen Und der Beamte hat die Menge gefragt Ob sie nicht lieber verzichten wollte Es sei ja der reine Hohn Als sie nach Hause kamen Musste der junge Ehemann gleich ins Bett Und wir feierten allein Hochzeit 20 Personen Bis heute früh 2 Uhr Und es war so lustig Dass die Aufwärterin das Zimmer nachher Mit dem verschütteten Sekt hat aufnehmen können Und gar kein Wasser brauchte Ich habe endlich meinen Schwarzen gefunden Und ihn festgehalten In der Bellevue-Straße begegnete ich ihm Und ging auf ihn zu Und entschuldigte mich Wegen meiner neulichen Grobheit Er lächelte und schüttelte den Kopf Das habe ich Ihnen nicht übel genommen Liebes Fräulein Und wir gingen wieder zusammen In den Tiergarten Und unterhielten uns Wie ein Herr und eine Dame Von allerhand Dingen Die sonst von Mädchen meiner Sorte In der Unterhaltung mit Männern Nicht berührt werden Auch kein Interesse für sie haben Und ich merkte instinktiv Zu meiner Befriedigung Dass sein Interesse für mich Von Minute zu Minute stieg Wir setzten uns auf eine Bank Im Tiergarten und plauderten weiter Und ich erzählte ihm allerhand Details Und Episoden aus meinem gegenwärtigen Leben Und dann erzählte er von sich Er ist Arzt und hat eine sehr große Praxis Und ist glücklich verheiratet Und hat vier gesunde, gut geratene Kinder Zwei Mädel und zwei Jungen Aber er ist nervös In Folge von Überarbeitung Und er sagt, er brauche zuweilen Ausspannung und Zerstreuung und Ablenkung Und er suchte schon lange Nach einer passenden Bekanntschaft Ob ich es ihm gestattete Mich in den Nachmittagsstunden Von sechs bis acht Uhr Dann und wann zu besuchen Ich gab ihm meine Karte Und am anderen Tag kam er Ich habe noch nie einem Besuch Mit solcher Ungeduld entgegengesehen Und mich so auf einen Besucher gefreut Wie auf diesen Wie er bei mir war Habe ich erst gemerkt Dass ich in den Mann Tatsächlich verliebt bin Wie er mir Geld geben wollte Habe ich es zurückgewiesen Und auf einmal Habe ich ihn mit beiden Armen umschlungen Und ihn vor lauter Liebe Direkt in den Hals gebissen Und ihn gebeten Mich ganz für sich zu nehmen Ich will auch nur Ganz allein für ihn da sein Und er zog mich mit auf den Diwan Und strich mir mit einer ganz zarten Leisen Handbewegung Das Haar aus der Stirn Und sagte mir Dass er Ohne seine Familie zu schädigen Mir nicht mehr als monatlich 250 Mark geben kann Wenn ich damit auskäme Sei er einverstanden Und sagte mir auch Dass seine Frau Im letzten Wochenbett Vorigen Herbst So furchtbar gelitten habe Und sie geschont werden müsse Und sie eigentlich jetzt Nur als Geschwister zusammen lebten Und es könnten ein paar Jahre vergehen Bis sie so weit gekräftigt sei Dass er sie wieder Als seine Frau betrachten Und mit ihr verkehren könnte Da wusste ich ja auch direkt Dass ich nur notbehelf bin Und der Dr. W. in mir Nichts anderes sieht Als die anderen Männer Und das war mir im Moment So furchtbar bitter Dass ich nahezu wieder grob geworden wäre Aber ich beherrschte mich Und er versprach mir Mich bald wieder zu besuchen Als er ging Betrachtete er die Bücher Auf meinem Schreibtisch Und wunderte sich Dass dort Werke von Sturm Und Fontane und Keller lagen Lesen Sie die Oder ist das nur Dekor Sagte er Ich lese sie Sagte ich Sind Ihnen die nicht zu langweilig? Finden Sie nicht mehr Geschmack An spannenden Romanen? Romane Hab ich selbst genug Sagte ich Er schüttelte den Kopf Und sagte Dass Sie kein alltägliches Mädchen sind Hab ich gleich gemerkt Aber ich glaub In Ihnen steckt noch mehr Als man vermutet Ach Quatsch Sagte ich Und dann ging er Nachher überlegte ich mir das Mit den 250 Mark Ach Es wäre ja zu herrlich Aber es geht nicht Ich komme damit nicht aus Zumal nicht Wo ich Kasi mir jetzt Auf dem Halse hab Denn wo ich ihn einmal Hier herüber gelotst hab Ist es nicht mehr als anständig Dass ich auch für ihn sorge Denn dass er sich selbst ernähren kann Ist tatsächlich ausgeschlossen Das Scheußlichste ist Dass er in letzter Zeit Anfängt sich zu besaufen Zum Glück ist er in besoffenem Zustand Nicht rabiat Sondern schlack wie ein nasses Tuch Neulich bremste ich ihm Ein paar gehörige Ohrfeigen An den Kopf Als er mir so nach Haus kam Da fing er an zu flennen Wie ein kleines Kind Mir wurde ordentlich übel So ekelte ich mich Aber ich musste auch wieder lachen Ich halte ihn knapp genug Mit Taschengeld Aber wenn ich ihm Eine Mark und 50 Abends für Essen und Bier gebe Ist er womöglich nichts Und versauft alles Richtig gesund ist er auch nicht Dem großen Körper fehlt die entsprechende Kraft Er hat nur Knochen und Fett Kein Fleisch Keine Muskeln Der Doktor will mich in Nauheim besuchen Worauf ich mich sehr freue Nächste Woche reise ich Ich liebe den Doktor Ich sehne mich nach ihm Ich finde eine innere Befriedigung darin Ihn wahnsinnig zu küssen Ich möchte ihm ganz allein angehören Ich könnte alles für ihn tun Ich wünschte, dass er meine Liebe erwidert Aber er tut es nicht Das Einzige, was mich darüber tröstet Dass er mir offenbar ein nicht unerhebliches Interesse entgegenbringt Zuweilen ist mir, als ob er Mitleid mit mir hätte Seine Stimme klingt oft so weich Und seine Liebkosungen sind so sanft und zart Es war hübsch in Nauheim Obgleich der Doktor sein Versprechen nicht gehalten hat Sondern mit seiner Familie nach Zopot gereist ist Die Bäder haben mir sehr gut getan Und ich wäre gern noch länger da geblieben Aber das Geld ging mir aus Es läppert sich an solchem Ort höllisch zusammen Ich habe mich sehr erholt Und freute mich in meiner Wohnung Einen großen Strauß Rosen Vom Doktor als willkommen Gruß vorzufinden Aber das dicke Ende kam nach Der Kasimir ist mir in den Wochen total verludert Hat sich, wie mir meine Wirtin erzählte Jede Nacht außer dem Hause mit Frauenzimmern herumgetrieben Und hat tagsüber besoffen zu Bett gelegen Gott ist das ein Mensch Eigentlich nur ein Stück Vieh Hat sich der Kerl da so eine Sechserkalle Aus der Chausseestraße zugelegt Ich war Montag hin, um sie aufzusuchen Sie soll ihn nur ganz als Louis nehmen Ich bin ja froh, wenn ich ihn quitt bin Leider traf ich sie nicht an Sie war vor ein paar Tagen verschütt gegangen Und im Weibergefängnis X Bei der Wirtin in der Küche Saßen zwei armselige Geschöpfe Die am Morgen aus dem Frauengefängnis entlassen waren Und die klagten doch so gotteserbärmlich Wie schlecht sie es gehabt hätten Die Aufseherin sollte nie anders Als Schwein und Hure und so weiter angeredet haben Die eine hatte ein Lager gehabt Das von einer Vorgängerin in unglaublichem Zustand verlassen war Und auf dem sie so liegen musste Und hungern hätten sie auch müssen Ich muss ja sagen, mir klang das Ganze ein bisschen dick aufgeschmiert Ich kann mir nicht denken, dass in solcher Anstalt Wo doch Hilfskräfte genug zur Verfügung stehen Eine derartige Schweinerei haschen kann Aber was den Hunger anbelangt So illustrierte die Gier Mit der sie in die trockenen Schrippen einhieben Ihre Klage Sie taten mir so leid Dass ich jeder von ihnen drei Mark schenkte Obgleich ich momentan auch abgebrannt Und noch für 14 Tage Miete schuldig bin Mein großes Zimmer war ja in der Zeit Wo ich weg war vermietet Als ich wiederkam Hat die Wirtin der anderen aber gleich gekündigt Und mich wieder reingenommen Ich bin nur immer bange Dass der Kasi mir auch mal eine Dummheit macht Und sich zu etwas verleiten lässt Was ihm ein paar Wochen Dunkelkammer einbringt Für Geld kann man in der Welt alles haben Ich muss mich jetzt sachte dran halten Um wieder zu Geld zu kommen Es ist grässlich Der Doktor gab mir gestern 100 Mark Aber das schlägt ja nicht viel an 18. September 1894 Gestern war ich mit dem Doktor in der Ausstellung Wir fuhren mit einer Droschke hinaus Und wanderten durch die Säle Ich sehe gern schöne Gemälde Überhaupt alles, was schön ist Besonders gefiel mir ein Bild Ein Kornfeld mit sehr viel überwucherndem Mohn So dass man eigentlich nur das grelle Rot Der Fackeln sieht Und das Gold der Ähren darunter verschwindet Das soll wohl eine allegorische Darstellung sein Sagte ich Wieso? Sagte der Doktor und rückte seinen Kneifer etwas höher Ich meine, der Künstler will damit andeuten Dass der Mohn des Vergessens am besten über das Brot des furchtbar nüchternen und schwerfälligen Lebens hinausflammen und es mit seinem brennenden Rot gleichsam bengalisch beleuchten soll Sagte ich Mohn ist alles Hier Illusion, da vergessen, Betäubung Manchmal ist das Opium des Mohns, den der Wind seert und den niemand hegt Unentbehrlicher als das nahhafte Brot aus der Ackerfrucht des sorglichen Landmanns Er antwortete nicht Nachher saßen wir oben auf der Terrasse und speisten zu Nacht Auf einmal legte der Doktor Messer und Gabel hin und sah mich an Sagen Sie mal, Thymian Sie haben einst bessere Tage gesehen Sie sind aus anständiger Familie Sie haben eine gute Schulbildung genossen Sie haben ungewöhnliche Kenntnisse Wie kamen Sie in dieses Leben? Unsinn, sagte ich Mein Vater war Portier und meine Mutter Waschfrau Und ich sollte dienen Aber da mir das Leben als Markt nicht gefiel Und ich keine große Dame werden konnte Wählte ich die Mittelstraße Und ernähre mich schlecht und recht als Halbweltdame Nein, sagte er bestimmt Das ist nicht wahr Ich will mich nicht in Ihr Vertrauen drängen Denn sie werden wohl Grund haben Über ihre Vergangenheit zu schweigen Aber ein Proletarierkind sind sie nicht Darauf will ich Gift nehmen Schon ihr Äußeres spricht dagegen Sie sind eine rassige Schönheit Wie man sie in ganz niederen Lebenssphären Selten, fast nie findet Sie haben Geist und Gemüt Und Kenntnisse genug Dass beide sich nicht brach verstecken Sondern immer wieder Wie aus den Facetten Eines kunstgerecht geschliffenen Edelsteins Farben funkelnd hervorbrechen Ich will sie nicht mit meiner Neugierde belästigen Ich bin nicht neugierig Aber sie interessieren mich in meiner Eigenschaft Als Arzt und Mensch Ich verstehe nicht, wie man mit Geistes- und Herzensgaben Wie sie sie unzweifelhaft besitzen Und mit so scharfen intellektuellen Augen In die Sackgasse des tiefsten moralischen Jammers geraten Und darin verharren kann Das ist mir ein psychologisches Rätsel Das ich gelöst haben möchte So sprach er Ich aber antwortete nicht gleich Ich sah in den roten Wein, der im Glase schimmerte Und sah über die Menschen hin Die unten im Schein des elektrischen Lichts An den Tischen saßen Und ihr Abendbrot verzierten Es war ein warmer Abend Und der Garten noch ziemlich besetzt Die Stadtbahnzüge rasselten vorüber Es sah malerisch aus Wie lange Ketten kleiner Glühwürmchen Mit den erleuchteten Fenstern Die Musik spielte Stell auf den Tisch die duftenden Reseden Die letzten roten Astern hohl herbei Ich weiß nicht, wie mir war Meine Augen wurden schwer und dunkel Ich fühlte den Blick des Doktors auf mir ruhen Und sah immer starr vor mich nieder In den roten Wein Es war wohl die alte Geschichte Sagte er leise Eine unglückliche Liebe, nicht wahr? Und dann immer einen Schritt weiter und tiefer hinein Bis der Fuß stecken blieb im Sumpf Und nicht wieder raus konnte Ich schüttelte den Kopf Es ran mir eiskalt über den Rücken Und mein Herz klopfte langsam und schwer Wie ein Eisenhammer Ich habe früher nie einen Mann wahrhaft geliebt Sagte ich Sie liebe ich, Doktor Ja, ich liebe sie Und weiter konnte ich nicht sprechen Ich stürzte den Kopf in die Hand Und presste das Taschentuch an die Augen Und sagte ihm, dass ich ihm später mal Alles erzählen werde Und der Doktor schwieg Und inzwischen hatte der Kellner Sekt gebracht Und wie ich das Glas zum Munde führte Fiel eine Träne hinein Die habe ich mitgetrunken Wir kamen nicht mehr in Stimmung Und um neun gingen wir Fuhren in einer Droschke zum Tiergarten Und stiegen da ab Und gingen in den dunklen Wegen spazieren Auf einmal legte der Doktor seinen Arm um meine Taille Und sagte leise War das ernst vorhin, Thymian Bin ich ihnen wirklich um meiner Persönlichkeit willen teuer Oder war das nur so oben hingesprochen Ich liebe sie Sagte ich Und mir kamen wieder Tränen in die Augen Ich habe sie gleich geliebt Ich möchte ihnen angehören Und nur ihnen Mein Herz und meine Sinne drängen zu ihnen Ich weiß nichts, was ich für sie nicht tun könnte Ich kann von allen Geld annehmen Aber von ihnen kostet es mich Überwindung Weil das Geld so schmutzig ist Und meine Liebe zu ihnen so rein ist Aber Kind, das ist ja tragisch Sagte er weich Wenn ich zwanzig Jahre jünger und frei wäre Würde ich mir Mühe geben, sie wieder zu lieben Und vielleicht würden wir zwei auch glücklich zusammen werden Aber so müssen sie sich das aus dem Kopf schlagen Ich möchte ihnen ein Freund sein Zu dem sie Vertrauen haben Wollen sie mir nicht ein bisschen von ihrer Vergangenheit erzählen Ich nickte Und während wir Arm in Arm weitergingen Sagte ich ihm alles Und obgleich er anfangs nicht sprach Merkte ich doch, dass es ihn ergriff Dann drückte er meinen Arm etwas fester Und sagte plötzlich Thymian, liebe Thymian Wollen wir es nicht doch nochmal versuchen Auf ebene Bahn zu kommen? Wenn ich ihnen als Freund meine Hand biete Wollen sie nicht den Harrasprung ans feste Land Einer ehrlichen und achtbaren Existenz wagen? Ach, wie gerne, sagte ich Gut, wir werden sehen Wenn sie den ernsten Willen haben Wird es sich machen lassen Wir reden noch darüber Aber sie müssen wollen Sie müssen die Hypnose In der sie gegenwärtig befangen sind Mit einem Ruck abschütteln und wach werden Wie gern, sagte ich Und es wurde mir ganz fröhlich und leicht ums Herz Wie ich nachher im Bett lag Dehnte ich nach langer Zeit zum ersten Mal Wieder so recht wohlig meine Glieder in den Kissen Und mir wurde wieder ähnlich wie damals in Ostende So als ob eine reine, warme Welle Über meine Seele gerieselt sei Und die Schmutzkruste davon gelöst und hinweggespült habe Ganz selig schlief ich ein Aber der neue Tag brachte die neuen Sorgen um die Existenz Und um die vielen Dinge, die das Leben wie ein nimmersattes Ungeheuer Von seinen Geschöpfen fordert Gestern Abend fand sich in der Bar ein schrecklicher Kerl zu mir Drei Zentner Nettogewicht, aber anscheinend schwer reich Der mir 200 Mark gab Ich habe mindestens 25 Glas Sekt vorher getrunken So viel brauchte ich, um den Mond des Vergessens auf mich einwirken zu lassen Mein Gott, es ist furchtbar Ich fühle, der Doktor hat recht in allem, was er mir vorhielt Ich ertrage das Leben nicht mehr lange Ich gehe nicht nur geistig, sondern auch physisch zugrunde Und es nimmt eines Tages ein Ende mit Schrecken mit mir Ende von Abschnitt 19 Abschnitt 20 von Tagebuch einer Verlorenen von Margarete Böhme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Jessie 12. Dezember Der Doktor ließ sich vier Wochen lang nicht bei mir sehen Seine zweitälteste Tochter war sehr krank Und darüber hatte er alles und auch mich vergessen Im vorigen Monat hatte ich ein heiteres Erlebnis Wir hatten uns in einem Lokal zu Sechsen zusammengefunden Der Schacher Friedrich und ein anderer seiner Sorte Den sie seiner Haare wegen den roten Schosch nennen Und vier Damen Und da der rote Schosch viel Geld hatte Gott weiß woher Lud er uns zu einem Bummel auf seine Kosten ein Und haben wir bei Dressel gegessen Und sind nach elf in ein Café in der Friedrichstraße Und wie wir da sitzen Kommt eine Frau herein Und zieht sich verlegen nach allen Seiten um Und drückt sich zwischen den Tischen hindurch Und ich sehe mir die Person an und denke Die musst du doch kennen Sie sah so komisch aus Ein billiges Jackett voriger Herbstmode Und dazu einen knallroten Hut Der auf den glatt gescheitelten Haaren Durchaus nicht sitzen will Und hin und her wackelt wie ein Lämmerschwanz Und im Ganzen überhaupt so So Auffallend und ohne Schick Alles nach kleinstädtischer Devise Hübsch, billig und geschmacklos Mit einem Mal fällt's mir ein Das ist doch die verheiratete älteste Tochter Von Frau Stadtrat Lüttke aus G Eine Frau Christiansen Und ihr Mann ist Viehkommissionär Und ist oft in Berlin Und wie sie nun endlich an einem Tisch Allein Platz genommen hat Kommt der Kellner und sagt ihr Was ich hier auch hätte verraten können Dass nach elf Uhr an Damen ohne Begleitung Nichts verabreicht wird Und sie natürlich aufgestanden und hochrot Und man sieht's ihr an Dass sie unter den vielen neugierigen Lächelnden Blicken Am liebsten vor Scham in die Erde Gesunken wäre Da spürte ich dann doch Ein menschliches Rühren Stand auf und ging zu ihr Und forderte sie auf An unserem Tische Platz zu nehmen Sie kennen mich nicht, Frau Christiansen? Eine Landsmännin Thymian Gotteball aus G Ah, Fräulein Gotteball Sagte sie erleichtert Und kommt mit mir Und ich stellte natürlich großartig vor Dr. Juris Fernrohr Herr Ingenieur Schulze Natürlich keine Trippel Frau So-und-So Fräulein So-und-So Und sie sah sich die eleganten Herren Mit den Lackstiefeln und Zylindern Und die noch eleganteren Damen Der Reihe nach an Und ihre Augen wurden immer größer und runder Und wie sie mich betrachtete Die Brillanten an meinen Fingern und Armen sah Verdummte ihre Miene vollends In G sagen sie, es ginge ihnen nicht gut Aber ich sehe, dass das alles Klatscherei ist Platzte sie heraus Wie sie sehen, geht es mir brillant Sagte ich lachend Wir unterhielten uns gut Es machte mir Spaß Die Lady Patroness der kleinen, ehrbaren Bürgerfrau aus G zu spielen Ich hatte sie auch bald im Fahrwasser Nach Vater fragte ich sie natürlich nicht Aber sonst bekam ich allen Tratsch und Klatsch im Nest zu wissen Friedrich machte ihr den Hof nach Noten Und schwelgte in gnädigen Betitelungen in allen Steigerungen Bis zum Superlativ Gnädige Frau Gnädigste Allergnädigste Sie lächelte geschmeichelt Wurde aber unruhig, als ihr Mann Mit dem sie sich nach dem Theater um elf hier treffen wollte Um zwölf noch nicht da war Der war wohl auf Abwege geraten Wenn diese Hinterwäldler nach Berlin kommen Sind sie ja wie losgelassen Um halb einst stand sie auf Wir natürlich mit Und Friedrich erbot sich Die gnädige Frau in ihr Hotel zu bringen Ganz stolz zog sie am Arm des eleganten Herrn ab Nach die wird was erzählen zu Hause In meinem Leben wird nun bald eine große Veränderung eintreten Ich kann dies Leben nicht mehr aushalten Ich kann nicht In vielen schlaflosen Nächten Habe ich mich im Bett umhergeworfen Und gesonnen und gesonnen Was zu machen ist Und hab's dann endlich heraus Ich mach's wie die Menge Und heirate den Kasimir Und gründe mir eine feine Fremdenpension Hoch anständig Und mache Schluss mit allem Hab's mit dem Doktor überlegt Und der belegt meinen Schluss Nur der Heirat mit Kasimir stand er erst skeptisch gegenüber Aber wie ich es ihm vorstellte Dass meine Stellung als Frau doch eine viel gefestigteres sei Und ich Ostdorf ohnehin auf dem Hals habe Stimmte er doch zuletzt zu Und wir kamen überein Dass ich mir eine große Wohnung im Westen miete Und von Markiewicz auf Abzahlung oder in Miete Elegant einrichten lasse Für die Wohnungsmiete will der Doktor aufkommen Ich verkaufe meine Brillanten und Watzsachen Und habe dann einen kleinen Fonds zum Anfang Mit Ostdorf hatte ich allerdings erst einen fürchterlichen Kampf Wie ich es ihm sagte, dass wir heiraten Sagte er erst Schlankweg Nein, das täte er nicht Auf keinen Fall Ich war total perplex Meine natürlich, er kriegt einen Zittenrappel Und frage ihn spöttisch, worin der soziale Unterschied zwischen einem Zuhälter und einer Dirne besteht Das versteht er natürlich wieder nicht Und dann geht mir die ganze Illumination auf Der Herr Graf mit den zwei F'n Kann doch keine simple Gotteball heiraten Zuerst war es mir so lächerlich Dass ich es in Schatzhafte zog Aber nachher merkte ich, dass es ihm tot ernst damit ist Und da wurde ich natürlich auch gallig Und sagte ihm für zwei Sechser meine Meinung So'n Lumpenhund, so'n Schweinecker Lässt sich von mir aus der Hand füttern und unterhalten Verfrisst und versauft mein Geld Und ist mir noch nicht so viel Nutz wie ein großer Bernhardiner Auf dessen Treue und Anhänglichkeit Man sich allenfalls doch verlassen kann Ist faul und blöde wie ein Krokodil Und so'n Lump und Tagedieb So'n großer Parasit Will noch den Adligen herauskehren Und hält sich zu gut für unser Eins Ich war so wütend, dass ich ihm die Gabel aus der Hand riss Wir saßen beim Abendessen Und ihn beim Kanthaken nahm und ihn rausschmiss Und rief, er solle sich zu seinen blauen Verwandten In der Bärenstraße scheren Und sich von denen füttern lassen Und sich mir nicht mehr vor Augen sehen lassen Und schloss die Tür hinter ihm zu Und er schimpfte die Treppe hinunter Er tut's und tut's nicht Nachher gab ich der Wirtin Weisung Ihn auf keinen Fall in seine Kammer zu lassen Da ich ihn rausgeschmissen hätte Sie meinte, ich hätte klug getan Und jeder vernünftige Mensch wundere sich Dass ich das Ekel überhaupt so lange behalten hätte Spät in der Nacht kam er besoffen heim Und brüllte wie ein Löwe Als er seine Kammer verschlossen fand Aber ich ließ ihn toben Und endlich wurde er still Um sechs Uhr früh sah ich hinaus Da lag der Kerl Bis aufs Hemd entkleidet Langweg auf der Treppe und schnarchte Ich goss ihm eine Waschkanne Wasser über den Kopf Und schickte ihn ins Bett Gab ihm aber den ganzen Tag nichts zu essen Am Abend war er schon mürbe Tat abbitte und erklärte sich mit allem einverstanden Ich gab ihm 40 Pfennig zum Abendessen Einen strammen Hund Und hielt ihn noch ein paar Tage flau hin Nachher bettelte er selbst um die Heirat Da sind wir denn aufs Standesamt gegangen Und im Januar heiraten wir Gestern war der Doktor wieder da Wir haben alles besprochen Und sind auf der Wohnungssuche In der Schellingstraße ist eine schöne Etage Von zehn Zimmern für 3000 Mark zu haben Wahrscheinlich nehmen wir die Der Doktor sagt, er freut sich auch Wenn ich erst ein eigenes Heim habe Um öfters ein paar Abendstunden mit mir verplaudern zu können Wenn wir ganz allein sind, nenne ich ihn Julius Ich liebe ihn so Ich wollte, ich könnte seine Frau werden Was für ein Einfall Die Sterne, die begehrt man nicht Gräfin Thymian Ostdorf Wie gefällt dir das? Sagte ich heute Morgen dem Doktor Als ich den neuen, einfach vornehmen Morgenrock Mit langer Schleppe vom Spiegel anprobierte Sehr gut und entsprechend Sagte er lächelnd Es dürfte auch Fürstin sein Jedenfalls würde es niemand schwerfallen Dir die Durchlaucht zu geben Eine nette Durchlaucht, sagte ich Wir mussten beide lachen Natürlich denke ich nicht daran, den Titel zu führen Sogar die berühmten zwei F'n habe ich mir geschenkt Und nenne mich einfach Frau Thymian Ostdorf Wir annoncieren in vielen Zeitungen Und ich habe auch schon vier Zimmer besetzt Aber es muss natürlich noch besser kommen Wenn die Geschichte gehen und sich rentieren soll Vorläufig bezahlt der Doktor noch die Miete Aber ich wollte doch so gern Dass ich später alles allein machen könnte Es kostet ja alles so viel Die hohe Möbelmiete und das Personal Eine Köchin und ein Zimmermädchen Ich wollte gern mit der Köchin auskommen Aber es ging nicht Die Herrschaften verlangen zu viel Bedienung Ich komme mir wie erlöst vor Eine große Ruhe und seelische Abspannung Ist über mich gekommen Ich bin manchmal ordentlich fröhlich Und singe vor mich hin Was ich seit meinen Kinderjahren Nicht mehr getan habe Auf meinem Grab draußen Blühen jetzt die Schneeglöckchen Ich gehe manchmal hin Die Pianofabrikantin kommt auch noch immer Und bettelt mich ordentlich Sie doch mal zu besuchen Ich scheine ihr zu gefallen Werde auch nächstens mal hingehen Es ist ein so seliges Gefühl So sich endlich mal wieder Als Mensch fühlen und geben zu können Meine einzige Sorge ist Kasimir Dass er aus der Rolle fällt Ich habe mir ihn tüchtig vorgenommen Und ihm eindringlich vorgehalten Dass wir mit unserer Heirat und Umsiedelung In ein neues Leben treten Und dass er gar nichts zu tun braucht Weil ich nichts von ihm verlange Als dass er sich ordentlich hält Sich nicht betrinkt Und vor allem streng von den Elementen Mit denen wir früher in Berührung kamen Von hält Er darf ja nachmittags oder abends In einem anständigen Lokal Seinen Schoppen trinken Kann ins Theater gehen Kann machen, was er will Nur nicht wieder mit den Zuhältern verkehren Ich habe auch an sein Standesbewusstsein appelliert Und ihm gesagt Dass er sich nun nicht mehr ängstlich Vor seinen Verwandten zu verkriechen Und immer auf der Flucht vor ihnen zu sein braucht Wir sind jetzt ordentliche Leute Verdienen unser Brot auf anständige Weise Und haben keinen Grund mehr Uns vor irgendjemand zu ducken Es wäre so gut Wenn Kasi mir irgendeine regelrechte Beschäftigung hätte Ich weiß nur gar nicht Was ich mit ihm anfange So treibt er sich den lieben langen Tag so herum Schläft bis elf Frühstückt im Bett Zieht sich zwei Stunden an Putzt eine Stunde an seinen Nägeln herum Ist, geht spazieren Rekelt sich auf dem Diwan herum Und das Einzige, was ich von ihm habe, ist Dass er mich frisiert Das macht er sehr geschickt und hat auch viel Geschmack Juni Ich hätte entschieden Schriftstellerisches Talent Es lese sich alles so glatt und hübsch Mein Gott, ja Ich habe mich so daran gewöhnt Meine Erlebnisse gleichsam zu registrieren Dass es mir Freude macht Wenn ich was Besonderes habe Was ich eintragen kann Ich wünschte nur Ich hätte mal etwas Recht Gutes aufzunotieren Augenblicklich geht das Geschäft, ja Die Zimmer sind bis auf eins besetzt Aber am nächsten ersten wird fast alles leer Da die Leute fast alle fortgehen Ich kann natürlich nicht weg Wenn auch nur ein Zimmer ein paar Monate leer steht Macht das gleich einen erheblichen Ausfall Ich fahre öfters nach Schlachtensee zu Frau X Die ich auf dem Friedhof kennenlernte Sie hat eine kleine Villa Die arme Frau ist sehr einsam und freut sich, wenn ich komme Ich ginge gern noch öfter hin Aber ich fühle mich doch immer ein bisschen geniert Woran das liegt, weiß ich nicht Es ist so ein eigenes Gefühl, wenn man denkt Diese ehrsame Spießbürgerswitwe würde dich herausschmeißen Rausschmeißen und ihr Haus ausräuchern Wenn sie eine Ahnung hätte, wen sie sich eingeladen hat Sie schenkt mir ein großes Wohlwollen Und ich glaube, ich könnte sie getrost anpumpen Sie tät mir auf mein ehrliches Gesicht geben, was ich verlangte Was ich aber natürlich nie tun würde Ich habe augenblicklich ein nettes russisches Ehepaar hier Dann einen Spanier und einen Franzosen Und ein Geschwisterpaar aus Magdeburg Und eine Dänen Also eine ganz internationale Gesellschaft Mittags essen sie alle und abends teilweise bei mir Ich muss den Dolmetscher spielen, was manchmal sehr erheiternd ist Sie fühlen sich alle wohl bei mir und verehren mich sehr Und ich bin überzeugt, dass keiner und keine es glauben würde Wenn man ihnen erzählte, was ich vorher war Dagegen schütteln sie oft den Kopf über Kasimir Und einer der Herren sagte mir neulich geradezu Sie begriffen es alle nicht, wie eine so kluge Frau wie ich Zu dem Mann gekommen sei Ja, wenn sie wüssten Ich habe so Sorge wegen der Zimmer, dass ich sie zum ersten vermietet krieg 8. September Ein einsamer Abend Ich will schreiben Oh Gott, oh Gott sind das Sorgen Am 15. muss ich die Möbelmiete zahlen Und hab noch keinen Pfennig dazu Der Doktor ist mit seiner Familie an der See Schreiben darf ich ihm nicht Mag ihn auch nicht belästigen Da er mir ohnehin mehr gibt, als er eigentlich kann Ich habe nur vier Zimmer besetzt Und die Lehrerin für 80 Mark monatlich aufgenommen Wobei ich Geld zusetzte, wenn nicht eine große Reihe Pensionäre da sind Und sie sich so mit durch ist Die täglichen Ausgaben und der Dienstbotenlohn und Gasrechnung und alles andere Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht Und ich glaube auch nicht, dass ich die Sache dauernd halten kann Dabei ist mir auch noch ein Ehepaar, das hier zwei Monate wohnte Und eine gehörige Zeche anband, durchgegangen Und hatten noch 317 Mark und 80 Pfennige zu bezahlen Die Pension würde sich eher rentieren Wenn ich einen tüchtigen, intelligenten Mann zur Seite hätte Kasimir verstumpft und verblödet deucht mir Von Tag zu Tag mehr Neulich war er krank Der Doktor sagt, er hat einen schweren Herzklappenfehler Vielleicht wird er bald sterben Wir wollen's nicht hoffen Aber Gott gäbs Ich weiß wirklich nicht, wozu so ein Mensch hier herumläuft Manchmal bekommt er den Einfall und will nichts anziehen Dann zieht er sich splinternackend aus Und ist weder mit Güte noch mit Gewalt zu bewegen, ein Kleidungsstück anzuziehen Dann muss ich ihn einschließen Sonst wär's natürlich gleich alle mit uns Er fängt übrigens an, manchmal eklig und unbequem zu werden Wenn ich ihm nicht Taschengeld genug geb, borgt er auf meinen Namen Und neulich hat er heimlich Löffel versetzen wollen Hat aber natürlich nichts drauf gekriegt, weil es nur Alpaksilber ist Wenn ich ihn zur Rede stelle, wird er großschnauzig und frech Ach ja, man hat seine Not Ende von Abschnitt 20